Zu einem weiteren Schocktober Spezial und zwar ist das Resident Evil 3 diesmal mit diesem kleinen Gerät hier, das ist ein Pulsmesser und ihr seht ihn auch hier schon eingeblendet, das ging aber schnell, schon direkt im gelben Bereich, keine Ahnung warum. Ja, jetzt also mit Pulsmesser gleich, Resident Evil 3, ich freue mich sehr, auch Oberweiß, schön, dass du da bist. Ja, wir haben alles vorbereitet, wir sind im Grunde ready, ich will nur noch kurz den Green einmal hochfahren, das machen wir kurz, wir sehen uns gleich. Schöner Elgato Green, habe ich sehr, sehr gerne. Okay, damit würde ich sagen, gehen wir einfach direkt ins Spiel und machen gar nicht lange rum, wir starten die Kampagne, wir spielen ein neues Spiel, Standard Resident Evil 3, Nemesis, das Remaster und ich wünsche euch viel Spaß. Oh, Moment, das Thema, die Musik. Das Thema, die Musik. Die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella hat. Mach den Pulsmesser mal ums Lager. Langfristig eine bessere Zukunftsbeschere. Ach, schon teiter Anfang, mag ich schon mal sehr. Führt einen direkt so ein bisschen rein. Grüße an Ava. Ja, ich habe es tatsächlich jetzt wieder auf Deutsch gelassen. Die Erfahrung zeigt einfach, dass die Leute zum Großteil es lieber auf Deutsch haben wollen. Jetzt geht es wieder auf Deutsch. Ja, ich sehe auch viel Spaß. forgets, die Leute zum Großteil sind aktiv. Ja, ich sehe auch viel Spaß. Okay, und damit sind wir im Spiel. Ich habe alle Grafikeffekte alles eingestellt. 1080 plus halt natürlich Raytracing und alles. Es sieht auch wieder mal sehr, sehr geil aus. Da könnte man sich direkt erstmal eine Stunde lang einfach nur hier alles in diesem in dieser Wohnung angucken. Geil, ne? Da ist alles. Ein kleines Autorchen, Raccoon City, ähm die ganzen Autos, äh die ganzen Autos, die ganzen Filme. Ich gucke die mir immer gerne an in den Spielen. Unnerving Combat, They Killed Him. Ähm, Heartless Betrayal. Okay. Da hat man auf jeden Fall einige Themen zusammen. Und natürlich die wichtigen Pillen direkt auch neben neben dem Bett. Das ist offensichtlich jemand, der psychische nicht Probleme hat, aber der einiges zu verarbeiten hat. Sagen wir es mal so, dessen Psyche einiges zu verarbeiten hat. Oh, Moment. Was sehe ich da? Bitte nimm da in der Videobiebe raus. Die Leute haben sich den Laden schon rausgesucht. Na, das will ich auch nicht. Dann schreibe ich mal gerade. Da muss ich kurz mal eine Sekunde. Guckt euch einfach kurz mal den Regen an. Dann schreibe ich mal kurz dem Tano, dass er da was rauswerfen soll. So. Wir raus. Danke für den Tipp. Das wollen wir natürlich nicht. Das gibt am Ende ja nur mir Probleme. Okay. So, jetzt sind wir wieder da. Sekunde gerade mein Handy wieder anstromen. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es aber. Jetzt geht's. Da geht der Puls gleich hoch. Ja, das ist der Pulsmesser. Ich bin mir nicht sicher, wie gut der wirklich ist. Er hat aber gute Bewertung bekommen. Unnerving Combat. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die mich erwarten. Ist so ein relativ okay eingerichtetes Zimmer, aber man sieht auch, da ist noch einiges zu tun. Man würde sagen, rustikal 2000 Euro pro Monat. Ich hab V-Sync komischerweise ich hab's eigentlich an. Lass mich noch mal gucken. Ja, ein. Also, da unten ist jetzt ein bisschen das Bild zerrissen. Ihr seht's vielleicht. Komisch. Das sieht wahnsinnig gut aus, oder? Also, das ist unfassbar gut. Nein, ganz kurz zur Erklärung. Resident Evil 3 Ego Perspektive ist nur hier so. Nur am Anfang, wenn ich mich nicht täusche. Ja? Oh, ah, auh, 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 Ah, oh, auh, auh, auh. Auh, non seconds. Whoa. Oh. Ende. Game over. Nein, ist natürlich nur der dramatische Traum am Anfang. Offenbar ist sich ihr schlimmster Monat. Danke, Dämonic Fox und Divine Young. Noch drei Tage kann mich diese Stadt malen. Geschehnisse in Raccoon City. Wenigstens einer, könnte man sagen. Auch sehr schön, dass hier hinter dem Bericht sehen wir das alte Bild mit dem Stars Team. Auch Barry und so dabei sind, sogar Wesker. Ich bin ein bisschen krank, deswegen sage ich schon mal, sorry, wenn ich ein bisschen schniefen und husten muss. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits zwei Tage vergangen. Oh Gott, es tut mir leid, aber es ist nochmal ihre Stimme. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Stars Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass er hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person, durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen. Die infizierten Aas gefressen haben. Man könnte noch hinzufügen, Ratten. Ratten und Mäuse hat man jetzt vergessen. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich, abgesehen von ein paar Schlafproblemen, in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht zu hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Ich kann das gut verstehen. Man hat natürlich mega Angst, wenn man gesehen hat, was mit den Leuten passiert. Aber nach einem Monat, beziehungsweise, naja, das ist schon eine Weile her, kann man sagen, okay, grünes Licht. Das ist natürlich entweder eine Hommage oder ein kleiner Callback zu Resident Evil Zero oder eben der Grundstory von Resident Evil 1. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden an Bürgermeister Warren. Kontrolliert praktisch die Stadt. Ja, Korruption, wohin man schaut. Und da muss ich an die Rick and Morty Folge denken, wo es um diese roten Schnüre geht. Ist immer noch eine sehr, sehr gute Folge. Ah, hier, da haben wir sie, ne? Die Mrs. Birkin, die wir ja eben erst in Resident Evil 2 bis zum Ende begleitet haben. Die Raccoon Times. Pope may visit. Okay. So, ja, ein weiterer Zettel. Brief von einem Kollegen. Angel Valentine. Hey, du Ass, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Ions dich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Der sollte dir eine Medaille dafür geben, dass du sie im Juli aus dem Höllenloch geschafft hast. Hier gehen wir natürlich aus von Resident Evil 1. Natürlich wirst du da nachforschen und Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung übe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns so plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es gibt Schlimmeres, ne? Ach, das war natürlich wieder Brad. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City? Ich hab mir schon gedacht, dass du eine Suspendierung nicht einfach so hinnimmst. Ich versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wenn du versuchst, ihr Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Brad the Chicken Vickers. Stars Alpha Team. Für immer und ewig. Abwarten. Ich hab dich... Ja, wir wissen alle, wo er endet. BS. Chris musste diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Das finde ich eigentlich schön. Dass man so wirklich diese Kameradschaft merkt unter den Starsmitgliedern. Man fragt sich aber auch, warum ist sie... sitzt sie nicht mit Barry und Chris und allen anderen in irgendeiner Talkshow und redet den ganzen Tag lang bei Markus Lanz darüber, was Umbrella für ein hinterhältiger Drecksladen ist. Das frage ich mich immer. Warum müssen sie noch Beweise forschen? Sie haben doch wirklich genug Beweise. Mein Gott, sie hat garantiert 10 oder 20 Bissspuren von irgendwelchen Wissenschaftlern. Ah, hier ist so viel versteckt, der Kendo-Waffenshop. Es ist wirklich schön gemacht. Man kann sich allein hier stundenlang umgucken und wir reden hier nur von zwei Räumen. Aber ich finde, hier wird auch schon ein bisschen der POV, die Ego-Perspektive, wird hier schon ein bisschen vorweggenommen aus Teil 7 und 8. Das funktioniert gut. Was ist hier noch? Ja, ein paar lustige kleine Fotos, okay. Nichts wirklich besonders Aufregendes, aber irgendwie guckt man es sich gerne an. Sie ist offensichtlich auch keine große Abwäscherin. Und ich würde sagen, ihre Nahrung nimmt sie doch am liebsten flüssig zu sich. Aber das kann ich nach all dem, was hier passiert ist, echt total gut verstehen, um ehrlich zu sein. Grüße an Erich von Stottelmeier. CLX 11 und Frag Day. Oder Frag Day. Das ist aber der Part, den ich eigentlich am liebsten sehen würde. Leider ist der Empfang schlecht. Und ein bisschen die Berichte über das, was da gerade passiert, würde ich schon gerne mitkriegen. Ich mag es immer sehr in diesen ganzen apokalyptischen Spielen, wenn... Wie willst du denn da schlafen, Mädel? Wenn man die Nachrichten sieht. Das finde ich immer sehr interessant. Nachrichten in solchen apokalyptischen Szenarien. Das sind nicht nur Nasentropfen, würde ich mal behaupten. Okay, ich sehe schon. Ich muss mich jetzt langsam rausbewegen. Wir können hier nicht ewig... Hier nicht ewig sein. Ähm, das Paketshop-Video ist gerade offline gegangen. Ähm, ja genau, so soll es sein. Danke an Eduard Laser wieder mal. Und Thronekill, danke für die Info. Nein, also sowas wie IRL-Trolling und, ähm, das, das Harassing von irgendwelchen Paketshops, mit denen ich vielleicht meine Probleme habe. Aber ihr vielleicht gar nicht. Das muss ja nicht sein. Ich kann aber sagen, ich habe mich tatsächlich bei GLS, äh, via E-Mail beschwert. Und bin mit denen auch in Kontakt. Die versuchen gerade eine Antwort vom besagten Paketshop zu bekommen. Ähm, weil ich das nicht einfach so, das lasse ich nicht einfach so sitzen. Da möchte ich auf jeden Fall eine Antwort haben. Ähm, so lasse ich mich nicht behandeln. Aber, das Internet nutzen, um Leute zu trollen, das ist natürlich ungeil. Und hätte ich auch dran denken müssen, um ehrlich zu sein. Ist schon meine Schuld. So. Sie haben mich zu Hause festgenagelt. Die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr von ihrem weißen, von ihrem Fenster aus. Sind das Ions-Männer? Umbrellas? Ich weiß es nicht. Und es macht auch kaum einen Unterschied. Ich weiß, was die zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern. Wollen mich schikanieren. Bis ich aufgebe. Und es funktioniert. Ich esse kaum. Kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch. Fühle mich wie eine lebende Tote. Oh, das ist auch von ihr. Naja, egal. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde oder was immer die auch mit Leuten wie mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Umschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht. In fünf Tagen. Wünsch mir Glück. Das ist, glaube ich, ein Zettel von ihr gewesen, oder? Ein Brief. Klang erst mal wie ein Brief, den sie bekommen hat. Okay. In wenigen Tagen werden wir hier rausgebracht. Aber ich glaube, das wird vorher... ...einen anderen Verlauf nehmen. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder auf... ...die Toilette ans Bad, irgendwie. Ja. Dasselbe einfach nochmal. Ganz alte Horror... ...Filmschule. Den Albtraum nochmal erleben. Okay. Danke, Lizzy2B und FreeMarket. So, und damit haben wir jetzt endlich auf unsere... ...geliebte Third-Person-Perspektive wieder zurück. Ah, was hat sie denn da drin? Ein bisschen japanisches Essen, ein Baiser, ein Donut, Bier, Bier, Bier... ...ganz viel Milch, eine Gallone-Milch... ...und Brotteig. Danke, auch Klingone23. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus, da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Shit. Oh, das sieht aber auch geil aus. Oh. 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 Ah, der klassische Bösewicht-Fehler. Nehmen und werfen. Das macht man nicht. Direkt das Genick brechen. Du machst die Tür zu bei dem, der ist grad durch die Wand gekommen. Was zur Hölle ist das Ding? Ja. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ah. Irgendwas zu nehmen? Nein. Ergrüße an Lord Stromberg. Schön, dass du da bist. Was zur Hölle? Oh shit, die Kacke ist wirklich at the dampf, ey. Nein! Au! Das tut mir richtig leid. Man hätte ihm ja vielleicht auch helfen können. Oh, was ein geiler Anfang, oder? Das ist natürlich komplett neu. Der war im Original nicht drin. Ah, das hab ich auch toll gemacht. Die hat aber auch fast schon Glück im Unglück, dass sie immer genau strategisch in die richtigen Ecken geworfen wird. Ah, komm. Fuck! Der Ein-Mann-Aufzug. Nemesis. Ein-Mann. Eine-Ha-Ha-Hauswand. Alter, die arme Frau. Lass die doch mal in Ruhe. Der Ein-Mann-Aufzug. Oh. Jetzt bin ich erstmal ne Weile ruhig, weil gerade die Atmung am Anfang ist wirklich ganz schön geil. Ja, komm schon. Die Kaution kriegst du eh nicht wieder. Oh, ist das toll. Ich liebe es ja mir sowas anzugucken. Oh, ein letzter Blick, um sich die Kaution zu sehen. Dieses Chaos einmal komplett anzugucken. Ich find's auch schön, dass die Brad nachträglich hier mit diesem Teil nochmal ein bisschen rehabilitiert haben. Weil er war ja eigentlich ne feige Sau und hier hilft er uns wenigstens. Hier rettet er uns. Scheiße. Ah. Aber alle Starsmitglieder sind doch geheilt, sind doch quasi unangreifbar. Ihr habt doch Plot-Armor. Selbst du, Brad. Ach, warum soll ich jetzt hier meine ganze Muni verballern? Zwei Schüsse. Gehen Sie zum Dach des Parkhauses. Das Parkhaus. Das ist klar. In seinem Tiny House. Okay, ich kann es aber verstehen. Der will lieber Containern. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Tja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Kann ich noch mehr mit dir reden? Können Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das hat dir ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst dir einen der Freaks an Schellen anlegen. Also ich muss mal kurz, jetzt wo ich mal einmal durchatmen kann, muss ich mal eins kurz sagen. Weil ich weiß, Resident Evil 3 kriegt ja auch relativ viel Hate. Also Hate in Relation natürlich. Aber ich finde immer noch, das ist ein richtig tighter, nicer Anfang. Der ist halt ganz anders, als man es von Resident Evil 3 Nemesis kennt, dem Original. Da ändern sich auch viele Sachen noch im Verlauf des Spiels. Aber es wird direkt gezeigt, hier geht es jetzt nicht mehr nur um die Stadt und Zombies und irgendwelche Mutanten. Sondern hier geht es hauptsächlich um Jill und um den Nemesis. Also das Nemesis-Programm sozusagen. Also das finde ich ziemlich cool gemacht. Und ich liebe es, diese Stadt in Chaos versinken zu sehen. Ich finde nichts toller als sowas. Das ist mir fast zu kurz. Das kommt mir fast zu kurz. Das fand ich aber schon bei Resident Evil 3 ganz toll, beim Original. Dass man halt endlich mal mehr in dieser Stadt rumlaufen kann. Für immer Parkwächter. Das ist ein Job jetzt. Ballern, Junge. Ballern! Ich bin ja nicht bescheuert. Das wird schön alles aufgehoben, die Munition. Die werde ich jetzt nicht an diese Plot-NPCs vergeuden. Kick! Ja, Mann. Das ist Aufzug! Komm schon. Hey! Komm schon! Hey, schnell rein! Entschuldigung. Nein heißt nein! Ach, ich hatte schon wieder alles vergessen. Wie geil ist das denn? Muss ich jetzt echt mal sagen. Das ist Hammer. Danke, CRS65. Und auch Ed Forelle. Und all die anderen Leute. Stimmt, ihr habt recht. Die Selbstszene gibt es in Race Level 7, ne? Mit dem Auto in der Garage. Ja, ihr habt recht. Da ist es aber natürlich der... der Vater der Familie. So muss was aussehen. Hey, Arschloch! Shit. Da war schon der Raketenwerfer. Enrico! Nein, nimm den bitte mit! Ich bin Carlos. Ach Carlos, ne? Nicht Enrico, ne? Carlos. Da hat er den Raketenwerfer liegen lassen. Ich kann es kaum glauben. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Ich dachte, der heißt Enrico, aber Enrico ist ja aus dem ersten Teil. Vergebt mir. Er ist ja der, ähm... Ja, oh! Ich liebe diese Kinoplakate. Sie waren nicht weg. Sie waren nicht weg. Sie waren nur schlafen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Er sieht total aus wie Well Kilmer, oder? Hier rechts. Ach toll. Ich mag sowas. Expanded... Universe. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Carlos arbeitet ja auch für Umbrella, ist aber trotzdem einer der Guten. Also, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermental Service. Kurz UBCS. Na super. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wovon redest du da? Wir sind nur hier, um zu helfen. Was hast du gegen Umbrella? Was hast du gegen Umbrella? Was ne Frage. Deine Firma ist für diese Infektion verantwortlich. Ja. Über den ganzen Kram weiß ich nichts. Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich geh zum Schutzraum. Kommst du mit? Ach, Carlos. Komm. Hier geht's lang. Du wunderschöner Naivling. Ich würd so gerne deine Locken, deine Locken, weiß ich nicht, zu Cornrows rollen. Und währenddessen mir dein ganzes Gelaber über Umbrella, warum die eigentlich so cool sind, anhören. Aber ich muss mir leider die ganzen Pakete, äh, die ganzen Plakate angucken. Skull Stalker. Big E. Oh, das ist nice. Mega, man. Das wird den Sier freuen. Das werde ich ihm mal zeigen. Komm, ich mach mal für den Sier, mach ich mal ein Bild. Weiß nicht, ob er das wirklich gut findet. Das war übrigens mein, ähm, das kommt von meinem Handy hier. Ich mach ihm mal, mach mal schön von ihm so ein Bild. Wenn ihr Bock habt, äh, bei Sier mal rein zu gucken. Der spielt nämlich auch, glaub ich, jetzt die Tage, spielt der die Retro Resident Evil. Da haben wir uns, glaub ich, ganz gut abgesprochen. Er spielt die Alten, ich spiel die Neuen. Und wir beide spielen aber generell Resident Evil sehr gerne. Bupitip. 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 Untold Tales, find ich auch sehr interessant. Da gibt's nämlich eine, ein Spiel zu, äh, Lovecraft, glaub ich. Das heißt auch so. 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 Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von Starz. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Ich bin UBC als Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der hunderttausend Zivilisten werden wohl tot enden. Äh, Korritur. Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen's nicht allein. Okay. Ich helfe. Ich bin auf Wernseite. Aber ich bin auf Wernseite. Nicht auf Wernseite. Oh hey. Alles wir haben wollen dasselbe. Die Frisur. Die sieht einfach echt aus. Ich kaufe der das 100% ab. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß was das ist. Ich weiß was das ist. Aber hier mach ich das jetzt mal. Auf dem Schlachtfeld ist eine Knarre ohne Muni. So nützlich wie ein feuchter Furz. Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombinationen ins Hirn. Da wollte aber jemand unbedingt edgy sein. Ja, hier die üblichen Kombinationen. Wir kennen sie. Wenn ihr euch ausgestattet habt, kann die Party starten. Gebt diesen untoten Drecksäcken was zu fressen. Passt nur auf, dass ihr nicht selbst zum Nachtisch werdet. Na? Okay. Kurz mal an der Stelle auf die wunderschöne Musik hinweisen, die jetzt gerade anfängt. Und das Schöne an 3 ist ja, man hat sich wirklich gewünscht nach dem zweiten Teil, nach dem ersten Teil mehr von dieser Stadt zu erleben. Man kennt ja nur die Rendervideos aus dem zweiten. Man ist in sehr begrenzten Arealen unterwegs in beiden Teilen. Es hat wirklich extrem gefehlt, dass man einmal sieht, was denn der Normalbürger so erlebt in dieser Zeit. Die Kannibalenmorde. Die ganze Geschichte. Im Morgengrauen des 25. September erhielt das RPD einen verzweifelten Anruf, der einen Überfall meldete. Ein als wie ein herumtreiber, zerzauster Mann griff ein Passanten nördlich des Lamp Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllcontainern in der Nähe die verstümmelte Leiche einer Frau. Dutzende Bissspuren überzogen ihren Körper und sie war zerstückelt worden, was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignete. Wer ist also der Täter? Wer kaut auf Menschensteak? Wir vom News Comet haben das nagende Gefühl, dass die Patienten der sogenannten Kannibalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelte, sich nicht mit dem Cafeteria-Essen zufriedengeben. Ha! Unsere Reporter haben das Spencer Memorial infiltriert, harte Fragen gestellt und sind mit Horror-Geräusern Geschichten zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Erfären sie alles auf der nächsten Seite. Das Schillen ist auch die ganze Geschichte und dann sind das zwei winzige kleine Abschnitte, wo dann einfach gesagt wird, alles auf der nächsten Seite. Also eine weitere Seite haben wir noch. Na gut. Ticke, 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 ticke. Oh, ich muss mal... Moment. So, ganz kurz. Ich werde jetzt eine Sache mal kurz ankündigen. Ich habe nämlich mit Twitch geredet wegen meinem Werbeproblem. Und die kümmern sich drum, aber sie haben mich gebeten, dass ich die Werbung jetzt erstmal ausstelle. Und das werde ich jetzt auch machen. Es sollte also jetzt erstmal keine Werbung mehr kommen. Um ehrlich zu sein, weiß ich aber nicht, ob das wirklich auch funktioniert. Muss mal gerade gucken, wie kann ich denn die Werbung ausstellen? Hm, okay. Geht leider im Moment nicht. Aber ich will nur sagen, wir sind da dran und die nächsten Tage wird das gelöst. Endlich. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Und wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Oh, ich habe kein Messer. Aber natürlich ist diese Kiste, glaube ich, zerstörbar. Da gehe ich stark von aus. Ja, und hier könnte ich jetzt auch natürlich irgendwas aufmachen, wenn ich dafür den passenden Schlüssel hätte. Das ist aber alles, glaube ich, für später. Ich kann natürlich auch drauf ballern, aber da warte ich doch lieber noch auf das Messer, oder? Ach, ich habe das ja schon. Hm, dann machen wir das so. Und schon weiß man, man ist in einem Resident Evil, wenn solche komischen Gegenstände im Raum stehen, wo man echt erstmal fragt, was soll das überhaupt sein, außer einer Uhr? Kommorating, the grand opening of the Kite Bros Railway. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige, was auch immer einlege. Ja, haben wir aber noch nicht. Ah, wobei. Die Munition können wir uns eigentlich gleich geben. Oh, ein weiteres Material von UBCS. Hier beim UBCS brauchen wir keine Weicheier, die bei jedem kleinen Kratzer zurück zur Basis kriechen. Wenn ihr jemanden wollt, der eure Wehwehchen wegküsst, versucht es woanders. Große Jungs mischen sich ihre Arznei selbst, also hämmert euch diese Rezepte in den Schädel. Ich würde gerne wissen, wer die deutsche Übersetzung gemacht hat. Das soll alles gewesen sein. Jetzt Schluss damit und holen wir uns ein Bier. Ey, die deutsche Synchro, die deutsche Lokalisierung ist einfach der Hammer. Ich meine, wer schreibt sowas in so einen Plan? So, dann holen wir uns alle ein Bier. Soll ich jedes Mal, wenn ich das lese, ein Bier holen? Soll jeder, der das liest, sich ein Bier holen? Was ist da der Gedanke dabei? Vor allem, was hat das Bier denn damit jetzt zu tun? Wenn du dir ein Bier holst, bist du doch eher weniger gut beim Zielen und Schießen und alles. Genau, wir alle sind hier wegen dem Bier. Wir Überlebende. Wir müssen die Bahn in Gang kriegen. Und schon weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich hier überall hin kann. Aber ich kenne natürlich mittlerweile das Gameplay, man muss einfach alles absuchen. Aber es ist nicht so, als ob ich mich hier zurecht finde. Auf der Karte ist ja immer ganz gut zu sehen, ob man irgendwo was liegen gelassen hat an Items. Hier zum Beispiel zu sehen an der U-Bahn-Station. Und das hilft enorm. Shit. Erstmal hier ein bisschen ins Licht vielleicht. Ich will auf jeden Fall Munition sparen. Oh Mann, ich glaube, das klappt nicht, ne? So, hier. Vielleicht bringe ich sie alle... Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Geil! Alter, wie cool ich da ausgewichen bin. Ha, da guckt er blöd. Mit offenem, leeren Maul. Könnt ihr mir noch gerne die ganze Zeit hinterherlaufen. Mir ist egal. Ich bin Jill Valentine. Überlebenskünstler. Survivor. Das wäre so lustig gewesen, wenn das jetzt nicht aufgehen würde und ich doch wieder zurück müsste. Kann man den Biersong käuflich erwerben? Nein. Leider nicht. Ich würde ihn sehr gerne als Song irgendwann mal fertig machen und auf Spotify stellen oder so. Oh, wenn die nicht gleich kommen. Ich sehe es kommen. Die kommen. Carlos, ich habe die Hauptstraße erreicht. Wo bin ich jetzt? Siehst du einen großen Strom hast. Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wohl doch bestimmt wird er das Feuer fertig. Leck mich. Also, man kann, wie gesagt, viel meckern über das, was hier passiert. Aber, gerade dieses Chaos wird wunderbar dargestellt, finde ich. dieser Wahnsinn um einen rum. Und man weiß ja gar nicht, wo man hin soll. Aber man, ich wollte natürlich ihm ins Knie schießen, damit er kurz wartet. Aber das hat ihn gar nicht interessiert. Okay, hat aber gut geklappt. Trotzdem wünscht man sich, dass man das noch hätte besser machen können, irgendwie. Jetzt einmal nochmal alles nachgucken. Hier irgendwas liegt hier nämlich noch rum. Irgendwas hier ist noch. Ah, da brauche ich wieder... Da ist dann wieder Schneid-Zeit. So, ich kann hier runter, ich kann aber auch da vorne weiter. Gucken wir erstmal hier. Ah, machen wir gleich. Ich muss das lachen. Ah. Man fragt sich schon, soll ich nicht die Muni lieber sparen? Ist hier noch irgendwo ein Fass? Ne, ne? Weil hier muss ich noch häufiger hin. Das könnte sich schon lohnen. Ja, komm, wir machen die jetzt. Wir haben ja genug Schuss im Moment. Ja, Mann! Ich wusste es, dass du nochmal aufstehst. Du hast doch schon so da gelegen. Oh, was geht hier? Der kann auch seinen Ausweissschritt machen. Shit! Ich dachte, ich kann cool und galant an dem vorbei. Was ist mit dem Ding hier? Ah, geht nicht. Okay. Hier ist noch was. Jetzt haben wir auch alles. Bitte geh auf! Sehr gut. Das soll ich das mitnehmen. Das ist nicht genug. Es ist sicher, dass ich nicht nur in Berlin verwendet habe. Nein, nein. Ich bin nicht vers probably mit dem Platz. Nein, ich bin einfach. Ich mache das mit Gefängnis. Leute, ich bin nur in der Fall. Ja. Ich bin nicht viel gefühligt. Ich bin nur in der Fall. Danke, Sensei. Ich muss mal ganz kurz vielen Leuten danken. Danke, DickTurt. Danke auch B4. Danke, LifelsJustDropTV. Danke, Fesi. Danke, CRS65. Das habt ihr schon verdient, dass man zumindest kurz mal Danke sagt. Ihr alle habt einen Sub abgegeben. Und damit supportet ihr natürlich diesen Kanal. Und deswegen habt ihr das auch verdient. Oh nein, die dummen Schmuckkästchen, ey. Niemand will eure scheiß Schmuckkästchen haben. Oh, ihr seht auch gerade die Bildfehler, ne? Komisch. Irgendwas ist da. Ich kann nur auf diesem Bildschirm gerade gucken. Und wie kriege ich das auf? Da. Danke, Hotte4. Offenbar so gefährlich, dass man ihn irgendwo hineinstecken kann. Ich würde sagen, alles bis zu einer gewissen Größe kann man irgendwo hineinstecken. Aber ja, ich verstehe schon, was sie meint. Aber frag mal irgendwelche Proktologen, was die schon alles in der Notfallmedizin rausnehmen mussten aus Leuten. Danke, Klausi Bert Pechstein. Oh, ist das geil. Das sieht so lecker aus. Also, eigentlich müsste sie sich jetzt mindestens einen Donut nehmen. Ich habe ja gesehen, was da alles in ihrem Kühlschrank, in ihrer Wohnung ist. Das sollte genau ihre Nahrungsmittelgruppen sein. Zuckerguss und dann Donut Grundstoff. Hier ist noch was, oder? Ja. Ah, das Ding. Okay, das ist natürlich der Grund, warum es hier noch rot ist. Hier kommen wir also nochmal hin. Shit. Wie kriege ich die jetzt alle dahin? So. Ah, nee. Ihr sollt da gefälligst dran vorbeilaufen, an dem Fass. Oh ja, das ist gut. So habe ich es gern. Komm, der rechts auch nochmal, bitte? So, könnt ihr kurz alle mal lachen? Hey! Der steht doch auch noch auf. Hier ist so viel los, dass man überhaupt nicht weiß, wo man am besten hin sollte. Wo gehe ich als erstes hin? Warum? Der dicke Kerl schafft es sich komplett an mir hochzuziehen. Das sollte er gar nicht. Warning. Das gibt es doch nicht, du dummes Hauch! Jetzt kann ich es mir auch sparen. Jetzt spare ich mir den Kerl. Ah, shit. Oh, 9-3-7. 9-3-7. Merken wir uns. Ah, Gott! Jetzt habe ich aber auch keinen Bock mehr. Du kriegst jetzt gleich wirklich einen Schuss ab. Ich kann es auch. Ich weiß, das ist mega dumm gerade. Ich kann es auch kaum glauben, ey. Dieser eine Typ, ne? Ja, jetzt beiß einfach zu. Gönn dir. Wie lange der noch gewartet hat. Ja, das war doch massiv schlecht gerade. Danke, Mr. Grumpy Guy. Haben wir alles hier so? Ja. Hier noch irgendwas? Ne, ne? Da auch nix. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder hier hin. Ne, falsche Tür. So, euch wollen wir nochmal haben. Genauso wie eben. Das hat gut geklappt. Da haben wir uns alle an den Plan gehalten. Ne, ne. Hier. Hier. An der Seite. Du auch da hinten. Guck guck. Immer wieder gut. Okay, diesmal werde ich erstmal woanders schauen. Hier geht es wahrscheinlich nicht. Und hier um die Ecke muss ich auch nochmal. Ist man gewöhnlich nach einem Zombie-Biss nicht infiziert? Nein. Die haben natürlich alle Plot-Armor. Außer Brad Vickers. Ey. Du Sau. Sag mal. Ich kann es kaum glauben. Man ist hier wirklich ständig unter Feuer. Man wird permanent angegriffen. Auch an Stellen, wo man es halt überhaupt nicht erwartet hätte. Na, bist du noch da? Bist du tot? Der steht doch wieder auf. Ah! Jetzt ist er aber tot. Jeder Schuss, der daneben geht, der sitzt tief. Der tut richtig weh. Okay. Okay, erstmal hier lang. Das ist halt so viel, was man hier absuchen kann. Danke, Mr. Dax. Und Mr. Grumpy Guy. Wie gesagt, wir gehen jetzt alles systematisch mal nacheinander ab. Jetzt gerade sind wir, okay, immer noch am Anfang dieser Straße. Gehen hier mal ins Gebäude. Ich muss den Ausweichern noch mehr lernen und vor allen Dingen auch hier so, genau, auch mal nach hinten ausweichen. Oh, damit müssen wir, glaube ich, das Feuer löschen, oder? Nehmen die einfach so den Löschlauch mit. Moment, was sehe ich denn da? Oh, das will ich haben. Das will ich haben. Notiz eines U-Mann-Angestellten. Die Gewalt wird jeden Tag schlimmer. Habe uns jetzt eine Flinte besorgt für den Fall, dass bald das Fass überläuft. Ich werde nochmal los. Patronen holen. Ich schließe die Flinte erstmal im Kasten ein. Da sollte sie vor Dieben sicher sein. Wenn alles dem Bach runtergeht, schneidet die Kette durch und benutzt die Waffe. Ich bete, dass wir es alle heil überstehen. Man, die sieht auch gut aus, wie die da rumliegt. Überraschend viele offene Türen. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Hm. Keine Reaktion. Gleise neu eingestellt werden. Wenn das System eine Route als unsicher einstuft, wird ein Fehler zurückgegeben und der Betrieb kann nicht aufgenommen werden. Überall der geile Scheiß weggeschlossen. Oh shit, hier komme ich gar nicht weiter. Ja gut. Ich mache das kurz einmal. Aber ich habe doch gar nichts, oder? Nee, habe ich ja nichts dafür. Natürlich. Oh, der ist schön zusammengekracht. Da hat er wirklich gerade alles verlassen. Eieiei, der Schritt sieht aber auch nicht mehr ganz sauber aus. Und weiter geht's. Hier gehen wir jetzt wieder an die Stelle, wo wir eben gestorben sind. Aber diesmal lassen wir uns nicht von dem dicklichen... Ja, dem dicklichen, äh, dicklichen... Was ist das? Security? Nee, was macht der hier? Ähm... Straßenbauamt. Ach, komm. Das hast du jetzt davon. Für das Anknabbern. Für das Anknabbern. Ich mache mal ein Foto. Ich mache mal ein Foto davon. 9, 3, 7. Wenn wir das nicht später nochmal brauchen. Was, wo? Oh, ich dachte... Ich benutze jetzt, obwohl den großen will ich mir lieber aufheben. Das Mac-Munition kriegt man hier nämlich auch. Und das ist schon besser. Aber hier ist das Messer deutlich besser zu benutzen. Zumindest wirkt es mehr wie eine eigenständige Waffe und nicht wie so ein kleiner Bonus. Habe ich noch? Ja, jetzt haben wir alles. Ah, selten sah Zerstörung so zufriedenstellend aus. Also wirklich. Und natürlich wird es auch durch diese überall zerstörten Gebäudeteile und alles wird einem natürlich ein etwas schlauchigeres Level-Design. Wird einem quasi untergejubelt. Aber man nimmt es gar nicht so richtig wahr als Schlauch. Weil man ja das Gefühl hat, ich kann hier überall hingehen, nur eben nicht da, wo Autos quer auf der Straße stehen und Feuer fangen. Hurra! Habt ihr das gesehen? Ein Schuss nur. Alter. Melonenkopf. Also ich traue, der liegt da rum, aber dem traue ich auch nicht. Traue keinem Zombie mehr, der hier einfach nur rumliegt. Na gut, dir traue ich gleich doch. Tagebuch des Drogeriebesitzers. Dieses neue Haarwasser von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Das Zeug von denen wirkt immer Wunder, überrascht mich also nicht. Ich hatte schon damit gerechnet und eine riesige Ladung bestellt. Meine Instinkte haben sich ausgezahlt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin mir sicher, die Verkäufe werden noch anziehen, wenn sich das rumspricht. Allerdings machen mir diese Gewaltausbrüche Sorgen, die man in den Nachrichten sieht. Vielleicht sollte ich in einen guten Safe für das ganze Geld investieren, das ich verdiene. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt diese Kombination. Noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aquacure-Königin. Und sie würde nie einen Dieb verraten. Sie würde sie nie einem Dieb verraten. Aber ich würde sagen, dieses Tagebuch, also jeder halbwegs kompetente Hauptschüler könnte rausfinden. Er hat es ja sogar umkringelt. Also bitte. Das finde ich sehr schön. Das finde ich eine sehr schöne Ergänzung, dass man das jetzt einfacher kombinieren kann. Also, das war 9. Ich kriege es aber nicht mehr hin. 9, 3, 7. Ihr habt es schon für mich rausgefunden. Da brauche ich gar nicht mehr das Ding angucken. So eine Lampe wäre auch nicht schlecht. Die würde ich auch mitnehmen. Ich würde gerne wissen, ob da irgendwo ein Fass ist. Ja, da höre ich doch schon ein. Mampfen. Ah, das ist ärgerlich. Ich muss eine Kiste holen. Ich muss direkt wieder zurück zu einer Kiste. Hier sind noch Items. Ja, hier ist jetzt natürlich das Fass, was ich gerne unten hätte. Das ist auch ein großes, ne? Jetzt hole ich mir Magnum. Ne, Flintenmunition. Ah, okay. Ey, 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 ey. Ich wollte doch gerade weg. Ich wollte doch gerade weg. Unfair. Jetzt habe ich hier alles. Warum soll ich hier noch weiter sein? Hier gehe ich nicht mehr hin. Aber eigentlich will ich ja nochmal dahin, wo ich eben war. Das ist ja alles noch gar nicht richtig. Ah, hier. Okay. So, als bin ich immer in den Feuerschlauch los. Was macht denn da die Jill mit dem dicken Rohr in der Hand? Das spritzt aber auch. Boah. Aha, richtig gut abgespritzt. Gut gelöscht. So. Ich habe das Gefühl, das dauert nicht mehr lange. Danke. Oh, hits me, Felix. Ach, du Scheiße. Moment, du sollst hierher kommen? Ne, auch nicht. Naja, ich wollte die mit dem Fass erledigen. Aber das mache ich dann vielleicht bei der nächsten Runde. Ah, das gibt es doch nicht, wie die sich immer anschleichen. Also, ich glaube ich bin der einzige Runde. Ich bin der letzte Runde. Okay. 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 Ja, jetzt könnten wir den Rundgang einmal nochmal starten, aber eigentlich geht es mir ganz gut. Ja. Eigentlich bin ich ganz happy damit. Jetzt nochmal hochgehen, nur um die beiden Zombies zu erledigen mit dem Fass. Nee, wir haben ja jetzt hier einen Shortcut freigeschaltet. Also gehen wir jetzt einfach hier weiter. Mein Gott, sie braucht dringend mal. Okay, dann gehe ich doch nochmal runter und gebe mal die Sachen ab. Platz braucht sie. Hast du für 5 und 6 schon Keys angeheuert, dein Partner zu sein? Hat 5 einen Koop-Modus? Oder ich dachte 6 hat einen Koop-Modus. Ich weiß es gerade nicht mehr. 5 oder 6 haben beide einen Koop-Modus. In dem Fall würde ich mit Keys sehr, sehr gerne das machen. Aber erstmal spielen wir beide zusammen, ähm irgendwann diese Woche spielen wir Obscure 2. Ich glaube Freitag? Ja, kann ja eigentlich nur Freitag sein. Das Ding war eigentlich nur super. Ja, kann ja auch das machen. also ist das Ding ein paar Jausten. noch so Man Quindi 6 1. Dann bei 1. 0. 0. 1. falsche Tür ich wollte ja eigentlich oh ne hier haben wir auch schon alles ich wollte ja eigentlich jetzt durch den abgespritzten Raum das ist so ein bisschen wie die Crimson Heads die es hier leider auch nicht gibt aber man weiß irgendwann gehst du hier vorbei und dann reißen sie diesen Zaun ein guck ihn dir an ganz leer und lapperig liegt er da aber zufrieden er hat getan wofür er da war jawohl jawohl hallelujah Sorgi das Ding kann ich nämlich wirklich gut gebrauchen für all die anderen Türchen das machen wir natürlich auf das können wir uns nicht entgehen lassen auch wenn da nur ein Zombie dahinter ist seinen Namen kannte ich auch mal aber jetzt weiß ich auch nicht mehr oder auch nicht war das Michael was soll das ach ne er war infiziert vielleicht war er infiziert ihr Stars seid zimperlich darum sind so viele von euch tot und was bist du UBCS bringt seine eigenen Leute um er hätte sich verwandelt wo ist dein Überlebensinstinkt er ist das Gegenteil von Carlos unsympathisches Arschloch hast du mich gerade Weichei genannt ich dachte ich kenne ihn auch vielleicht ich dachte ich glaube weil wegen diesem Bandana ich dachte dass der auch im Original mit dabei wäre aber vielleicht ist er hier einfach nie wird nicht gebraucht 10. Juli 91 Kilo 12 Runden im Hof zweimal Zickeltraining leck mich am Arschgefängnis die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert für einen Job keine Ahnung wie die meine lebenslange Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden aber ist mir auch egal ich nehme was ich kriegen kann allemal besser als den Rest meiner Tage hinter Gittern zu verkacken ich muss wieder in Form kommen ah seht ihr auf jeden Fall er wird schon besser bin gestern entlassen worden und zu einem Trainingscamp des UBCS gebracht worden wo ich meine erste Kugel seit zwei Jahren abgefeuert habe habe ein stehendes Ziel auf dieser Entfernung um 5 Zoll verfehlt das passierte mir noch nie als ob ich alles vergessen habe aber egal ich werde schon wieder pass nur auf ok ich habe meine Zielgenauigkeit auf 3 Zoll runterbekommen fühlt sich verdammt gut an nach dem Mittag habe ich mein erstes Übungsgefecht der Käpt'n und die anderen sind gute Jungs aber dieser Nikolai das ist der Typ von eben ist ein verdammter Psychopath er hat mich als menschlichen Schild benutzt nur um ein paar Extrapunkte einzustreichen Murphy ist zurück Leute ihr werdet mich nie ach der heißt Murphy Murphy ist zurück Leute ihr werdet mich nie mehr ein Ziel verfehlen sehen morgen geht meine erste Mission los Straßengewalt in Raccoon City eindämmen ich glaube Jimmy hätte das gefallen mein Bruder war immer der erste der Leuten geholfen hat bis ihnen mir diese Straßenrowdies weggenommen haben jetzt bin ich dran etwas Gutes zu tun auf die einzige Weise die ich kenne also die Straßenrowdies sind die 20 Gangmitglieder die er erledigt hat womit man natürlich so ein bisschen diese Person im Graubereich verorten lässt aber doch eher in diesem positiven Graubereich der auch Batman versteckt also eigentlich war er ein guter aber hier wird er leider nicht mehr gebraucht schade fand den eigentlich ganz gut aber jetzt wissen wir halt äh um die Machtverhältnisse in diesem Team und ich fühle mich tatsächlich an die an die Russen erinnert nicht nur weil es Russen sind sondern auch weil die Art wie sie rekrutiert werden doch erschreckende Parallelen zur Wirklichkeit aufweist Moment das war doch hier eben ne doch das ist die Ecke mit genau ach vielleicht speichere ich doch nochmal ab aber ihr habt alle recht Carlos hat auf jeden Fall die schönsten Haare von allen Carlos ist so hübsch da würde sogar ich drauf springen das meine ich jetzt ernst der ist so ein hübscher Mann mhm mhm dem würde ich so gerne die Haare zwirbeln mein Gott so hoch und raus ist Nikolai Batman man weiß es nicht aber Batman stirbt nicht insofern kann das ja gar nicht sein ah das ist auch schön wie hier die verspielten Kreidezeichnungen der Kinder übermalt wurden vom Blut ihrer Eltern geh ich jetzt einfach mal davon aus dass das ihre Eltern waren Notiz eines Elektrikers ne wenigstens gibt's welche Generatoren für die freie Nutzung bereitgestellt von der Raccoon City Elektriker Gilde aufgrund der andauernden Stromausfälle hat sich die Gilde entschieden Stromerzeugungsaggregate an verschiedenen Stellen in der Stadt bereitzustellen jedem steht es frei sie zu benutzen beachten sie allerdings dass die Generatoren mit hoher Spannung arbeiten das ist dieses blinkende Ding was wir in dem einen in der einen großen in dem großen Areal unter der Treppe gesehen haben wenn diese Geräte Stößen oder Schüssen ausgesetzt werden können umstehende Personen einen Elektroschock versetzt bekommen das hätte ich also machen sollen da hätte ich mir noch Muni gespart alles kapiert wenn ihr einen Generator seht der Funken sprüht kommt ihm nicht näher macht keine Dummheiten Sicherheit geht vor wie man sagt wenn wir diesen Mist hinter uns haben habe ich garantiert eine Menge von kaputten Generatoren im Angebot euer Elektriker in der Nachbarschaft Sam ja neues Areal gucken wir uns an ist natürlich nice dass sie es einem jetzt erst erzählen weil dann hatte man so ein Erfolgserlebnis wenn man auf die Generatoren geballert hat bevor man das wusste der steht doch auf letzter Eintrag eines UBCS Soldaten der Mittlere Osten Osteuropa Ostafrika ich habe gedacht ich weiß wie die Hölle aussieht ich dachte ich kann alles aushalten egal was auch kommt aber dieser Job der sollte eigentlich leicht sein schnelles Geld das hatte ich mir verdient es ist alles auf einmal passiert unser Trupp war 30 Mann stark alle mit den neuesten Sturmgewehren ausgerüstet okay in dem Fall verschiebt sich die Realität der Russen in diesem Fall in Realität haben sie einen alten Schuh in der Hand aber hier haben sie die neuesten Sturmgewehre und doch wurden wir in weniger als 48 Stunden ausgeschaltet das passt wiederum ich habe genug Scheiße gesehen um zu wissen dass es immer noch schlimmer kommt und das war erst der Anfang vielleicht bin ich ja ein Feigling es ist mir egal dies ist der einzige Ausweg der mir noch bleibt ich hoffe nur dass mein Körper nicht wieder aufsteht nachdem ich den Abzug gedrückt habe der hat sich also selbst erschossen schön einmal weg suizidiert ähm ja ich weiß ja nicht ob er gebissen wurde und Angst hatte aber einfach nur um aus dieser ausweglosen Situation rauszukommen wäre das schon ein bisschen Overkill danke Tag 1 für dein Abo aaaah da kommen die Hunde ja komm um die Ecke komm um die Ecke damit ich dich um selbige bringen kann plups ist der eine komplett weg ja da ist er okay mir tut es ja ein bisschen leid für die Wauwies aber guck dir das an das ist nicht mehr normal Alter der kann seinen Kiefer aufklappen wie eine Anaconda wie die Stief äh Schwiegermutter von Al Bundy Na komm du willst doch runterfallen Simon hast du eigentlich den Stream von dem Russen mitbekommen in dem er 24 7 sein Gasherd anhatte und Grüße aus Russland als Überschrift hatte ne aber wenn Gas haben alles ist was du im Leben hast dann hast du eigentlich verdammt wenig habt ihr schon mal jemanden sagen können ich hab Strom ne ich hab sogar Benzin für mein Auto BÄM Junge das ist schon ganz schön äh ganz schön traurig eigentlich aber ja die können ja auch nichts für die sind halt leider gefickt so danke Tech1 warum ich ab und zu auf die Karte gehe ist wirklich nur um nachzugucken ob ich alles durchsucht habe das hätte ich eigentlich gerne so gehabt das alte Türspiel ne das alte Auf Zuspiel soll ich überhaupt mit ihr kämpfen ich mein sicher ich kann hier auch Sachen irgendwie aufmachen das ist ja ein Locker Room ne ist gar kein Locker Room das ist einfach nur irgendwelche Generatoren aber eigentlich würde ich oh ne es sind zwei ok komm das war nicht gut aber ich hab ein bisschen Panik bekommen ach da ist die aber erstmal gucke ich ob der Typ der ist nämlich ganz sicher nicht tot die Breiten mit ihren Sicherheitsjacken die halten immer extra aus als wäre das so ne ähm kugelsichere Weste dabei ist der einfach nur in den Technopartys der 90er hängen geblieben der hat einfach nie aufgehört zu feiern um ehrlich zu sein eigentlich müsste man sie jetzt hier in ihrem traurigen Los alleine lassen oder ach an den Dash muss ich mich noch gewöhnen der kann hier aber wirklich extrem wichtig werden wenn man den richtig einsetzt glaube ich ist der hinum stark aber da die Gegner ja auch so ne Art Dash haben ist es schon schwierig aber habt ihr die auch in der anderen Farbe die passt nicht zu meinem Oberteil Fax vom Leiter des Unterwerks an alle Mitarbeiter als Reaktion auf die gewaltsamen Ausbrüche in der ganzen Stadt haben wir einen geplanten Stromausfall eingeleitet sobald die Situation unter Kontrolle gebracht wurde reaktivieren Sie bitte so schnell wie möglich die vier Trennschalter sobald dies erledigt ist schalten Sie den Hauptschalter in der Schaltzentrale ein um das Stromnetz wieder zu aktivieren kann ich das jetzt hier machen ne ne ah da wird immer angezeigt wo ha sieht aber nicht so aus als ob hier noch alter sieht ihr das da ist ne riesige pulsierende Blubberwand das riecht wie Ich weiß überhaupt nicht, was da am Ende rauskommt aus diesem Kokon. Ich habe eine Idee. Ich will es jetzt aber auch nicht spoilern, aber ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich weiß natürlich, was im Original passiert, aber da gibt es so diese Art von Kokon. Kann ich mich nicht erinnern, den da gesehen zu haben. Das ist ja fast schon wie bei Alien. Oder bei Plague Tale. Läuft da jemand? Nee. Also ich würde nicht mehr rausgehen, um nach Chat zu suchen. Das tut mir leid, aber wenn Chat will, dann muss er sich selbst um sich kümmern. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht für dich. Der Schlüssel zum Hochspannungsabschnitt ist verloren gegangen und wir werden vor nächster Woche keinen Ersatz bekommen. In der Zwischenzeit wird ein Dietrich für den leitenden Mitarbeiter im Dienstberät gestellt. Also ist das der leitende Mitarbeiter namens Dietrich? Wir besitzen nur ein Exemplar davon. Von Dietrich. Ist ein Einzelkind. Dietrich ist ein Einzelkind. Das wir nicht verlieren dürfen. Behalten Sie es also in der Schatulle, wenn Sie es nicht gebrauchen. Können Sie alle bitte noch einmal nachsehen, ob Sie den Schlüssel nicht versehentlich mit nach Hause genommen haben. Wenn Sie ihn finden, bringen Sie ihn bitte zu Kate in der Verwaltung. Hier brauche ich den Dietrich, den ich aber nicht habe. Hätte ich nur meinen Dietrich. Also der Ekelgrad ist hier doch ziemlich hoch. Lag das jetzt daran, dass wir die Schatulle weggenommen haben? Ich weiß es nicht. So, wir machen mal kurz eine Untersuchung. Wir gehen dieser Schatulle auf den Grund, denn natürlich ist da der Dietrich drin, oder? Das kann es ja gar nicht sein. Ja. Ja, komm. Gehen wir, machen wir es gleich. Ich gehe aber gleich noch um die Ecke. Da, da sehen wir ja, da ist noch einiges um die Ecke. Aber erst mal hier lang. Oh, ihr wisst ja gar nicht, wie froh ich bin, dass ich das nicht hier wie ein Ebola selbst machen muss. Nicht mal... Ach, oh, 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 ne. Alter! Ohne vorher zu fragen. Ekelhaft. Jetzt bin ich, jetzt bin ich verseucht, ne? Da würde ich mir jetzt echt Gedanken machen. Heißt das jetzt, ich kann... Ich meine, es wurde ja gesagt, dass man den Parasit damit beheben kann. Ich nehme mal. Okay, das wissen wir jetzt auch. Das ist massivst ekelhaft. Oh, ist das geil. Die Atmo hier. Das ist halt nochmal anders als Resident Evil 2. Es ist nicht besser, aber es ist anders. Und das weiß ich doch sehr zu schätzen, dass sie immerhin versucht haben, was eigenes zu schaffen. Auch wenn man später sagen kann, sie haben viel Potenzial auch liegen lassen. Aber die Stimmung kriegen sie sehr gut hin. Ah, jetzt sind hier diese Viecher, ne? Scheiße. Ja. Forbidden Glory Holes. Scheiße, wie kann ich denn die mit dem Stromschocker kriegen? Vielleicht kann ich das gar nicht. Ah! Nicht schon wieder! Schon wieder voll geätzt. Oh nein. Das kannst du keinem erzählen, ey. Das ist ja wie ein normales Wochenende. Ah! Jetzt hört auf! Nee, hört auf! Jetzt ist wirklich Schluss. Ah! Alter! Das hört ja gar nicht mehr auf. Ja, wäre ich mal hier geblieben und hätte den Strom genutzt. Wirken Dreefs. Ha! Sehr gut. Wirken Dreefs. Ach, Leute, ihr seid lustig. Ich verstehe nur nicht, wie die sich haben ranschleichen können. Ah, jetzt zum Beispiel. Okay, ich schaffe das. Okay, ich schaffe das. Oh, was, die kommen aus den Luftschächten? Da muss ich mal drauf achten. Irgendwie stehen die, glaube ich, auf Elektrizität, oder? Weil die haben sich ja hier genau beim Umspannungswerk niedergelassen. Irgendwas finden die daran geil. Nee, runter. Da, da kommen die raus. Ja, klar. Aus den kleinen Pickellöchern. Ach, ach, ach! Hahaha. Ach, ach! Wusste ich doch, dass da noch einer ist. Na komm doch mal hoch. Shit. Der will nicht mehr. Danke. Ah. Danke. Tyski-Pilz. Tyski-Pilz. So heißt es. Tyski-Pilz. Was kommt denn? Nein. Nein. In diesen engen Gebieten ist es teilweise ein bisschen schwierig. Ah, ich verballer gerade zu viel. Aber es ist manchmal schwierig, die Kamera auch aufs Ziel zu richten, weil irgendwie alles ein bisschen eng ist. Und überall ist gekräusel hier. Ist ja einfach abgehauen. Der hatte noch einen Termin. Bruder muss los. Ah, shit. Zu früh nachgeladen. Sag mal, du kommst doch ganz sicher um die Ecke hier. Da noch einer alter Ekelhaft. Wat? Wo? Als ob die sehen könnten, wenn ich ziele. Oh. Ich renne. Ich baller jetzt mal nicht mit denen rum. Denn jetzt will ich hier eigentlich nur noch raus. Hier werde ich ja nie wieder hinkommen. Oh. Oh. Das hat mich ein bisschen fertig gemacht. Genau wie so ein schöner, fetter Eiterpickel. Kennt ihr das Subreddit Popping? Wo es nur darum geht, dass Leute teilen, wenn sie so Zysten ausdrücken und so. Ekelhaft. Das finden die jetzt aber richtig ungeil. Da haben die sich so schön Mühe gegeben, das aufzubauen. Okay, hier ist irgendwo noch ein Item. Es sei denn, die Schreibmaschine zählt auch als Item. Aber eigentlich dürfte die nicht zählen. Komisch. Nee, hier ist tatsächlich nichts mehr. Danke, Trophy Sven. Carlos, hier Jill. Der Strom, der U-Bahn fließt wieder. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay. Ich glaube, ich kenne das Gebäude. Wirklich? Klasse Partner. Ein Schritt voraus. Bin nicht dein Partner. Oh, es hätte jetzt nicht sein müssen. Ja, andere haben die Trophy Vibe. Ich habe Trophy Sven. Ja, wo ist der Dude von eben? Die eine Lady. Hm. Einfach weg. Ja, hier ist ja irgendwie. Nichts. So, jetzt gehen wir am besten nochmal zurück. Äh, zu den ganzen alten Locations. Hier sehen wir U-Bahn-Station. Äh, Donutladen und so. Und machen. Ah, hier können wir aber erstmal nochmal zum U-Bahn-Werk. Okay. Nee, da komme ich ja her, ne? Da komme ich ja her. Okay. Aber wir werden jetzt die ganzen Spinde nochmal aufmachen. Und die Türen. Oh, fuck. Oder auch nicht. Vielleicht machen wir auch gar nichts. Vielleicht hauen wir einfach ab. Läuft der hier auch hinterher? Oh, ja. Ja. Oh, shit. Ist das auch noch, wenn ich speichere? Und dann neu lade. Man kann es ja mal ausprobieren. Ich will es nur wissen. Es ist rein wissenschaftlich. Ein reines wissenschaftliches Interesse. Dabei hatte ich eben sogar in dem einen Raum, gab es ja sogar die Möglichkeit unten bei den Generatoren einfach drum rum zu laufen. Ja, genau. Geh wieder runter. Wir haben geschlossen. Das ist ja geil. Nein, 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 nein. Entschuldige. Ich hätte einfach mal die Fresse halten sollen. Jetzt ist er irgendwo unter mir. Der ist auf jeden Fall noch da. Jetzt wartet der da die ganze Zeit. Shit, shit. Okay, in den Save-Räumen lässt er mich in Frieden. Aber das hilft mir ja nicht. Ich komme an dem nicht vorbei. Ich komme von hier auch nicht anders dahin, ne? Nee, das ist der einzige Weg. Shit. Dann werde ich mich wohl mit dem abgeben müssen. Jetzt renne ich runter und versuche, unten ihn in diesem Kreislauf irgendwie abzuschütteln. Nein, es klappt nicht. Ja, Mann, was soll ich denn machen? Dann muss ich halt jetzt hier... Ich will aber nicht. Ich will nicht mit dem kämpfen. Mama! Jetzt vielleicht... Nee, auch nicht, ne? Nein, der hat ja hier den langen Schlung. Oh, hat mich schon wieder... Nee, ich bin noch gesund. Schnell, 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 schnell! Nein! Aber halt echt. Das frage ich mich auch. Hier hätte ich den wahrscheinlich schocken können nochmal. Oh, beinahe hätte ich die. Als ob der Typ an sich nicht schon schwer genug ist, ey. Kommen ja auch noch zwei läppische... Bitte noch! Ist das ne fucking Sackgasse?! Nein, jetzt brüllt er auch noch, oh, da brauchst du ein Deo, hier, ja, ja, super, oh Gott, ich bin so gut, ich bin der Allerkrasseste, die Allerkrasseste, geschickt wie ein Aal und es ist total, ein Infernal, das klingt so obszön, tut mir leid, da muss ich schmunzeln, ich muss erst das Stellwerk hochfahren, komm doch ins Bett, Schatz, nein, nein, ich muss erst das Stellwerk hochfahren, ist auch schön, dass sie hier jetzt die Möglichkeit haben, in diesem Menü schon zu kombinieren, das sind halt kleine, unwichtige Details, aber das ist so, Slices of Quality of Life, ja, da ist der, der Puls ist da tatsächlich hochgegangen, bei normalen Zombies macht mir das nicht so viel aus, aber, also, Nemesis ist jedes Mal wieder anstrengend, Oh, der ist schon wieder da, oder? Wenn man halt, ne, manchmal schießt man einfach aus reiner Panik daneben, weil man halt einfach nur schnell ballern will und in die Brust ballern, bringt wirklich gar nichts, Bist du auch weg? Bei dir bin ich mir nicht sicher, ey, ja. Oh, shit, ich muss geradeaus, oder? Kann ich auch woanders hin, kann ich jetzt hier auch geradeaus runter und dann in den, jawohl, das machen wir. Hast du gesehen, wie knapp, wie knapp das war? Oh Gott, oh Gott, renn, renn! Ich will doch nur kurz anballern! Nein, 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 ich bin doch so schön! Wohin? Wohin bin ich sicher? Hier nicht schon mal. Ja, 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 geh hier lang! Wir, haben wir schon, haben sie reserviert! Alter, er macht einen fertig! Ei, 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 das war hart! Das war hart, ey! Hier muss man sich eigentlich vorher im Safe Room überlegen, wo man eigentlich hin will. Aber zum Glück kann man hier bei dem Donut laden, an zwei Orten raus, also vielleicht kann man ihn da so ein bisschen... Ah, hier muss ich rein, ins U-Bahn-Büro. Ach, nee, nee, blau heißt einfach nur, da war ich schon, okay. Hm, ja, ich will eigentlich zur U-Bahn-Station erst mal. Aber dazu muss er erst mal weg sein. Hey, man kommt hier nicht an ihm vorbei. Panik, Hase! Du bist genau richtig. Du, dich brauche ich jetzt. Und danach brauche ich dich, Inspektor Spliff. Und vielleicht sogar danach ein bisschen Painless Cookie. Habt ihr euch abgesprochen? Das passt ja einfach zu gut gerade. Oh, komm! Das ist doch nicht dein Ernst! Jetzt wird's aber unfair. Mann, Digga! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Okay. Das ist alles so falsch. Was soll ich denn auch hier machen, Alter? Du hast mich in der dreckigen Sackgasse. Du dreckiger Sack. Aber die Muni nehme ich noch mit. Ich muss kurz gucken, Alter. Wo muss ich denn hin? Ich muss wieder durch den Donut laden. Mann! Das, der lässt einen nicht in Frieden. Zum Glück habe ich gespeichert. Wirklich. Das ist Hardcore. Schieß ihn doch einfach ab. So einfach ist es nicht. Oder doch? Ich meine, ich habe nur eine dreckige kleine Pistole. Okay, ich muss in diesen Weg hier, muss ich, muss ich ein andermal. Oder? Das bringt nichts mit dem zusammen. Machen wir später. Machen wir als nächstes. Gehen wir erstmal zur U-Bahn-Station. Gehen wir später. Hauptsache Schmuckkästchen. Hol die Schrotflinte von vorhin. Ja, ja, das ist alles, gehört alles, ist alles auf meiner To-Do-Liste. Das könnt ihr mir glauben. Lampe wäre nicht schlecht. Eine Lampe für die Frau. Gerade außen an den nächsten rechts. So werde ich ihn auf jeden Fall los. Mann, du kommst aber auch nicht weg von dem Typ. Shit. Wo komm ich dahin? Schnell. Da. Kann man hier eigentlich noch einen runtergehen? Ja, kann man. Okay. Habe ich ja. Da bin ich hierher gekommen. Ich will nur kurz gucken, ob hier noch irgendwas rumliegt. Nee. Okay. Okay. Also ihr sagt, man sollte dem einfach eine Granate geben, ja? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die wirklich hilft. Aber, also ob die hilft, ihn verschwinden zu lassen. Oder ob man, halt wie der Elektroschocker, ne? Ob man ihn dann nur kurzzeitig, und das ist mir oft gesagt egal. Weil, kurzzeitig hilft mir nicht. Ich muss einfach lernen, im richtigen Moment zu ducken. Das ist nämlich seine einzige Schwäche. Achso. Ich sehe, das ist ganz lustig. Immer wenn er so hinten her schaltet, ist es bei mir, ähm, irgendwie wackelt das. Also ich habe irgendwas, glaube ich, muss ich noch neu einstellen, irgendeinen Treiber runterladen. Und auf jeden Fall, habe ich hier gerade einen schwarzen Bildschirm. Aber ich sehe es ja auf dem OBS-Bildschirm. Aber deswegen gucke ich da manchmal rüber. Ja toll, das ist genau das, was ich nicht brauche jetzt. Oder sind das hier die, gehören die hier rein vielleicht? Die gehören tatsächlich hier rein. Das ist aber nett. Das ist aber nett, dass da in der U-Bahn Granaten gelagert werden. Man weiß ja nie. Okay, dann nehme ich doch das andere Juwel auch. Okay, und grün ist es auch noch da. Alter. Das ist nice. Das habe ich aber richtig gern. Nee? Für die Flinte? Okay, ja gut, okay. Die werden wir uns ja gleich holen. Wir holen sie uns gleich. Aber bitte, haltet aus. Energie haben wir. Okay. Hier ist irgendwas noch, ne? Da ist, ach, da ist noch auch noch eine Tür. Müssen wir noch testen, ob wir da durch können. Hier ist das zugekettete. Mal gucken, ist hier noch irgendwas? U-Bahn-Büro, da kommen wir später hin. U-Bahn-Unterwehr. Ja, also es ist nicht mehr viel. Ich werde das gleich mit der Granate mal ausprobieren. Ja. 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 Alter, komm doch einfach. Aber nicht so schnell. Nicht so schnell. Ist das geil. Permaflausch, danke für dein Abo. Okay, komm, wir machen das jetzt. Kommst du jetzt wieder von da? Das ist doch einfach nur unfair. Nee. Die Granate hat gar nichts gebracht. Granate. Ich hab sie noch. Kann ich sie denn nicht jetzt hier? Komm, wir probieren es einmal aus. Ich kann ja eh neu laden dann. Aber es hat nicht, es hat nicht sollen sein, ey. Jetzt komm schon. Oder reicht ihm das? Ich glaube, wenn er mir ein bisschen Schaden zugefügt hat, dann haut er ab. Das ist ja interessant. Okay, das merken wir uns. Das ist also ein Trade-off zwischen Munition und... Ja, zwischen Munition und dem Heilen. Alter. Okay, jetzt gehen wir also einmal dahin. Und dann werfen wir die Granate und hoffen, dass die jetzt auch diesmal trifft. Oder haben wir vielleicht... Wir haben halt nichts Besseres, ne? Wir haben einfach nichts Besseres. Ich könnte auch nochmal runter zu dem Elektroschock-Ding. Aber das schaffe ich nicht rechtzeitig. Ich muss einfach weghechten. Wenn er kommt. Oh. Na komm. Ey, wie? Ich kann die doch nicht mal... Und jetzt? Kann ich jetzt den Loot nehmen? Nee, nee, nee. Ich mach das nochmal neu. Ich hab das nicht richtig hingekriegt. Ich weiß gerade nicht. Ich muss erst mal lernen, dem auszuweichen. Danke. Mehr Nutto. Vom Bretto. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ob man mich dafür belangen kann? Ich glaube nicht. Ist ja dein Name. Es ist super schwer, dem zu entkommen. Also, diesem Schlag zu entkommen. Ah. Okay, komm. Ich will es einmal richtig hinkriegen. Ich muss nur den Moment abpassen. Ich bin immer zu früh. Okay, jetzt. Einfach nochmal später. Ich hab gedrückt. Es hat ja leider nicht so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber ihr seht ja. Ich hab nicht ganz so viel Munition verloren. Ich meine, ist er jetzt erstmal weg? Glaube ich zumindest. Und was ist mit dem Ding? Was kann ich denn damit machen? Das ist aber echt nett von ihm, ne? Dass er einfach was liegen lässt. Das ist aber echt nett von ihm, ne? Danke, dass die angezeigt wird. Aber das hilft mir auch nicht viel. Das ist einfach scheiße. Das ist einfach scheiße. Nee. Alter. Ah, so. Nein. Falsch. Falsche. Ach komm, kill mich bitte. Ich hab's nicht besser verdient. Na, dann üben wir einfach nochmal ein bisschen ausweichen. Okay, das hat geklappt. Aha. Okay, jetzt klappt's aber langsam. Hä? Ist doch gut, er sie ist tot. Jim. Warum hab ich denn eben nicht gespeichert, als ich die geile Nummer da bekommen hab? Ah, ist schon okay. Okay. Es macht mich so fertig, wie ich's nicht hinkriege. Hat sie noch Energie? Ja, komm, dann machen wir's jetzt. Ich weiß es einfach nicht, was ich jetzt machen soll. Der kommt jetzt. Okay. Kann ich hier links... Was ist denn da nochmal? Hier komm ich nicht rein, oder? Ich glaub, der Laden ist zu. Wobei ich's nicht weiß. Ich komm ja nicht dazu, es auszuprobieren. Ja! Hier kommt er nicht, oder? Naja, okay, ich kann die ganzen Figuren... Hier ist doch mehr noch. Ah. 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 Gut, dass ich den hier gefunden hab, kann ich direkt wieder zurückgehen. Ich hab nicht mal mehr Energie, ey. Rennen! Ja, Mann! Noch ne Tasche! Macht mich die Tasche fett! So. Hammer. Okay, äh... Grünes Kraut brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehm auch noch mal ein Granätchen mit. Oh, ja, ja, ja. So, lustig, ey. Zwei Stunden gespielt, schon zwölf Spielstände. Tja, wenn's erlaubt wird, ne, dann... Kann man schön ausrasten. Vielleicht kommt er ja nicht. Ich bin... Nee, nee. Nee. Ich bin echt, nee. Nee! Was ist das? Nein, hilf mich doch bitte! Alter, was mal hier gehetzt wird, das kann man doch gar nicht überleben! Hey, was ist mit deiner Capture? Was genau meinst du damit, lieber Scholli? Ich muss kurz eine Sache machen, hier beginnt nämlich gleich die Werbung, ich versuche sie abzubrechen. Ach ne, komm, ich hol mir schnell was zu trinken, wir machen kurz einmal Werbung. Ich sag's jetzt schon, ich werd's gleich noch abbrechen, aber für die meisten Leute wird sie jetzt 5 Minuten laufen, aber ich werd sie nach 2-3 Minuten, wenn ich wieder hier bin, abbrechen. Ich kann's leider nicht ändern im Moment, aber ich sitze, ich bin dran, vertraut mir! Okay, tut mir leid, Werbung jetzt, bis gleich! Das ist das Tool! Das ist das Tool! Okay, 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 okay. Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist der Stuhl! Mann, ist der Stuhl glatt! Das ist ein entsetzlicher Stuhl. Das ist der Stuhl! Das ist... Das hier ist ein Stuhl! Das ist ja... Ihr... Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. So wissen sie nicht, was ein Stuhl ist. Stuhl? Jawoll! Das hier ist ein... Mann, ist ja Stuhl dran. Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, von draußen zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Sie setzt sich auf einen richtigen Stuhl, die machen einen Fernseherabend an. Das ist ja Stuhl! Da kann man drauf sitzen! Sie hat nicht einen Hut zum Sitzen! An was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, von draußen zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Nein! Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, von draußen zum Sitzen, ne? Das ist ja Stuhl! Was für einen Stuhl! Da sind wir wieder und die Werbung ist jetzt manuell von mir abgeschaltet worden, damit sie nicht weiter nervt. Es tut mir leid, dass das jetzt so nervig war, aber jetzt ist es erstmal vorbei. Okay, jetzt gehen wir da zur Tür. Bald gehen wir zur Tür. Bleib doch nicht hängen! Hoffentlich bleibt er jetzt mal eine Weile gestunnt. Das ist ja furchtbar! Hier Leute, ihr müsst einmal kurz mitkommen. Hallo, ich habe hier was, ich will euch unbedingt was zeigen! Shit! In der Gasse? Ah! Natürlich! Da freut er sich, ne? Hat er der armen, zarten Frau eins reingegeben. Das macht dir richtig Freude! Ich kann das den ganzen Abend machen! Okay, wo will ich eigentlich hin? Stellwerkssystem im U-Bahn-Büro aktivieren. Da steht es ja auch. Okay, also eigentlich nur hier hinter mir direkt. Geil! Was? Der ist doch nicht dein fucking Ernst! Der ist doch auch ein schlimmer Ernst! Die arbeitet auch noch zusammen! Tag Team! Wie bei der WWE! Okay. Die! Die! Das war's! Ja, stimmt ja alles. Stimmt soweit alles. Ich bin ein bisschen traurig, dass man hier das Ding jetzt nicht mehr braucht. Aber gut, so ist es halt. Jetzt braucht man offensichtlich keine... Ist die Granate gut für den? Ja, eine Granate reicht schon. Aber besser wäre natürlich ein Schrotflintenschuss. Wenn es geht, bring die Donuts mit. Okay, die Route. Ähm, die Route ist eine gute, wenn sie nicht über Rote Felder führt. Also RE02 würde ich jetzt erstmal sagen. Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin. Okay, das ist 02. Ne, Moment, er kann das gar nicht lesen. So verrutscht 3. Sieht aus wie eine 3, ne? 03. Äh, und zwar... Redstone Street... Ne, äh, Faust Avenue. Und von der Faust Avenue geht es dann nach unten zu Raccoon Central Station. Was ist denn da die Abkürzung? RA nicht. Oder doch. Raccoon Central. Hm. Und zwar auf welchem Mann? Das kann man doch gar nicht sehen. Das ist doch nicht zu lesen. Ist das eine Null? Das kann gar keine Null sein. Ich muss einfach hier gucken. Ähm, RA 03. Ist also safe. 03 runter bis Clock Tower und dann hoch zu Fox Park mit der 01. Bitte geben Sie eine Route ein. Ja. Bitte geben Sie Ihre persönliche Glücksmelodie ein. St. Michaels Clock Tower. Da. Und das ist dann die 2. Route konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ja, ist ja gut. Äh, aber was habe ich denn da falsch gemacht? Selected. Ach so, ich habe Stoneville. Haha. Der Simon denkt nur an eins. Fa. Hab es richtig? Moment. Also. Von Redstone Fa 02. Aber erst RE 02, oder? Was hat er gesagt? Von Redstone Street... Ja, das kann ich gar nicht einstellen. Das Problem ist für mich, dass er bei 01 anfängt. Okay, und dann soll er aber runter zu 03 bei der Faust Avenue. Was hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. Ja, Mann, ich sehe es doch. Ähm, okay, und das... Ich könnte auch... Nee, RA 02 kann ich nicht nehmen. RA 03 muss ich nehmen. Das ist auf jeden Fall eindeutig. Raccoon Central Station hat... Von Redstone Street nach Fox Park. Hat die 03. Und dann stimmt es doch eigentlich. Und die SA 02... Sollte man eigentlich annehmen, ist auch richtig. Hat er gesagt? Von Redstone Street nach Fox Park. SA, da war sie ja. Und dann weiß ich nicht, ob es richtig ist. Ach so. 1, 2, 3 gelbe Lichter. 4, 5. Ja. Nee. Was genau habe ich noch falsch gemacht? Das, das, das. Irgendwas ist bei Faust Avenue noch nicht richtig. Da ist es FA 02. Gürtige Route bestätigt. Na, endlich. Carla ist echt Benz. Ich habe uns eine Bahnroute eingestellt. Jill, du bist fantastisch. Und auf verdammt sei. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Danke für die Tipps, aber jetzt zu spät. Hab's schon erledigt. Aber das ist ein guter Tipp. Sammel Statue unterm Tisch. Danke. Jetzt geht's wieder los. Der hat so ein Reverse-Facehugger. Scheiße. Was mache ich denn? Ah, jetzt. Scheiße. Scheiße. Geh auf. Das ist so gemein. Der kommt doch hier sicher auch rein. Das ist doch ein normaler Zombie. Oh. 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 Das habe ich ganz vergessen, dass die jetzt noch diese weitere Evolutionsstufe oder Mutationsstufe haben. Wir haben geschlossen. Nein! Ich bin endlich am Boden gefinisht. So. Zur U-Bahn-Station zurück, na geil! Da, wo ich eben schon die ganze Zeit war, ne? Führt keinen Weg dran vorbei, kann man nix machen. Muss trotzdem noch mal, sobald ich hier draußen bin, gucken. U-Bahn, äh, hier unten, ne? Oh man, den ganzen Weg durch den Donut-Laden wieder zurück. Okay, jetzt ist er weg. Okay, ich speichere ab. Heute wird nur noch gespeichert. Obwohl, ich habe ja auch Sachen eingesammelt. Kann man ja ruhig mal zurückgeben. Obwohl, das denn vielleicht... Ja, ich bin ganz gut ausgerüstet. Sie ist unglaublich schnell, äh, verletzt. Das macht's echt, äh, ich will nicht sagen schwer. Aber, ich habe halt gerne volle Energie. Auch, weil sie immer so langsam humpelt. Ha! Hast du jetzt nicht mitgerechnet, dass ich so geile Scheiße am Start habe? Zwei Kisten habe ich ihm schon abgeluchst. So, jetzt hole ich mir die Muni. Wo ist sie denn? Da. Okay, wie komme ich weiter? Hier. Du bleibst bitte liegen. Dich ignoriere ich. Ha! Das war klar, die Polizei wieder, ne? Es ist ein einziges Gehetze hier. Ja. Klappe zu. Nemesis. Nicht tot. Aber, zumindest fort. Man muss hier eigentlich wirklich immer eine Granate dabei haben, ne? Es ist schon krass. Aber die hat gut gesessen, die eine. Da bin ich richtig stolz drauf. Die war gut. Kurz mal kurz entspannen und trinken. Da kann man ja nur trinken bei sowas. Oh ja, der taktische Schaft für die Flinte. Ah. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe so viel Kram. Ah, genau. Untersuchen wir mal das. Was ist es? Ah, ein Schalldämpfer. Aber ist das nicht. Verengt den Schussradius. Okay. Aber eigentlich habe ich ja gelernt, dass so ein Schalldämpfer ja eher die Wirkung schwächt. Das ist ne Ozi. Das ist kein normales. Das ist keine Pistole mehr. Okay. Schaust du auch gleich die Nintendo Direct zu machen? Mario-Film. Nee. Läuft nun alles? Ja. Fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit Ballast mit zu schleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es darauf ankommt. Ach, ich möchte meine Nase in seine Haare und einmal so tief inhalieren. So, Entschuldigung. Es riecht garantiert nach Chorizo oder nach, Alter, nach Rasierwasser. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey. Ich verschaff euch Zeit. Hey, warte. Warte, Jill. Nein. Komm schon, du verdammter Stalker. Du willst Stas? Ich geb dir Stas. 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 Okay. Items. Muss schnell sämtliche Items mitnehmen. Was ist hier? Mach. 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 Troller. Mach es. Jetzt mach es doch, Mann. Das kannst du doch keinem erzählen, ey. Wie lange brauchst du denn? Hast du mal ein Stück langsam geguckt? Das gibt's ja nicht. Der hat ja aber wirklich eine Menge Koffer in der Tasche. Das ist meine Chance. Vielleicht damit. Ah, die fucking Fässer hätte ich auch nehmen können. Danke, Lemmingo. Und ja, Fuchskriegerin. Ich überlege natürlich mit Gregor. Schnell. Ich versuche mit Gregor natürlich irgendwann nochmal einen Speedrun zu Teil 3 zu machen. Wobei ich da echt nicht sicher bin, wie man da so einen Speedrun strategisch plant. Weil es ist echt geil. Endlich konnte ich das Ding mal richtig benutzen. Weil es halt schon eine ganz andere Route ist und bestimmte Planung erfordert. Wo ich mir teilweise gar nicht sicher bin, ob ich das kann. Also Resident Evil 2 war einfach zu lernen. Aber das hier wirkt auf mich schon sehr knifflig. Ich muss mir mal einen angucken. Er besteht aus Kisten. Sein Geheimnis. Ich hab übertrieben viel rotes und sehr, sehr wenig grünes Kraut. Da muss ich glaube ich, weil ich die grünen halt am Anfang ein bisschen benutzt habe. Ich muss die jetzt mal mehr kombinieren. Hab gar nichts. Das Hochwertige merke ich mir. Pistolen Munition. Ja. Blinden Munition. Nee. Brauchen wir nicht. Und normales Schießpulver hilft mir jetzt leider auch nicht. Schönen von Kräuter. Ist das eine Karte? Ja. Na toll. Ein neuer Tag, eine neue Kanalisation. Naja, es gibt Besseres. Es ist ein Untertitel. Also, es gibt's für die Karten. Was war das? Das ist eine Stromquelle. Aber es wäre nicht Raccoon City. Naja. Danke Matschuka 1994. Habe ich alles, ja. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Ha. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht gemacht. Ne, ne. Ich will schon hoch. Ich will doch hoch. Ach ne, da geht's weiter. Dann habe ich das doch gemacht. Ne, ich will aber noch die Items sammeln, die da sind. Simon, weißt du, wie es um Modern Manor steht? Ob und wann es weitergeht? Ich kann immer nur dasselbe sagen. Und ich hoffe, ich erzähle da keinen Quatsch. Mir wurde, glaube ich, glaube ich gesagt. Mir wurde, glaube ich, gesagt, dass es weitergeht mit Modern Manor. Dieses Jahr noch. Mehr weiß ich aber so hundertprozentig auch nicht mehr. Habt ihr das gesehen? Alter, was bist du denn? Ich habe ja schon viel Scheiße bei Umbrella gesehen, aber du kriegst auf jeden Fall das Krönchen. Kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern an die. Ja, dann gucken wir erstmal oben lang. Nein, natürlich, so eine Akkutür. Steht ein Spiele mit besonders schönem Bart an. Wir wollten ein After Bart machen. Gregor auf jeden Fall. Aber es ist noch immer kein Spiele mit Bart Termin fest. Es tut mir auch leid. Ich hätte es einfach auch nicht mehr anteasern sollen. Aber letztes Mal hieß es noch, dass wir sehr früh dazu kommen. Sehr, sehr, sehr schnell dazu kommen. Aber so ist es halt leider jetzt nicht passiert. Dann sind jetzt alle sauer und traurig. Aber ich will es auch machen. Aber im Moment passiert es einfach nur nicht. Scheiße. Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Drei von denen? Du kannst mich am Arsch lecken, Spiel. Da kommt der noch hier jetzt mit. Willst du vielleicht auch Baby-Modus umstellen? Ich habe halt... Ich wollte natürlich jetzt... Ja, alles gut. Ich wollte natürlich gucken, ob ich da ohne Stress durchkomme. Das will ich haben. Noch eine Tasche. Die passen gut zu den anderen Taschen, die ich alle habe. Okay, da kommen wir gleich hin. Aber das ist bei denen vielleicht gar nicht so zu empfehlen. Vielleicht muss ich hier mit der Schrotzlinte draufhalten. Wie heißen die, lieber Chad? Gamma-Hunter? Hier war doch eine Granate eben noch. Da! Weg. Okay. Na komm, dann machen wir es halt jetzt. Schieß doch, Mann! Das frage ich mich auch. Und ich habe wirklich schon alles gesehen. Wie läuft das Vieh eigentlich? Das muss doch vorne überfallen. Danke, Pucki. N-F-M-S. Äh, ne. N-F-M-S. Doch. Pucki nenne ich dich. Freunde nennen ihn Pucki. Oh, der ist gut gegen die Viecher, da bin ich mir fest von überzeugt. Das waren fast zu viele Schüsse für die Schrotflinte. Tagebuch des Forschungsassistenten. Tagebuch des Forschungsassistenten. Äh, 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 Gammers wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Äh, Bewegung träge. Kampfpotenzial, mh, gering. Äh, 18. April. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlyle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August. Es ist jetzt zwei Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Umgezogen. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammers haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach zwei Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammers unkontrollierbar werden. Die sind wahnsinnig, ne? Da, und mit euren, mit unseren, und euren Steuergeldern. 1. September. Äh, wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammers noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammers haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Hm, ich werde morgen am Brothers Europäische Zweigstelle kontaktieren, ne? Vielleicht haben die ja einsehen. Wie sie alle gegenseitig sich mit ihren Monstern zu übertreffen versuchen, ne? Ich habe das krasseste Monster, ne? Ich habe das krasseste Monster. Stolz! Und dann hier ist der ganze Kram. Wie man auch was mixen kann. A und B Brandgranaten. Sprengstoff B2. Okay, okay, okay. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammers nicht helfen. Ja, aber ich werde natürlich welche bekommen. Aber wieso sollten Minengranaten nicht helfen? Das sieht natürlich schon sehr aus wie die, ähm, wie das hochqualitative Schießpulver aus Resident Evil 2. Okay, jetzt muss ich mich, glaube ich, entscheiden. Schrotflinte oder Granatwerfer? Für die Viecher unten würde ich schon gerne den Granatwerfer nehmen. Vielleicht gehe ich erstmal mit dem Granatwerfer da durch und mache die erstmal alle. Dann kann ich immer noch zurück zur Not und nochmal Items sortieren. Danke, Kitsuni! Kitsune? Kitsuni? Kitsu? Ne? Y-T-8-9 Genau, da hast du recht. Die Xs sagen aus, wie Porno dieser Granatenwerfer ist. Damit kann ich leben. Das ist für mich der Kopfkanon. Das glaube ich. Okay, den hier vorher erstmal ans Messer liefern. Ich hoffe, dass die gut funktionieren. Ich habe aber ein gutes Gefühl dabei. Zumindest einen kriegen wir. Da hinten ist einer. Mach Maul auf! Das ist zufriedenstellend verlaufen. Und er ist auch verlaufen. Irgendwo hier in diesem Sud. Da war doch noch einer. Hinter jedem Wasserfall ist hier eigentlich ein Geheimnis. Ha! Ha! Der Simon mit seinem Videospielwissen. Der steht doch gleich auf. Ne. So wollen wir das nicht. Ja! Notiz eines Kanalarbeiters. Das ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen. Von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor zwei Wochen verschwunden ist. Die Kopfs haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht! So ein Scheißdreck. Verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Und auf die verdammten Kopfs kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtisch-Stetern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Fliegs auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fröste. Ich hoffe, er ist wirklich tot. Stich, 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 Stich. Ja. Na, geil, Hepatitis. Na, komm, Junge. Mach's mal auf. Was ich sehr schön finde, ist, dass sie einen Gegner auf dem Weg zu diesem Granatwerfer platziert haben, sodass man gar nicht anders kann, als mit einer normalen Waffe versuchen, gegen die zu kämpfen. Und dann zu merken, Alter, die sind ganz schön nervig. Und dann kriegst du diese geile, absolut vorteilhafte Imbar-Waffe. Und das muss man sich halt merken, dass man die Brandgeschichte für die braucht. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Ah, da ist der Akku. Ich kann auch nichts davon weggeben. Shit. Na gut. Hier müssen wir halt gleich nochmal hin. Ist das jetzt zweimal hochwertiges? Ah, nee. Zweimal kombiniert. Ah, okay. Und das nur... Ja. Die kann man gar nicht... Warte mal. Er gibt kombiniert mit Schießpulverflut-Munition oder Mag-Munition bei Kombinationen von zwei Einheiten. Ah, es war klar, dass das wieder nicht reicht. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Aber die Mag-Munition will ich eigentlich auch noch bekommen. Aber wir erinnern uns an Resident Evil 2. Ich habe sie am Ende dann doch wieder nicht benutzt. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge. Es ist bereits drei Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Ach, das sollen die Hunter sein. Hunter, äh, Gamma. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich. Ha, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad bestreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Ist bei Umbrella auch noch ein normaler Mitarbeiter? Oder sind die alle komplett wahnsinnig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das ist doch nicht mehr normal. So wahnsinnig ist doch keiner. Ja, hier kann ich leider nichts kopieren. Äh, 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 zusammenbauen, meine ich. Aha. Ja, halt alles geiler Shit, mit der ich, aber mit dem ich jetzt nichts anfangen kann. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Jetzt frage ich mich, ob hier nochmal welche kommen. Für die Rück-, für den Rückweg. Hab das Gefühl, da wartet noch einer. Ich hör doch einen. Ich hör doch atmen. Also ich find diese Hunter-Gammas natürlich als Monster cool, aber als Hunter-Fortsetzung sind die ja ein absoluter Flop. Da kann ich Umbrella verstehen, Digga. Hast du mal den Scheiß angeguckt? Die sind ja komplett läppsch. Da kann ich ja mit meiner, äh, mit Sprühdose und einem Feuerzeug, kann ich die erledigen. Das muss ihm doch aufgefallen sein. Aber er war verliebt. Wenn man verliebt ist, dann sieht man das nicht. So, jetzt muss ich aber wirklich mal überlegen. Ja, machen wir, äh, machen wir mal so. Da haben wir ein bisschen Platz. Okay. Äh, vor allen Dingen müssen wir jetzt mal gucken, ob wir den Sprengstoff kombinieren oder ob wir vielleicht erst nochmal warten. Weil ich will auf jeden Fall Brand-Sprengstoff haben. Aber ich hab doch eins davon schon gehabt. Ach, das hab ich ja gerade gar nicht eingesammelt. Deswegen. Okay. Hey, Simon, hast du vor, im Rahmen des Spuk-Tobers dich nochmal an Cry of Fear ranzuwagen? Also, ich fand Cry of Fear schon cool, solange es dauerte. Aber es ist schon derbe hässlich. Und auch gefühlt ein bisschen unfertig. Aber es hat Spaß gemacht. Aber ich hab nicht vor, es nochmal zu spielen. Nee, also ich hab irgendwie, ich hab mich da so ein paar Mal verrannt und wusste dann nicht mehr, wo es weitergeht. Und hab so ein bisschen die Lust verloren. Aber es ist ein gutes Spiel. Es ist, wenn überhaupt, meine Schuld. Es liegt nicht an deinem Spiel. Es ist meine Schuld. Ich bin nicht gut genug für das Spiel. Ähm, und wie gesagt, ich hasse es, wenn ich bei Spielen, gerade bei solchen Spielen, nicht weiß, wo es weitergeht. Und dann läuft es dir in einem riesen Areal rum. Das hat mich abgeturnt. Also, ich glaube, nein. Es tut mir leid. Ich hoffe, du bist nicht böse jetzt oder so. Oder traurig. Aber es gibt so viele Sachen, die ich noch spielen muss. Und der Oktober ist wirklich nicht so lang. Ah, kann man eigentlich Pakete bei Rocket Beans abgeben? Ja, Sean. Kannst du. Kannst du ganz easy. Kannst du auch hinschicken. Aber kannst du auch abgeben. Okay. Wir kombinieren, weil wir es können, einfach mal A mit B. Wenn es kein Brand ergibt, dann ist es nicht schlimm. Dann haben wir was anderes. Ah, geil. Es ist schön, wie man die einzelnen Patronen sieht. Wie sie reingestuppert werden. Hier war doch noch viel mehr. Viel mehr war hier. Das ist ja komisch. Ich hätte spüren können, hier wären noch mehr gewesen. War das nur das? Na gut, laut Karte ja. Hast du die Scorn-Demo schon getestet? Nein. Ich werde aber das Spiel definitiv testen, wenn es denn rauskommt. Hab auch schon mir den Termin gemerkt. Das werdet ihr direkt. Genauso wie Requiem. Plague Tale Requiem. Hab ich mir auch jetzt gerade schon das Ding runtergeladen. Ah, hier ist noch was. Geil. Kann ich die alle reinmachen? Oh, das ist aber nett, dass da so viel reinpasst. Aber ich glaube, insgesamt ist es nicht mehr endlos, das Magazin. Das haben sie diesmal geändert. Simon, kann ich irgendwo einen Resi 7 Run von dir sehen? Also wir machen demnächst einen hier. Ich kann aber nicht sagen, wahrscheinlich wird es, wenn überhaupt, nächste Woche was. Und es gibt einen von Gregor... Ich wusste es nicht. Es gibt einen von Gregor, Fabian und mir, der auch sehr viel Spaß macht. Wobei... Ne, oder? 7 haben wir gar nicht. Oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Also wir haben 8, haben wir zusammengespielt. Bei 7 bin ich mir jetzt gerade unsicher. Ich würde eigentlich annehmen, dass wir jeden Teil schon so gespielt haben zusammen. Aber es könnte auch sein, dass ich mich irre. Okay, kurz mal gucken. Will ich den Granatwerfer jetzt überhaupt schon mitnehmen? Ja, wahrscheinlich schon. Ah, Resident Evil 7 hat Denzel und Nils zusammengezockt. Ja, das ist ja komisch, dass Fabian und ich nicht nochmal zusammengespielt haben. Fabian, Gregor und ich. Hätte ich jetzt gedacht. Aber dann ist es ja umso besser, wenn ich das dann hier nochmal spiele. Zusammen mit euch. Hier beim Shocktober. Habe ich auf jeden Fall vor. Aber ob ich es durchspiele, ich kann es leider nicht sagen. Ich meine, es sind 7 plus 8 Spiele, sagen wir mal Minimum 8 Spiele. Zero, Outbreak und der ganze andere Schmodder gar nicht dabei. Und da kommt ja noch Resident Evil Verse Ende des Monats. Also es ist schon viel. 8 mal 2 sind schon 16, wahrscheinlich 20 Tage. Wenn ich dann noch meine Rocket Beans Tage abzähle, ist fast der ganze Monat Resident Evil. Das ist ja nicht schlecht. Aber ich habe wirklich noch ein paar andere Spiele, die ich auch spielen will. Und deswegen kann ich die nicht alle durchspielen. Es geht einfach nicht. Obwohl ich es gerne würde. Aber am Ende mache ich es dann doch vielleicht. Aber ich glaube nicht alle. Also Resident Evil 4 zum Beispiel nicht. So als könnte ich den eigentlich erstmal abgeben wieder. Ja, ich glaube, das machen wir so. Und dafür nehmen wir dann halt lieber wieder die Pistole. Und die Pistolen... Ah, die nimmt aber auch Platz weg, du ey. Ne, komm. Ah. Ne, komm, machen wir so. So. Einmal schreiben. Wer schreibt, der bleibt. Stimmt tatsächlich hier beim... Äh, bei Resident Evil sehr, sehr treffend gewählt. Ja, wie gesagt, wäre ein geiles Let's Play. Ich kann es mir auch vorstellen, wahrscheinlich werde ich es mit VR spielen, weil ich es, ähm... Ja, schon mal mit VR gespielt habe und das wirklich sehr empfehlen kann. Aber ich habe es nur auf der Playstation mit VR gespielt. Und hier am PC würde ich es schon gerne nochmal ausprobieren. Weil es halt nativ ist und das finde ich schon geil. Also wenn man... Wenn es von den Entwicklern supported wird, ist es immer geiler. Und da wird einem dann auch nicht schlecht. Irgendwie war es klar, dass da noch... Mal einer kommt, oder? Irgendwie war es klar. Aber wie ihr seht, meinem Herzrhythmus geht es eigentlich ganz gut. Es gibt so beim Nemesis ein paar Momente, wo er nach oben durchdreht. Und wenn ich Texte vorlese, bin ich so angestrengt, dass dann direkt der Herz... Oh, da guckt es euch an, da geht es direkt nach oben. Schon lustig. So, ich habe mir für... Ich kann euch gerne mal kurz die Infos geben. Das Ding hier habe ich gekauft dafür. Polar H10. Heartrate Sensor ist laut dem Tool hier von Pulsuit das Top-Tool für genau diese Art von Anwendung. Kann man natürlich auch für tausend andere Sachen benutzen. Und das habe ich mit dem Handy gekoppelt. Und wenn das mit dem Handy gekoppelt ist, gibt es die Daten ans Netz weiter. Und dann brauchst du ein Account bei denen. Und dann kannst du es in OBS einbauen. Ist ein bisschen tricky. Hat auch lange gedauert. Aber ich finde, es lohnt sich. Ich werde das immer machen. Also ab jetzt werde ich das immer bei Horrorspielen machen. Oh, jetzt... Ne. Jetzt, ähm... Jetzt muss ich ohne Scheiß den Granatwerfer holen. Was anderes fällt mir gerade nicht ein. Aber die Kisten sind hier so zahlreich, dass ich mir eigentlich keine Sorgen mache. Ähm... Aber ich will... Ähm... Ich möchte die Schrotflinte jetzt nicht aus... Ausgeben. Wenn ich doch hier so geile Granatengeschichten habe. Ich würde gerne wissen, wie hoch dein Puls ist, wenn du Slender zocken würdest. Fuchskriegerin. Ja, wir haben ja mal... Ede und ich haben ja mal... Wie heißt es? Double Screen ausprobiert. So ein Konzept von uns. Äh... Was wir dann auch nie weiter gemacht haben. Wie es... Usus ist bei uns. Äh... Und zwar zocken wir da zusammen Slender. Und das war schon ganz cool. Und da habe ich richtig Angst gehabt. Aber heute bin ich... Ich bin ziemlich... Ähm... Ziemlich versiert in sämtlichen Horrorspielen mittlerweile. Deswegen habe ich gar nicht so eine Angst davor. Ich glaube, das... Das würde gar nicht so schlimm werden, wie ihr es gerne hättet. Okay, nee, jetzt brauchen wir das nicht, ne? Nee, haben wir alles. Ich mag es, um das mal an der Stelle kurz zu sagen, auch ziemlich wie ihre Haut aussieht, ne? Diese Kratzer, der Schmodder. Das ist schon ziemlich cool gemacht, auch weil es am Anfang natürlich ganz anders aussieht. Nur ihr Haar ist weiterhin wunderschön. Ein paar kleine Kackstreifen sind noch drin von der Kläranlage. Aber ansonsten, es ist wunderschönes Haar. Seiden, seidig. Mehr hast du nicht verdient, als hier ganz traurig abzufackeln. Geiles Geräusch. Aber ich glaube, hier hätte man auch... Hä? Ach, ich muss das Ding wieder nehmen? Ja, klar. Aber Moment, muss ich das wieder zurücknehmen? Ach, hier. Das ist eine gute Frage, Knallhart. Was magst du mehr in Grusel spielen? Dir die Wert auf Grafik legen, wie Dead Space? Oh, das soll übrigens richtig nice aussehen, habe ich gehört, das Remake. Das werde ich natürlich auch spielen. Oder Resi 7. Oder findest du der Horrorsitz da, wo Grafik fehlt? Moment. Oder findest du der Horrorsitz da, wo Grafik fehlt, kein Wert gelegt wird? Ach so. Ah, das ist eine schwierige Frage, auch weil ich keine genaue Antwort habe. Es ist, glaube ich, individuell. Für den einen so, für den anderen so. Ich kann durchaus auch Gänsehaut bekommen bei guten Texten. Ich kann bei einem guten Text-Adventure auch Angst kriegen. Also ich kann durchaus... Es ist wirklich eine Frage. Wenn jemand gute Grafik hat, kann man damit natürlich auch was auslösen. Aber ich finde, da löst man eher wie hier sowas wie Ekel aus. Also die Grafik alleine macht es dann eben noch nicht. Ich finde aber, dass man, wenn man gut schreiben kann zum Beispiel, dann kann man auch aus wenig viel rausholen. Das ist jetzt nicht unbedingt die Stärke von Resident Evil. Weder die Dialoge noch die Texte sind sonderlich schauerlich geschrieben. Aber wenn man jemand ist, der sehr... Der visuell denkt. Und ich glaube, dass ich so jemand bin. Und da ist ja auch nicht jeder so. Manche denken visuell, andere haben gar keine Bilder im Kopf, wenn sie sich was vorstellen. Die gibt es auch. Finde ich faszinierend, dass man... Andere haben keinen inneren Monolog. Also das ist Wahnsinn, wie unterschiedlich wir sind in der Realität, in der wir uns quasi bewegen. Wir denken alle, wir denken und sehen und haben alle dasselbe. Aber das stimmt gar nicht. Das ist einfach Quatsch. Jeder von uns erlebt die Welt ein kleines bisschen anders. Einen Weg nach draußen finden. Aber hier ist doch die Wache. Okay, jetzt haben wir aber eine Abkürzung, nehme ich mal an. Aber dann ist das schon richtig. Naja, okay. Vielleicht brauche ich das Elektrik... Weg nach draußen. Vielleicht brauche ich das Elektrik-Ding noch woanders. Also Slenderman ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wo man Angst hat, weil es halt genau die Sachen triggert, die Angst machen. Also dieses Rauschen, die akustischen Störungen und dann dieses Optische. Wenn er dann so näher kommt, das ist halt schon was, was einem automatisch Angst macht. Ähm, das ist schon, äh, finde ich, ein gutes Zeichen für ein Spiel, was mit wenig viel erreicht. Ah, hier vorne muss ich hoch. Ja, Stephen King, kommt noch die Folge von Club 19, wo ihr alle Kinder des Zorns Filme schaut. Ey, wir haben, ich glaube, 18 Filme gesehen. Haben 18 Filme. Zu Carrie gibt's drei oder vier Kinder des Zorns, gibt's sieben, acht und eine Serie. Völliger Wahnsinn. Und wir haben das vor zwei Jahren schon, während der Quarantäne, alles geguckt und besprochen. Und ich weiß offengesagt nicht, ich fühle mich hier immer schlecht, wenn ich dann für Dominik antworte, weil ich gar nicht genau weiß, wo er da gerade statusmäßig ist. Aber er kümmert sich ja um die Arbeit. Er hat die ganze Arbeit mit dem Shit. Und, ähm, ich weiß nicht, wie weit wir da sind. Ich weiß es einfach nicht. Wir haben ja bisher ein sehr dummes, also das sage ich jetzt, weil ich gemerkt habe, es ist dumm, ein sehr dummes Release-Reihenfolge gehabt. Wir machen immer eine Staffel und packen die dann direkt auf Patreon. Das ist aber keine gute Idee, haben wir gemerkt. Kriege ich da durch? Nö, kann ich ja gar nicht. Ich dachte, hier brauche ich vielleicht das Energie-Ding, äh, hier den Akku. Hm, wo ist denn noch was? Hier ist noch was, ne? Hm. Das Ding hier vielleicht. Ne, das Ding hier führt ja eigentlich genau hier hin, ne? Auch nicht. Ne, ne, ne. Und deswegen, es gibt diese Folgen noch nicht. Und ich, ich will aber auch nicht immer den Dominik nerven und ihm irgendwie Stress machen. Weil er hat schon Stress. Er muss die ganzen Sachen, die wir da aufgenommen haben, ja erst noch, äh, schneiden, bearbeiten, online stellen. Das ist sehr viel Arbeit, das weiß ich von meinem Podcast, den ich dann auch irgendwann beendet habe, weil es einfach zu viel Arbeit war. Und insofern tut er mir ein bisschen leid, weil er mit dieser Scheiße jetzt zu Hause sitzt. Aber wie gesagt, sobald wir diesen ganzen Kram abgearbeitet haben, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück, werden wir daran was ändern an dem ganzen Release. So, also, wenn ich da jetzt, ach da, da ist die Tür. Ja, okay. Aber generell liegt mir der Club 19 Podcast sehr am Herzen. Und den, also wenn es nach mir geht, werden wir den so lange weitermachen, bis alle Bücher gelesen wurden. Das ist mein Plan. Und es war ja Dominiks Idee damals, ähm, der auf mich zukam mit dieser Idee, weil er vom Buchclub wusste, dass ich Bock hab. Und deswegen glaube ich, dass er auch nichts dagegen hat, das bis zum Ende durchzuziehen. Nur, äh, mit, mit den Lücken, die wir jetzt gerade hatten, geht das natürlich nicht. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Aber das werden wir ändern. Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin Ihnen los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ziemlich mutig, Hausland aus 3, ohne Gregor, Kogi oder mit dir. Ah! Nicht schon wieder. Wat? Als ob du den brauchst. Okay, hier liegt nichts. Ah, da kann der durch, oder? Das hält doch nicht lang. Oh! Ei, 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 ei. Er kann Waffen benutzen? Ja, ähm, Hauslandhaus findet ohne uns statt, das stimmt. Bei mir liegt's halt einfach daran, dass ich beim letzten Mal halt einfach echt auch keinen Bock mehr hatte. Also, da kann ja jetzt auch nix, kann ja, Rocket Beans nix dafür, aber das war schon ne dumme Situation. Mir wurde gesagt, ich kann schlafen und dann durfte ich aber doch nicht schlafen und ich mag diese Sommerhausatmosphäre überhaupt nicht. So dieses, wir gucken mal, wann die Leute wütend werden und dann wurde ich irgendwann wütend, nachdem wir dieses Landwirtschaftssimulator-Ding gemacht haben und uns 20 Minuten einfach keiner gesagt hat, wie dieses Spiel funktioniert. Ähm, das fand ich dann irgendwie ungeil und das hat mich auch abgeturnt und die Reaktion auf meinen Abfuck war ja dann auch relativ heftig. Also, selbst so Varion und so hat mich später nochmal angeschrieben, der arme Kerl, der ist extra da hingefahren, um das zu moderieren und dann wird er von mir angeschissen. Dabei war er einfach nur die Person, die dann halt im Talk war. Ich hab ja ihn gar nicht gemeint. Aber, was ich damit meine ist, also, das hat für mich eher ein schlechtes Gefühl hinterlassen, auch die Reaktionen der Leute und so. Da hab ich mir dann gedacht, okay, komm, ich kann so viele Sachen machen, dann bin ich da halt nicht dabei. Und wie gesagt, ich bin echt kein Fan von dieser Sommerhaus-Geschichte, diese Leute zu triezen, bis sie irgendwie ausrasten. Ich finde, da sind wir eigentlich, ich finde, da sind wir besser als das. Aber es ist nur meine persönliche Meinung, die ich auch schon den Leuten dann da gesagt habe, aber es ist halt eine Show, die kommt gut an. Viel Spaß, ich glaube, dass die mit den richtigen Leuten total Bock macht. Aber ich werde ultra scheiße wütend, wenn ich zu wenig geschlafen habe. Und deswegen bin ich da nicht dabei, weil das mir keinen Spaß macht, die Show. Das erste Mal war geil, aber da konnte man auch besser pennen. Das zweite Mal hatte ich halt gefühlt, dass ich ein bisschen belogen wurde. Weil mir immer wieder gesagt wurde, nee, das wird nicht so wie beim ersten Mal, du kannst schlafen. Und dann war das einfach nicht so. Und dann lag ich endlich und dann wurde ich trotzdem irgendwie nach vier Stunden wieder geweckt. Das geht nicht, finde ich. Das geht wirklich nicht. Da bleibe ich bei dieser Meinung, das ist einfach, das ist asozial. Nee, 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 nee. Oh, oh. Kannst du hier runter? Ja. Kann ich dich dann stechen? Nee. Oh, die Mucke hier fällt mir gerade besonders gut. Simpel, aber klappt. Funktioniert. Oben oder unten? Oh, okay. Das Feuer deutet darauf hin. Was? Ach, mach doch. Geh doch einfach. Kann der überhaupt die Treppe hoch, also die Leiter? Der kann doch keine Leiter klettern. Jetzt bitte. Es ist auf der einen Seite, ist es irgendwie lustig, dass der jetzt einen Flammenwerfer hat, aber auf der anderen Seite, es ist wirklich auch bescheuert, weil es nicht nötig ist. Und wenn er einmal, wenn er mich grapscht, wenn er ein einziges Mal fest zudrücken würde. Er kann ja sogar diese Parasiten einpflanzen. Aber gut, das ist halt Videospiellogik. Mein Gott, da rege ich mich jetzt nicht drüber auf, aber... Warum Flammenwerfer? Alter, spektakulär. Ja, jetzt ist es vorbei. Abriss Verzögerungsankündigung. Aufgrund der anhaltenden öffentlichen Unruhen haben wir uns entschieden, den Abriss des Barnaby Office Buildings zu verzögern. Auf Sicherheitsgründen wurden alle elektrischen Geräte inklusive der Generatoren zum Dach transferiert. Der Zugang zum Gelände ist bis zum Abklingen der aktuellen Unruhen verboten. Alle Mitarbeiter sind angewiesen, zu Hause zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. So reden wir alle. Den ganzen Tag. Okay. Was haben wir noch? Genug Muni haben wir. Bisher eigentlich alles ganz gut. Energie habe ich auch noch. Gesund. So, einmal ganz kurz durchatmen. Während hier alles brennt. Durch kurz durchatmen und was trinken. Kurz und dann ist das Thema für mich auch durch, weil, wie gesagt, ich bin ja auch nicht böse oder so, aber Kusia schreibt eigentlich was, was genau das widerspiegelt, was ich meine. Es gibt halt Leute, die empfindlich sind, wenn Schlaf fehlt, andere, wenn sie Hunger haben. Das sollte man wissen, wenn man die Leute ja kennt und vor allem respektieren. Das ist es. Es sei denn, man zielt ja genau darauf an. Das ist diese Sommerhaus-Thematik, was Simon meinte. Das ist genau das, was ich meine. Mein Gott. Wir machen kurz mal die dramatische Musik aus. Das ist ja genau das, was ich meine. Und damit ist das Thema dann auch durch. Weil ich habe es jetzt wirklich schon hundertmal darüber gesprochen. Aber ich habe den Leuten ja vorher gesagt, und da kann es sein, dass das einfach nicht kommuniziert wurde. Das will ich gar nicht. Ich will nicht sagen, dass da jemand absichtlich das gemacht hat. Aber ich habe denen vorher gesagt, Leute, mir wurde gesagt, ich kann schlafen. Wenn ich jetzt hier nicht schlafen kann, werde ich stinkwütend werden. Ich werde euch ankeifen und euch die komplette Sendung versauen. Das habe ich de facto vor dieser Sendung, kurz vorher noch gesagt. Und alle haben mir versprochen, nee, nee, du wirst schlafen können. Und deswegen war ich auch so fucking pissed, als ich nicht schlafen durfte. Weil ich das einfach, ich empfand das als respektlos. Das ist, kann man auch sagen, ich war respektlos den Leuten in der Show gegenüber, ja. Aber die Show war mir gegenüber eben auch respektlos. Und das ist so. Das kann man jetzt auch nicht schönreden. Und es ist aber auch nicht schlimm, ich bin auch nicht böse. Aber ich habe kein Interesse an einer weiteren Folge Haus an Haus. Okay. So, genug davon jetzt. Es ist auch nicht so interessant. Ihr seht es an meinem Puls, wie sehr mich das nervt. Das ist nur noch komical, wie der aussieht hier mit seinem riesen Tank. Ich frage mich gerade, ob man mit dem überhaupt kämpfen muss, oder ob man vielleicht nur abwarten muss. Das kann ja gut sein, dass man hier nur abwarten muss. Oh shit, jetzt habe ich keine Pistole für das Ding hier. Na gut, muss ich halt Schrotflinte nehmen. Ich habe keine Pistole für das Ding hier. Ich habe keine Pistole für das Ding hier. Ich habe keine Pyasträger, und ich habe keine Pistole für das Ding hier. Ich habe keine Pistole für das Ding hier. Ach, last mal! Das könnte schon fast ein Endgegner-Kampf sein, so krass ist der. Renn, bitte. Sieht das jemand? Ich weiß nicht, soll ich mit ihm kämpfen, ist das überhaupt gewünscht? Ja, hab ich jetzt halt nicht dabei. Hab ich denn alles jetzt immer noch nicht? Es gibt immer noch Items. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, soll ich ihn nicht dabei sein. Habt ihr gehört, was er sagt? Er hat uns vorgewarnt. Er hat versucht uns zu warnen. Er hat uns vorgewarnt. Er hat uns vorgewarnt. Er hat uns vorgewarnt. Er hat uns vorgewarnt. Die arme Frau, die muss lange, lange zur Therapie. Wahrscheinlich wird das nie wieder was. Die wird nie wieder einem Mann vertrauen können, wenn er einen Flammenwerfer hält. Ich weiß nicht, Carlos. Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja. The Mistkeller ist tot. Gut. Scheiß Carl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß und, ähm, danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. So. Das ist auch ne schöne Szene, oder? Das ist wirklich nice. Ich bin da jetzt einfach so durch, aber wir können einmal noch mal Einmal noch mal so durchgucken. Weil das ist schon ne schöne Szenerie. Die hat ja jemand auch, oder mehrere Leute natürlich Aufwendig gebaut und so, Aber das ist schon gut gemacht. So. Ja, vielleicht gucken wir uns nachher, bevor ich aufhöre, Nochmal den Super Mario Movie Trailer an. Aber ich erwarte gar nichts. Das kann nicht gut werden. Das kann nur, die Frage ist nur, wie crappy wird es? Und wird es die Karriere ruinieren? Von, äh, hier, Dings, Dödel. Ja, scheiße. Soll ich denn hier überhaupt? Komm, ich hol euch mal alle. Ich lock euch mal alle an. Ah, lecker Schmecker. Ich hab mich extra nicht gewaschen. Ah, ich schmeck bestimmt so richtig geil nach Ranzigem Mensch. Du auch? Was ist mit dir? Du auch? Nee. So. Oh, das ist ja perfekt. Das ist ja ne perfekte Aufstellung, meine Freunde. Ihr habt's gut gemacht. Davon rede ich immer, wenn ich sag, Wir müssen zusammenarbeiten. Wir sind ein Team. Ich schieße, ihr explodiert. Batz, Junge. Und, äh, Mädel. Toll. Warum, weißt du, wie kann das Ding hier stehen? Ich mein, da gehst du einfach nicht mehr raus aus dem Ding und fährst über alles drüber. Das hab ich mich beim ersten Mal spielen schon gefragt. Wie kann dieses Ding hier stehen und niemand ist drin? Danke, Fussel-Bubbele. Das erinnert mich an Trant. Der hatte früher, das erzähl ich immer wieder gerne. Ganz egal, wie oft er mir sagt, der will das nicht hören. Aber es stimmt. Er hatte früher ne kleine Schatulle und die irgendwann zeigt er mir, irgendwann bin ich bei ihm schon 15 Jahre her und dann zeigt er mir die, hier, guck mal. Und dann macht er die Schatulle auf und die Schatulle ist komplett voll mit Sockenfusseln. Und ich meine, was ist denn das? Und er meinte, das sind diese Fussel, die an den Füßen kleben bleiben, wenn du Socken anhast. Und er hat die gesammelt. Ich hab das doch noch nie sowas gehört. Aber andere Leute sammeln, weiß ich nicht, Blinddärme von ihren Opfern. Trant sammelt Sockenfusseln und hat ne Menge davon angesammelt. Das war ne richtig dicke Schatulle, meine Freunde. Oh, der Kendo-Shop. Geil, das ist ne schöne Ecke. Hier geht's natürlich runter zum Labor. Das wissen wir. Aber sie weiß es nicht. So, ich will den Kram haben. Hier liegt doch noch was rum. Sammelt er die immer noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war ihm dann ein bisschen unangenehm. Aber ich muss sagen, ich bin voll bei dir, Trant. Ich find das ne super lustige Sache. Man kann so viel Schwachsinn sammeln. Leute sammeln ihre, ähm... Brauch ich da Schlüssel für oder soll ich da drauf ballern? Das würde ich gerne wissen. Wenn ich da durchgehe, verschlossen. Ne, dann ist es nicht so. Äh, also manche Leute sammeln Fußnägel. Oder man kann so viele Sachen, die man körperlich absondert, sammeln. Aber das find ich da eigentlich harmlos. Ich find's halt aber lustig. Das ist harmlos, aber lustig. So, das ist jetzt chronologisch, wenn ich mich nicht täusche, vor Resident Evil 2, zumindest hat sich er hier, der hinter der Tür haust, mit seiner Tochter, hat sich ja auf mich bezogen. Auf Jill. Glaube ich zumindest gestern. Äh, vielleicht hab ich's auch falsch erinnert. Geil, noch was für die Schrotflinte. So wollen wir das doch haben. Ich hätte aber die Waffe leerschießen müssen vorher, dann hätte ich sechs Schuss bekommen. Ich mach immer denselben Fehler, wenn ich diesen Lauf aufsetze. Aber ich bin zu gierig. Ich will sofort upgraden. Halt mich, Jill! Kendo, dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Sorry für den Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Dazu, wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn? Nun, gute Idee. Wenn wir draußen sind, gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Was ist? Nichts ist nur... nur schlechtes Timing. Hör zu, ähm... Sorg dich nicht um mich. Ich bin schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, das... Das ist dein Job, was? Mach's gut, Jill. Schade. Man kennt ja jetzt das Problem, dass er seine Tochter da hinten hat. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse. Vorne beim Laden. Okay? Der Schlüssel hängt an der Wand. Sie sieht wirklich ganz schön zerstört aus. Ähm... Ja, da ist die chronologische Verbindung zu Resident Evil 2. Wie gesagt, Teil 3 spielt vorher, nachher... Äh, und... Äh, währenddessen. Oh, ich liebe es, wenn so Sachen zusammenpassen. Ich nehme jetzt nochmal die Pistole. Weil jetzt kommen wieder normale Zombies, haben wir ja gesehen. Und da ist die Schrotflinte eigentlich zu gut für. Da muss man mal ehrlich sein. 1, 2, 3, 4, 5 Itemplätze. Naja, okay. Kennlos Torschlüssel. Okay, okay. Ja, ich finde das richtig, was du sagst, lieber Stan Buck. Man könnte mit dem Raccoon City Setting noch so viel machen. Selbst so eine Umbrella-Geschichte, wo man versucht, die Zombie-Horden einzudämmen, indem du... Und gleichzeitig die Stars zu finden, indem du irgendwie auf der einen Seite diese Mr. Xe mit ihren Kapseln rausschießt. Und an anderer Stelle, ähm... Söldner-Gruppen quasi bestimmte Areale, äh, äh, sichern lässt. Und am Ende geht es natürlich darum, die Proben des Virus zu sammeln unten im Hive. Also, da gibt es wirklich richtig geile Ideen. Ähm, einfach nur durch das coole Setting. Ähm, aber ich verstehe auch nicht, warum Resident Evil es sich selbst so schwer macht manchmal. Gerade so Multiplayer-technisch. Das ist jetzt der dritte Teil, der Ende des Monats rauskommt von Multiplayer-Gaming. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch wieder scheiße wird. Und dann denkst du so, ey, ihr habt das jetzt schon so oft gemacht. Warum kriegt ihr es denn nicht hin? Also, was ist denn da der... Was hindert euch daran? Macht doch einfach Left 4 Dead. Klaut einfach Left 4 Dead. Als ob Valve noch irgendwas mit der Reihe macht. Valve erstickt im Geld. Okay, und das ist natürlich lustig, weil das ist die Tiefgarage von der Polizeistation. Das ist so geil, wenn man das so nacheinander spielt direkt. Und hier lag doch eigentlich ein Kraut. Ich wollte das jetzt Leon klauen, aber nee, sieht nicht so aus, als ob ich das kann. Aber wo ist denn dann... Mann, ich sehe hier nichts. Da! Ah, geil. Hateful Mexican Bob sagt jetzt schon, es wird scheiße. Oh, das tut mir leid, Qualle. Meine Freundin hat sich diese Woche von mir getrennt. Deine Streams bauen mich wieder auf. Danke, Simon. Ja. Es sind noch andere Quallen im Meer. Es ist wirklich so. Klar ist das scheiße. Man hat viel Energie und Zeit und Gefühle und alles investiert. Aber meine Erfahrung ist, dass man, wenn man ehrlich ist, immer wieder sich verlieben kann. Man sollte das nicht so absolutistisch sehen. Man hat sich verliebt. Klar, das war toll und so. Aber das wird auch wiederkommen. Das ist ein ganz normaler chemischer Vorgang. Angeführt von eurem Schniepel. Ausgeführt von eurem Herzen. Das klingt wenig romantisch, wenn ich so sage. Aber es ist halt einfach wahr, dass man sich immer wieder verlieben kann. Also sollte man sich nicht unter Druck setzen. Shit. Na shit, ich will, dass das Ding aufgeht. Ey! Auf die Entfernung. Angeschlabbert. What? Wo bist du denn jetzt hergekommen? Mann, ey, immer schleichen die sich von hinten an. Ich würde denen gerne so Clown-Schuhe mit so Tröten dran, würde ich denen verpassen. Eine Mod dazu wäre ganz geil, die nur das macht. Clown-Schuhe. Ey, komm, mach jetzt auf. Mach auf. Ah. 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 Ey, das ist so, das ist so hinterhältig, das kannst du nicht machen, das kannst du wirklich nicht machen. Einfach so, aus der Entfernung. Ah, es nimmt nicht so viel Energie weg, aber es ist unangenehm. Man kann sich null sicher fühlen damit. Danke, Frostnacht. Okay, hier ist offen. Hier geht es wahrscheinlich weiter, oder was? Ja, könnte man annehmen. Leserbriefe, Raccoon Times. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagsausflug mit den Kids in der Innenstadt ist und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf dem Geldbeutel der Eltern. Als Toy-Ankel. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Hand voll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tage losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollten wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Gezeichnet Karen Wilds. Nö, 69. Oh, danke. X. Just for Fun. Hoffentlich bringt dir das auch Spaß. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ich brauche dringend mal ein Crowd. Ist hier irgendwas? Okay, hier ist nichts. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ha, er hat eine neue Kiste. Ich glaube es ja nicht. Es ist so übertrieben. Warum denn? Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Aber es ist schon lustig. Also es ist wirklich lustig, finde ich. Weil es ist einfach... Ich meine, es ist halt Nemesis. Der hat schon immer einen Raketenwerfer gehabt. Schnell weg ins Flashdamage. Aber warum? Mach ihn alle. Jawohl, Nemesis. Gut gemacht. Alter, wie geil ich gerade ausgewiesen bin. Wissen das die Leute, dass ich das kann? Alter. Aber es ist ja lustig, dass nach der Geschichte, die mit Mr. X passiert ist, schießen sie zurück sozusagen. Ja, komm doch mal. Alter, willst du denn nicht mal kämpfen? Ich will dir diesen Schock machen. Alles will sie töten. Danke. Egnatz. Und Qualle 95. Natürlich wieder keine Munition. Äh, keine Energie. Komm, jetzt ernsthaft. So viel kann man doch hier gar nicht ausweichen wie ich. Ne, Nemesis hat ein sehr subtiles Design, um zu verdeutlichen, dass er böse und gefährlich ist. Genau, Pixel-Oni. Ja, stimmt schon, ne? Sie wollen ganz sicher gehen. Sie hätten noch so ein paar Atomzeichen drauf machen müssen. So, da ist jetzt gleich die Figur, die ich da runterschießen muss. Da oben sehen wir es. Jill, noch da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und füllen direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Ich kann leider jetzt nicht da durch und, ähm, Energie holen. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Ach, komm, ernsthaft. Kannst du keinem erzählen hier? Was sagst du? Der Super Mario Film Trailer ist Bombe? Ich kann das nicht glauben. Ich weigere mich, das zu glauben. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Jetzt geht er um die Ecke. Wie bei UHF. Habe ich eine Granate? Mann, ich habe nichts. Kann ich hier? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich habe so keine Ahnung, wo ich nochmal hin soll. Was steht auf der Karte der Kreatureinkommen? Na, vielen Dank. Das ist ein guter Tipp. Den werde ich mir merken. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Habe ich eine Heilungsspray? Das ist ja krass. Das habe ich nicht gesehen. Das ist natürlich besser. Aber ich muss immer noch gucken, wo ich jetzt hin soll. Jetzt gucke ich erst mal mich um, bevor ich das Ding abballere oder abballern lasse. Nö, also hier ist nichts. Ich muss also da hoch. Hier war alles verbrannt. Hier unten aber auch. Was hat er mir denn nochmal gesagt, wo ich hin soll? U-Bahn. Ja, aber da ist zu. Bei der U-Bahn ist leider zu. Das verbrennt alles. Das ist alles. So, wie komme ich denn jetzt wieder zu der U-Bahn? Ach ja. Oh, ich habe mich verwirrt. Ich dachte, das brennen. Ist die U-Bahn? Aber nein. Oh, geil mit dem Schatten. Jetzt rennen wir noch nicht so schnell. Ah, jetzt kommen wir hier zu dem Restaurant. Ja, ja. Achtet mal darauf, wie er immer mehr seine Schutzkleidung verliert. Das zeigt immer so den Progress, wie weit man schon ist. Das bringt gar nichts, was du da machst. Na, okay. Das bringt was, ja. Danke, Kleiner Punker. Du hast mich zuerst gerettet. Danke, Curse of Snowflakes. Danke, Curse of Snowflakes. Danke, Curse of Snowflakes. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Wenn das hilft, die Stadt zu rennen, macht mir das nichts aus. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell. Ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Barth finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge. Sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut. Geh ruhig vor. Ich geh schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Ach, Carlos, ich lieb dich. Deine Haare würde ich gerne haben. Unten im Schritt. Nikolai, halt's Maul. Nikolai, Mikael und Carlos. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtisch-Täter wie Barth noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tod verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Das war's für die Zivilisten. Das hab ich doch vorher schon geahnt. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir, Herr. Nikolai! Das ist... Ich liebe es, den Typen zu hassen. Carlos! Nee, es ist nicht Carlos. Ich bin von meinem Zug. Rechtskerl! Gute Aktion. Danke, Michael. Uiuiuiuiuiui! Oi, oi, oi. Das erinnert an die Mercenary-Missionen in Resident Evil 3. Da gab es die, glaube ich, da konnte man eben dann auch einen von den beiden von den dreien spielen. Ich weiß nicht genau, ob das auch Carlos war. Ich nehme mal an, ja. Oh, Brad. Marvin. Nein, Brad ist nicht Marvin. Oh, Gott. Brad, du bist wirklich für alles Schlimme in Resident Evil verantwortlich. Nicht mal als Zombie bist du zertragen. Mist, verschlossen. Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Aber es ist Brad. Komm doch her. Das ist auch lustig, weil er läuft ja, ich glaube, in Resident Evil 2 läuft er unter einem, oder 1 oder 3, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 2, läuft er eben hier in dieser Ecke rum. Und du erkennst ihn an der gelben Jacke. Und man wusste natürlich vorher nicht, dass es Brad ist. Also man weiß es dann, wenn man es weiß, weiß man es. Aber in dem Fall ist das halt eine schöne Erklärung, warum Brad irgendwie Zombie ist. Aber es nervt mich, dass Brad Marvin gekillt hat. Ist das nicht geil? Und schon sind wir wieder hier. Das ist super gemacht. Ich kenn mich aus. Ganz viele denken... Ganz viele denken wegen dem Pulsmesser, dass ich ein Messer habe. Also nur mit Messer durchspiele. Aber so, so... Nee, ich hab ein Pulsmesser. Und ich frag mich dasselbe wie ihr. Warum ist Nemesis nicht einfach bei Dancing with the Stars? Wat? Das ist aber nicht okay. Das ist aber nicht okay. Ich nehm an, ich kann jetzt nur hier lang, ne? Eigentlich müsste ich ja hier durch. Ja. Ja, alles lustig. Aber hier wird natürlich ständig gezeigt, nein, das brauchst du nicht. Ich find's halt auch schön, dass... Also ich find's... Nee, ich find's schade, dass Marvin hier jetzt nicht mehr da ist. Ich find's aber schön, dass er kurz eingebaut wurde. Äh. Okay, ID-Karte. Ohne eine Stars-ID geht die nicht auf. Sicherheitsrichtlinie zu ID-Karten. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. Ja. So kann man alles noch komplizierter machen. Das ist so geil. Das ist so geil. Was in der Hölle war das denn? Das ist genau das, was man sieht, wenn man zum ersten Mal reinkommt. Das ist so Hammer. Das war kein Zombie. Da, er hat auch genau dieselbe Wunde und er hat's abbekommen und hier hängt jetzt der andere, ne? Ah. Ja. Das ist, wenn du... Wenn du zu viel Bon rauchst. Wenn du verheiratet bist mit dem Rohr. Dann sieht das so aus. Okay. Hier auch nicht, ne? Brauchen wir alles nicht. Hier da, Marvin. Officer des Monats. Und auch der letzte. Jetzt schon wieder weg. Mein erster Impuls war direkt, jetzt hier die Fenster zu verschließen. Aber ich hab ja keine Bretter. Okay. Geht wieder los. Hat der ein Messer? Ja. Ja. Meine war aber auch nicht besser. Ich bin ein bisschen krank. Kränklich. So was finde ich halt einfach geil, wenn man irgendwie alte Locations nochmal besucht. Aber halt es nicht übertreibt. Das ist, glaube ich, der Punkt hier. Zum Beispiel fehlt die Kiste. Sonst könnte man ja in die komplette Station durchgehen. Und man kriegt halt einfach alles mit irgendwie, was da so passiert ist. Und man wollte das ja immer mal wissen. Man wollte ja immer dabei sein, wenn die versuchen, diese Polizeistation zu verteidigen. Jetzt ist zwar ja auch nicht so viel los. Aber man sieht schon, wie sie es versuchen. So, bevor wir jetzt hier durchgehen, machen wir kurz eine Sache, die mir der Chat schon angeraten hat. Wir machen ganz kurz Pause, aber die Werbung ist ausgestellt. Wobei, ich mach sie eine Minute an, aber ich mach sie dann wieder aus. Keine Sorge, ihr werdet keine fünf Minuten kriegen. Das ist ein Bug von Twitch. Ich mach kurz Werbung und dann hol ich mir was zu trinken. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Das ist faktorisch. Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist ja Stuhl. Das, das hier ist ein Stuhl. Das ist ein Stuhl zum Sitzen. Das hier ist ein Stuhl. Mann ist der Stuhl glatt. Das ist ein entsetzlicher Stuhl. Das ist ja Stuhl! Das hier ist ein Stuhl! Das ist ja... Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. War ein verfluchter Drehstuhl. War ein verfluchter Drehstuhl. War ein verfluchter Drehstuhl. So wissen Sie nicht mal gleich Stuhl. Stuhl? Jawoll! Das hier ist ein... Mann ist der Stuhl glatt. An was für einen Stuhl dachten Sie? Von draußen und sitzen. Nee? Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist... Sie drittst jetzt nicht auf einem richtigen Stuhl. Die machen einen Fernsehaben. Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Da kann man drauf sitzen! Wer hat nicht einen Stuhl zum sitzen? An was für einen Stuhl dachten Sie? Oh, warum sind Sie ihn nicht? Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Nein! 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 Alles was ich wollte war ein verfluchter Drehstuhl. Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Das ist ja Stuhl! Bis zum nächsten Mal. 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 Nein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es ist so lustig, weil man ja jetzt den anderen jetzt die Items klaut, aber das ist eine Alternative Realität, Soo, in der, ingée. Redfield halt einfach keine Gürteltasche gefunden hat. Da ist ja immer noch mehr. Ach ja, weil die Kiste hier auch drin ist. Ich brauche diesen Stars ID Shit, aber den finde ich wahrscheinlich oben im Stars Büro, nehme ich mal an. Also ich bleibe dabei. Dancing with the Stars wäre ein richtig schöner. Ich bin wirklich schlecht. Wäre ein richtig schöner. Ein richtig schönes Coming Soon, wie wir damals gesagt hätten bei Game 1. Mit so einem Fake-Game-Titel. Ich kann mir den Einspieler richtig vorstellen. Du hast so verschiedene Zombies, die irgendwie tanzen. Alles ist voll scheiße. Der eine, dem fällt das Gehirn zwischendurch raus. Und dann hast du die ganzen Stars-Mitglieder, die irgendwie die Jury machen und alle so Memes benutzen. Also halt, Barry hat dann natürlich irgendwie mit der Magnum schießt mit der Magnum einen weg, der ihm nicht gefällt, der schlecht ist. Und dann kommt natürlich Nemesis. Stars! Und so weiter. Ah, hier. Also, so stelle ich mir das vor. Muss ich überhaupt was muss ich das machen? I doubt it. Leon, alter. Habe ich was anderes gesagt? Könnte ich die Dinger nur mit Kameras umbringen. Ja. Fatal Frame ist dieser Titel, den du meinst. Hey, Soon! Hallo, herzlich willkommen! Hallo, das Stars-Büro ist geradeaus. Verstanden. Na, als ob ich da einfach direkt straight hingehe. Oh, mir fällt gerade auf, das Messer geht hier auch gar nicht kaputt. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Hab ich einfach so einen Schlüssel gefunden. Wat? Wat? Die haben einfach die Tür hier weggemacht? Ihr seid ja wahnsinnig. Völlig crazy sind die von Capcom. Das fällt doch jedem auf. War es RPM? Ah, Mann, ey. CRT. Oder so. Nee. CD. Nee. Weiß das jemand von euch? Ähm, danke Densig und danke auch Andrei. Cap? Nee, nee, Cap ist die andere leider. Cap hätte ich auch noch gewusst. Warte mal, Moment, das war doch so, ich hab mir das doch letztes Mal gemerkt. Cap war das eine, das andere war SZ, nee, das war SZ, nee, das war für später. Boah, was ist hier? Also, Cap? Nee. DCM? DCM? Devil, Devil Cry May. Ja, ey. Und trotzdem hab ich's mir nicht gemerkt. Ja, ihr habt recht. DCM. Devil Cry May. Glaubt ihr, die haben das extra gemacht? Also mit, mit Devil Cry May. Aber dann hätten sie eigentlich auch die ganzen, äh, hätten sie es auch durchziehen können und, äh, Devil May Cry nehmen können, DMC, ne? Aber es ist Capcom. Also ich glaub schon, dass das eine Bewandtnis hat, so. Das ist eine geile Waffe. Die, äh, das Schnellfeuergewehr. Moment. Hatte ich grad angehört, als wäre hier diese Pflanzen aus dem Labor. Mein Erzfeind. Pflanzen. Die müssen alle verbrannt werden. Schön wär auch, wenn man jetzt raffen würde, wie der eine Zombie hier in den Spind kommt. Ah, geht nicht mal auf. Ach, hier ist ja gar nix. Schätze, wir tun's auf die explosive Tour. Nee. Ein mittelgroßes Fischerdorf. Das war ja da dran. Ich brauch die Batterie. Und die Batterie war... Oh, in der Asservatenkammer. Ja, natürlich, ich Idiot, in den Spinden. Ja, und Cap ist Capcom. Ihr habt völlig recht. Hab ich euch schon meinen einzigen selbst ausgedachten Gag erzählt? Wie heißt Capcom in Frankreich? Capcom. Ah, shit! Hätte ich dem dummen Witz mal nicht gemacht. Ah, nein. Nein, nein. Lass mich durch. Lass mich durch, binatzt. Ah, ja. Oh. Who denn? Ah! Hier, schlaf gut. Danke, Gandhi Unleashed. Das ist auch ein sehr guter Name. Passiver Widerstand war ihm nicht genug. Ja, ja, komm. Ah! 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 Man kann sich fragen, warum der hier drin ist, wenn er doch gar kein Polizist ist. Wie ist er hier reingekommen? Habt ihr gesehen? Endlich habe ich es mal geschafft, dem, diesem Hechter zu entkommen. Ah! Ich finde es irgendwie lustig, dass mein Ruhepuls meistens 69 ist. Das habe ich genauso geplant. Ja, ich habe gestern den zweiten Teil gespielt. Moment, ich muss kurz mal ein bisschen Tee trinken. Lecker Tee! So. Ah! Ach, geht ja nicht. Ähm, stimmt, ja. Ja, aber dann gehen halt nur die Einser. Eins, null. Aber das ist doch bescheuert. Das habe ich doch alles schon mal, also ich meine, das ist irrelevant und ich habe es doch schon mal gesehen. Geht nicht? Doch. Ach, da ist die Batterie drin. Ich dachte, das war der Film. Okay, geil. Meins. Okay, eins, null, neun und null, sechs. Okay. Okay. Versteht ihr den Gag wirklich nicht mit Crepe Cobbens? Glaube ich nicht. Wegen Crepes. Diese lecker fluffigen kleinen Fangkuchen. Nein, ihr verarscht mich. Ihr versteht diesen wunderschönen Gag. Das Besondere an dem Gag ist ja nicht, dass er lustig ist, sondern dass es der einzige Gag ist, der mir jemals selbst eingefallen ist. Super, Papa! In Form von Witz. Also, wir haben natürlich viele Gags für Game One und Game Two geschrieben, aber, nee, ernsthaft, da bin ich ja irgendwie auf eine perverse Art stolz drauf, obwohl es total dumm ist. Aber so ist das halt. Haben wir noch Energie? Der hält ganz schön viel aus, das gefällt mir. Der ist ein Macher. Macher ist Jugendwort des Jahres, jetzt glaube ich, ne? Oh, nö, ey! Das tut dem richtig weh, ne? Man hört's! Zockst du auch noch Resident Evil Zero? Was ist Resident Evil Zero? Oh, ich glaube, das gibt's gar nicht. Das muss, da musst du dich irren. Dieses Spiel kann ja eigentlich gar nicht existieren. Das klingt ja auch total unrealistisch. Als würden die ein Resident Evil machen, was vor den anderen Resident Evil spielt. Nee, nee, da musst du dich irren. Tut mir leid. Aber da hast du vielleicht einfach falsche Infos. Kann passieren, ist ja nicht schlimm, ne? Fehler. Moment. Hä? Hab ich nicht gerade die Batterie geholt? Hat der die schon hier dran gemacht? Ah, sie ist direkt drin. Simons Opus Magnum. Ja, viel besser geht's nicht. Nee, da gibt's schon andere Sachen, auf die ich mehr stolz bin. Aber wie gesagt, ich bin sehr schlecht daran, mir erzählbare Witze auszudenken. Ich bin auch sehr schlecht daran, irgendwelche Titel für irgendwas zu finden oder so. Auf irgendeinem Grund kann ich das überhaupt nicht. Deswegen freut es mich einfach. Carlos, ich bin fertig mit dem Computer hier. Ich komm zu dir. Verstanden. Schnell, Nick. Was ist jetzt los? Achso. Ach Mann, ey. Da kannst du ja nicht mit rechnen. Einer nach dem anderen zieht ne Nummer. Mann, Digga. Boah, da hab ich jetzt aber auch ganz schön was abbekommen. Das hat gar nichts gebracht, diese dämliche Scheiße hier. Das ist natürlich voll nett, Silencer Junior, aber alle sind kreativ bei Rocket Beans. Wie gesagt, bestimmte Dinge kann ich sehr gut, bestimmte nicht. Titel für irgendwas finden kann ich zum Beispiel nicht so gut. Wo sind sie jetzt? Ein Gefangenen in einem verdammten Krankenhaus von allen möglichen Monstern umzingelt. Hör zu, schicke einfach die Stars, die wissen, was zu tun ist. Nein, negativ. Auf die Dien ist auch überrannt. Dann lass dir was einfallen. Umbrella ist durchgedreht, die bringen alle ihre Forscher um. Ich bin der Einzige, der weiß, wie man den Impfstoff gegen die Zombies herstellt. Du kannst also da mit der Hand in der Hose rumsitzen, oder? Jemanden schicken, der mich hier verdammt noch mal rausholen kann. Der gefällt mir. Ja, dachte ich mir. Du hast ihn gehört. Wir können ihn nicht der Firma übergeben. Das entscheiden nicht wir, sondern Mikhail. Ich sehe mal den Computer nach und schaue, ob ich den Dock orten kann. Das wird etwas dauern. Zieh dich um. Guck, ob du was Nützliches findest. Das lass ich mir nur wirklich nicht zweimal sagen. Da ist geiler Shit. Das weiß ich doch schon. Ah, hier ist ja eigentlich eine fette Waffe. Die kann ich aber noch gar nicht nehmen. Ach man, wie gerne hätte ich diese blöde Karte. Die muss man doch hier irgendwann kriegen. Ja okay, die ist wahrscheinlich hier, ne? Ja, logisch. Okay, kein Grün. Schade. Da muss man halt vorsorgen. Rechtzeitig einkaufen gehen. Ist das Jill da vorne? Das ist Jill da vorne. Bericht über den Willenzwischenfall. Rejected. Geil. Das haben sie nicht gewollt, ne? Das darf nicht veröffentlicht werden. Dieser bizarre Vorfall ereilte sich in einer Villa der Umbrella Corporation in den Arklay-Bergen. Das Bravo-Team der Stars wurde am 23. Juli entsendet, um eine Reihe von mysteriösen und grausamen Morden zu untersuchen, aber der Verderber der Kontakt zu ihnen riss unerwartet ab. Am 24. Juli wurde dann das Alpha-Team ebenfalls entsendet und in die Ereignisse in der nahegelegenen Villa verwickelt. Der Vorfall gipfelte in der Zerstörung der Villa. Es gab zahlreiche Opfer. Die einzigen Überlebenden waren fünf Mitglieder von Stars. Die Ereignisse lassen sich auf illegale Biowaffenexperimente im Umbrella-Labor unter der Villa zurückführen. Zwei Seiten. Für das, was da passiert ist. Zwei fucking Seiten. Das T-Virus, das in diesem Experiment verwendet wurde, konnte die Anlage verlassen. Ernsthaft? Jedes Dokument, was mir die Handhabung von Munition oder von Kräutern erläutert, ist länger. Es wird angenommen, dass sie die Grundursache all dieser Vorfälle ist. Jedoch wurden alle Beweise zusammen mit der Villa zerstört, was weitere Untersuchungen extrem schwierig gestaltet. Nein, mindestens ein Hund wurde erschossen und liegt vor der Villa. Und ich bin mir sicher, dass eine Menge Biomasse in dieser verschissenen Villa immer noch rumliegt. Aber gut. Dann glauben wir... Also ich meine, auf der einen Seite können sie gut ballern, aber die Polizeiarbeit ist unter aller Kajüte. Nehmen wir mit. Ja, die Villa ist hochgegangen, als ob da nicht irgendwo... Habt ihr gesehen, was da alles drin ist? Als ob da nicht irgendwo zur Hälfte Zombie-Teile rumfliegen. Das kann mir doch keiner erzählen, dass da kein Beweis ist. Vor der Villa liegt ein toter Zombie-Hund. Das alleine würde schon reichen. Also bitte. Nur weil du keine Probe von dem Todesvirus dabei hast. Also ich meine, ich verstehe ja eure Argumente, aber ich glaube, das ist alles Bullshit. Die sind einfach schlechte Berichteschreiber. Zwei Seiten. Für ein Zehn-Stunden-Spiel. Kein Wunder, dass dir das keiner glaubt. Das ist ja nicht mal gut geschrieben. Hm. Ja, was kann man denn noch machen? Zum Krankenhaus gehen, hier ist immer noch Zeug. Ah, außerhalb ist noch Zeug. Genau. Und hier, in diesem einen Räumchen, ist auch noch was. Ach ja. Tja. Mach ich erst mal den draußen fertig. Ja, was ist? Entleicht? Jemand verletzt? Jill? Ach, scheiße. Da draußen ist der Licker. Wo starte ich jetzt? Also, ich will aber noch den ganzen Kram haben, ne? Ja, es stimmt natürlich, du hast völlig recht, ähm, Son of Austerlitz, die Behörden stecken mit drin. Aber, dann schickst du es halt an die Schmild. Oder auf Fiegel, Fiegel.de Da gibt's, oder die Held. Da wird's schon irgendwo ne Webseite geben, die sich den Scheiß druckt. Wenn's bei Tichis ein, wär's, der Schrott. Ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Irgendeine Verschwörerseite wird's schon drucken. Carlos? Bitte komm! Carlos! Verdammt! Kein Empfang! Ist das eine aufpolierte Version des Spiels? Naja, es ist mehr oder weniger ein komplettes Remaster des Originals von 98? Ich weiß es grad nicht mehr. Einkeigung zu neuen UBCS-Waffen. Gute Neuigkeiten, Schlappschwänze! Ich hab ein paar neue Waffen für euch, mit denen ihr garantiert euren Mann stehen könnt und euren Frauen. Ja, aber es war damals, damals gab's noch keine weibliche Polizei. Sie heißen Minengranaten. Diese Schätzchen wurden von der Umbrella Militärforschungseinheit entwickelt und werden euch heißer machen als euer Schatz, der zu Hause auf euch wartet. Wer hat diese Texte geschrieben? Warum sind die alle so dämlich? Sie sind schwer zu finden und etwas knifflig in der Handhabung, aber vertrau mir, sie sind das wert. Okay, schauen wir uns mal die Daten an. Minengranaten wurden für den Gebrauch mit Standardgranatenwerfern konzipiert. Versucht ja nicht, sie in etwas anderes zu schieben. Also wirklich. Feiert sie gegen eine Wand oder den Boden und sie bleiben genau da kleben. Der Sensor in der Mine erkennt, wenn sich ein Gegner nähert. Ja, ich weiß, wie eine Mine funktioniert. Werfen sie also einfach einen Gegner in den Weg und ihr habt eine Landmine. Unfair gibt es im Kampf mit diesen Riesenfreaks nicht. Also geht da raus und kämpft schmutzig. Das Schöne finde ich, dass sie gegen diese krassen Monster kämpfen, aber trotzdem noch ganz anständige, behördliche Berichte abliefern. Als wäre das einfach nur ein weiterer Dienstag. Okay. Okay. Ich nehme die Granate halt mal mit, weil ich nicht weiß, ob nicht vielleicht irgendwo Nemesis nochmal kommt. Aber mir fällt gerade ein, wisst ihr, was immer richtig gut wäre? Eine Hanfgranate. So, jetzt aber genug. Ja, ich werde selbstverständlich lieber Seppo. Wir werden ganz sicher irgendwie Resident Evil 8 DLC spielen. Ob mit Fabian und Gregor, ich nehme es an, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Bock haben und ich auch. Also es ist eindeutig, dass Carlos viel besser schießt, obwohl das war ein Lucky Shot. Aber bei ihm geht es wirklich schneller und besser. Und du siehst einfach, der ist ein versierter Söldner. Das ist schon cool gemacht, dass die so auch, obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, man selbst steuert das. Aber es ist schon gut gemacht, dass es sich so anfühlt. Ey, 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 ey. Ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey. Ey, ey. Na. Danke, Join2k für dein Abo. Gut, dass du da bist. Wie auf dem Jahrmarkt. Alle Entchen abgeschossen. Das haben die sowas von verdient. Er ist immer noch am Leben. Ich muss weg hier. Ja, euch scheint es gut zu gehen. Kannst du noch den Cube lösen? Äh, nicht mehr. Ich kann den Cube, ich würde sagen halb lösen und zwar bis nur noch eine Seite übrig ist. Und da kenne ich die weiße Seite, da kenne ich ein paar Muster. Aber ich habe es immer, wenn ich es probiere, lande ich immer bei dem letzten Move, bei dem Fisch-Move und kriege einfach diese weiße Seite nicht mehr voll. Weil da ist ein Fisch-Move, dann der Hamburger-Move, aber irgendwie kriege ich die nicht zusammen. Aber ich denke mir manchmal, Mann, das ist eigentlich so einfach. Ich müsste es noch können. Aber ich habe diese Bewegung einfach komplett vergessen. Die letzten. Ah, das ist ganz schön. Wasser sieht nicht so doll aus, aber insgesamt sieht das fast friedlich aus. Ach, man muss sich eigentlich die Locations auch mal angucken. Das ist schon schön, wie sie hier versucht haben, alles zu verbarrikadieren. Ist natürlich die Frage, helfen diese Sandsäcke jetzt wirklich gegen Zombies? Ich meine, bei mir helfen schon Türen. Also, zumindest bei den größeren Zombies. Die kleineren tatsächlich kommen durch. Ein Pamphlet. Ach, der Uhrenturm. Zu Ur... Alter, Uhrensohn, ey. Der Urturm Saint Michael's ist ein Gebäude im Barockstil, das im Herzen von Raccoon City steht. Er ist zu einem geliebten Wahrzeichen geworden und gilt vielen Bürgern als Symbol für die ganze Stadt. Die Kirche Saint... Mit dieser Stimme dauert das dreimal so lange, ist mir egal. Saint Michael's erbaute diesen Turm 1918 mit der Hilfe mehrerer Philanthropen. Vielen Dank, Herr Reinsch. Er ist den Kindern gewidmet, die in der sich entwickelnden Stadt geboren wurden. Und das Endergebnis Erdgeschoss, ich lese gar nicht mehr richtig, Erdgeschoss wurde lange Zeit als Grundschule genutzt. Die Stadt sah weiteres Wachstum durch die rasche Elektrifizierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts und die Saint Michael's Grundschule schwoll auf über 600 Schüler an. Leider wurde die Saint Michael's Grundschule 1978, ein Jahr vor meiner Geburt, geschlossen, da das Gebäude anfing, altersbedingte Schäden aufzuweisen. Die Uhr wurde gestoppt und es wurden strenge Zutrittsbeschränkungen für das Gelände erlassen. Jahrelang war dieses einst so geliebte Wahrzeichen und der Platz davor abgesperrt. Aber in den 1990ern arbeitete die Umbrella Corporation zusammen mit Bürgermeister Michael Warren daran, die Gegend zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dieses Mal sollten angemessene Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Uhrenturm wurde 1993 offiziell wieder eröffnet und der Klang der schweren Glocken kann heute wieder in ganz Raccoon City gehört werden. Okay. Stimme klingt ja fast wie Steve Urkel. Ja, ich dachte eher so Stefan Urkel. Das war eher so... War ich das etwa? War ich das etwa? Das sind die beiden Urkels. Ah. Ich würde die ja einfach nur abballern, weil die so hässlich sind. Sollte man Resi 3 vor Resi 2 spielen wegen der Story? Hm, nee. 3 spielt vorher, währenddessen und nachher. Also fang mit 2 an. Fang mit 1 an. 1 ist auch super. Also 1, 2 und 3 ist super. Beim dritten könnte man diskutieren, ob das Original nicht besser ist. Nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. Oh. Die eine Sache, die ihm hilft. Der kann nicht mal schwimmen. Carlos, melde dich. Ja, was ist? Vergebens. Der Zug ist entgleist. Entgleist? Ist jemand verletzt? Wir sind alle tot. Mikhail, sie alle. Scheiße. Hallo, Herr Reinsch. Danke. Nikolai hat uns verraten. Halt was! Hör nicht auf den Chat. Fang nicht mit 0 an. Ich bin bereit. Kira, was war das? Kira, sag was! Okay, das ist nicht mehr mein Nemesis. Als ob das was bringt, Mädel. Ich bin bereit. Oh Gott, ist sie gut. Geschmeidig wie ein Alessi. Oh shit, ich hasse diesen Kampf. Ich hasse ihn wirklich, weil ich noch ganz genau weiß, wie lange wir an dem rumgesessen haben. Irgendwas ist hier anders. Irgendwas muss man hier speziell machen. Irgendwann rennt er nämlich am Rand entlang. Also hier an den Gebäuden. Und da muss man irgendwas machen und kann da irgendwie ein paar Tricks nutzen. Aber um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht. Aber solange er noch nicht so ganz wütend ist, fange ich erstmal an, die Items einzusammeln. Das macht es natürlich wenig gefährlich, wenn man da so gefühlt immer ausweicht. Aber es ist halt die erste Stufe, da ist der halt noch relativ ausweichbar. Sagte sie und bekam eine Kralle. Karalle ins Gesicht. Mann, wie soll ich den Scheiß jemals kriegen? Ah, das klappt alles nicht mit den Kisten, wie ich das gerne hätte. Mann, mach doch! Mach doch! Du Troller! Nimm doch die Scheiße jetzt hier! Nutz das mal! Ah! Du hast keine Muni mehr! Zu viel! Zu viel Muni! Und ich hab natürlich den Granatwerfer nicht dabei. Das gibt nur eine Funktion für den, diesen geilen Shit hier zu haben. Warnung! Das ist sowas wie meine letzte Warnung! Denn das... Der Rückschlag ist schon in Planung! Höh! Kann ich das noch dazu packen? Ne, natürlich nicht. Kann ich das nicht einfach essen? Mann, ich hab einfach keine guten Waffen! Oh Gott, sie kriegt's aber auch ab heute. Hat wirklich einen schlechten Tag erwischt. Das bringt ja gar nichts! Okay, jetzt ist hier wirklich Gefahr. Deswegen wird's auch schon schwarz-weiß. Ich hab alcohol dazu gepackert. Geschrei! Nee, nein. Nee. Nee, nee. Nee! Nee! Nee, nee, nee! Das ist halt auch schwer, ne? Ei, ei, ei. Okay, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit, um einzusammeln. Aber ich weiß, dass man auch irgendwie ihn da runterballern kann. Das ist aber ne geile Sache. Aber es ist halt auch gleichzeitig so ein bisschen wahllos, weil man halt einfach überhaupt nicht versteht, was man hier eigentlich machen soll. Außer ballern natürlich. Äh, was ist denn das? Minen für den Granatwerfer. Das ist aber schön. Schöne Sache mit den Minen. Die sind sicher cool, wenn man die einsetzt. Lad nach, Mädel. Okay. Habe ich jetzt wieder Platz? Ich habe immer noch keinen Platz. Toll, das hat ja viel gebracht. Habe ich jetzt alle Items? Nee, natürlich nicht. Komm, spring! Oh, nee. Was? Ich habe doch noch Energie. Alter, die hält aber auch aus. Das war auf jeden Fall eine chirurgische Behandlung. Okay. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das auch so klappt, wie ich es gerne hätte jetzt mit, ähm, diesem Kampf. Dass ich das noch beim ersten Mal schon schaffe. Sag mal, willst du mich ja nicht verarschen? Ich habe kein Ding. Ich habe den Minenwerfer nicht. Du Troller. Nee, habe ich nicht. Wenn ich eine Mine vor ihnen bekomme. Ich mache doch schon den Wischer. Aus, wie, aus Wischer. Das ist so doof, weil während sie nachlädt, kann sie diesen Dash nicht machen. Und das finde ich einfach nur gemein. Da werde ich mit der Fairness-Behörde mal ein Wörtchen reden müssen. Na toll, jetzt habe ich natürlich keine Energie mehr. Ich werde jetzt einfach die Granate werfen. Ich werfe die Granate. Ich sehe, alles egal. Nee, nicht. Ich werde sie nicht. Ich gebe sie mir auf. Es ist so schlimm. Ich habe es nicht. Wie soll ich das denn machen? Ich werde sie nicht machen. Are you fucking kidding me? Ich möchte nicht wissen, wo sie den hatte. Bist du noch da? Komm schon, du gibst jetzt den Geist auf? Kommt noch mal. Aber es war ein spannender Kampf bis zuletzt, muss ich echt sagen. Aber alter, was hat der mir Zeug weggesaugt? Das ist ein bisschen gemein, das ist ein bisschen gemein, weil man ja vorher nicht wissen kann, dass man den jetzt braucht. Es ist also wirklich so gedacht, es ist Brauch bei Capcom, dass man erstmal den Spieler einmal tötet. Damit er dann weiß, aha, falsche Waffe. Das ist ja Stuhl. Aha. So. Uiuiui. Da ist noch was. I knew it. Na toll. Habe ich jetzt alles? Jawohl, endlich. Das ist unnötig. Cocky. Unnötig Cocky. Lass mich raten. Oh, nö. Eben hat sie noch einen Granatwerfer. Ja, Mann. So wie in Star Wars. Das war's mit dem Rancor. Äh, oder auch nicht. Es ist schon krass, wie dieser Nemesis mir dargestellt wird. Der ist einfach wirklich unberechenbar und unschaffbar. Danke, Blinksy. Also, ich hatte beim ersten Mal ein Gefühl, ah, das ist ein ganz komischer Boss. Aber ich muss sagen, jetzt finde ich das ziemlich cool. Der Kampf. So wie er jetzt gerade war, war er spannend, packend, bis zur letzten Sekunde. Sag doch was. Einfach fordernd. Verdammt. Nein, saug die Wunde aus. Vielleicht kann Dr. Barth sie retten. Okay, ich treff dich da. Ach, er kann's einfach nicht. Ach, Carlos, würdest du mich mal auf deinen starken Schultern so tragen? Halt nur durch, Spocker. Das wird schon. Hey, der Super, Super. Hey, der Super, Super. B-de-de-de-de-de-de-de-de-de. Bester Terminziel. Alleine-Film. Termin-Solo-Film. Der Super Cop. Meine Ansicht nach. Ach. Ich freue mich total, jetzt mit ihm spielen zu können, weil ich weiß, er hat geilere Waffen. Er hat die besseren Waffen. Moment, soll ich jetzt ihre... Moment, hä? Was genau? Kann ich ihr jetzt Waffen geben? Ach, ich soll ihr natürlich das Gegengift geben. Okay, ich dachte schon. Wäre aber lustig, wenn ich ihr Waffen geben könnte für später. Tja, so ist das. Wenn man nichts in die Kiste rein tut, kannst du auch nichts rausholen. Und das habe ich auch immer sehr gefeiert, diesen Level im Original. Das Krankenhaus. Normalerweise finde ich sowas immer schlimm. Sie ist ein Till. Aber hier ist Hammer. Einfach richtig schönes Rabatz, den es hier gibt. Was? 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 Na, warum mache ich das? Ist doch Verschwendung. Da, Mann. Siehst du die Waffe? Die hat einfach Durchzug. Da geht er direkt. Da geht er direkt. Da dreht er um. Sag ich, hier Klaus, lass doch lieber drüber gehen. Da sind die, das ist der Kindergarten. Das ist viel leichter als hier. Ich habe keine Zeit dafür. Das ist korrekt. Einer ist immer noch versteckt. Ja. Rock around the Glock. Wegen der Waffe. Ja, es fliegt mir einfach so zu. Es ist alles so schlecht, tut mir leid. Es ist auch für mich schon 23.52 Uhr. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City. Die Spitze der Wissenschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unseren hochmodernen Ambulants und der geräumigen Bettenstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die der Medizin in den Vereinigten Staaten und auf der Welt reformieren werden. Okay. Die lassen sich nicht lange bitten. Ja, warte mal. Wie kriege ich denn jetzt das Ding? Kann ich das hier einfach abnehmen? Ja. 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 Nein. Willkommen beim Büro für Dr. Lanternia Barth. Bitte sprechen Sie Ihr Anliegen deutlich ins Mikrofon. Äh, den brauche ich doch sicher für irgendein Stimmen-Erkennungs-Muster-Dingens. Ja, wie zum Beispiel direkt hier. Ne? Dr. Barth, sind Sie da drin? Ich bin hier, Sie zu retten! Öffnen Sie die Tür! Stimmen-Muster nicht gefunden. Stimmen-Muster? Was für ein Sci-Fi Mist ist das denn? Einfach nicht fragen. Das ist typisch Umbrella. Sei froh, dass es nicht drei farbige Glöckchen sind. Was denn? Hä? Moment. Sesam, öffne dich. Stimmen-Muster nicht gefunden. Okay, ne, ich dachte, äh, ich hab das schon, weil eben war ja gerade ein Text, äh, der gesagt wurde, aber das ist scheinbar nicht auf diesem Ding, aber das kommt schon noch. Pflegertagebuch, 25. September. Jeden Tag bringen Sie weitere von diesen Patienten mit der rätselhaften Krankheit. Die Beruhigungsmittel stoppen Ihr Delirium nicht. Deshalb müssen wir sie in Zwangsjacken stecken und sie in den Isolationsflügel transferieren. Das Problem ist aber, dass der Isolationsflügel bereits aus den Nähten platzt. Der Direktor hat uns befohlen, jeden mit Symptomen kostenfrei aufzunehmen, aber was erwartet er von uns? Sollen wir Ihnen gut Besserung wünschen? Wir haben keine Heilungsmethode. Und das ist noch nicht alles, was mir Sorgen macht. Wenn diese Patienten sterben, werden sie nicht vom normalen Bestattungsdienst mitgenommen. Man hat uns gesagt, es sei eine Sonderabwicklung, um zu verhindern, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich denen das abkaufe. Miranda hat gesehen, wie einige Typen nachts eine Leiche durch die verbotene Tür geschoben haben. Warum? Wohin? Was geht hier vor sich? Tja, wenn man solche Fragen stellt, sollte man einfach abhauen. Das ist die einzige Antwort auf alles. Abhauen. Gerade wenn man in Raccoon City ist, klar. Aber warum sind die Leute immer so? Ach, passt schon. Wird schon. Was sollte passieren? Alles. Das ist ein fieser Raum. Weil hier gerade jemand fragt, Ebola 3 irgendwo wurde das gefragt. Also Ebola 3 ist auf jeden Fall spielbar und macht Spaß. Aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen cheesy und scheiße. Und das Gute ist, man kann jetzt darüber diskutieren, ob, und ihr macht es auch die ganze Zeit schon, ob Resident Evil 3 Nemesis besser ist als das Resident Evil 3 Remake. Ich muss sagen, ich find's eigentlich ganz geil, dass die so unterschiedlich sind. Ähm. Ich kann euch ja auch erklären, warum. Weil Resident Evil 2, da ist es quasi so passiert, dass das Remaster das Original überschrieben hat. Wie ne Datei auf der Festplatte. Du brauchst die alte nicht mehr. Weil die neue ist besser. Klar ist das cool, aus einem historischen Look heraus zu sehen, wie es angefangen hat. Und ich liebe den klassischen Resident Evil Teil. Aber ich werde, wenn ich die Wahl hab, immer lieber das Remaster spielen. Und das liegt halt auch daran, weil es ziemlich genau das Gefühl des zweiten Teils widerspiegelt. Hier ist das aber eben ganz anders. Und das find ich cool. Also, man muss gar nicht fragen, was ist besser. Beides zusammen ist auf jeden Fall das komplette Resident Evil 3 Erlebnis. Meiner Ansicht nach. Aber es ist deutlich anders als das Original. Und deswegen, äh, allein diese ganze Nemesis Geschichte wurde von früher 6 von 10 auf 12 von 10 hochgedreht. Also, das ist völlig wahnsinnig. Aber grad das ist halt auch irgendwie geil. Find ich. Ne? Hä? Moment. Achso. Das war das, der Kartenleser. Ah, das bringt gar nichts. Ah, der wartet noch auf den richtigen Plot-Moment. Bis er durchbrechen kann. Oh, danke Dämon 84. Und danke auch Dietershafen. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Sogar mit nem Sub. Da geht's ab. Oh, guck ihn dir an. Der sieht aber auch ein bisschen... Selbst der sieht ein bisschen ramponiert aus. Aber ich glaub, der soll so sein. Genau, du sagst es nämlich skr-skr. Resi 2 Remaster ist eines der besten Remaster aller Zeiten. Ist so. Ist einfach so. Deswegen war man ein bisschen enttäuscht vom dritten. Weil's halt nicht so ne Art von Remaster ist. Aber ich bleibe dabei. Ich glaube, die wollten sich auch abgrenzen. Am Anfang hab ich's auch nicht verstanden. Mittlerweile denk ich, ne. Die wollten sich ganz bewusst abgrenzen von... Von dem, was Resi 2 da irgendwie, äh, gemacht hat. Ich weiß ja, dass das nicht geht. Ich will nur für die... Für die Map, ja. Das Rote haben. Hm. Da unten ist doch noch was. Ne, auch nicht. Das ist zu. Vorhängeschloss. Verschlossen. Verschlossen. Elektrisch verschlossen. Danke, Silo Twitch. Du bist auch schon zwei Monate dabei. Hoffentlich lohnt sich's für dich. Kostet dich ja auch was. Soll sich auch lohnen. Ich glaub, diesen Monat lohnt sich's wirklich. Weil diesen Monat hat man... Bei mir einfach ganz viel zu einem Thema. Wenn ihr Horror... Bock auf Horror habt. Bock auf Resident Evil und all den anderen Kram. Dann seid ihr wirklich froh. Nicht richtig. Ich muss es noch mal probieren. Nee. Geht nicht. Hier ist Nathaniel Barth. Mach die Tür auf, bitte. Stimme musste er nicht gefunden. Ist ja ein netter Versuch von ihm gewesen. Aber nee. So nicht. So einfach geht's nicht. Wird auch Dead Space gestreamt im Oktober. Jetzt frag ich mich gerade, kommt im Oktober dieses Dead Space Remake raus? Oder ist das nicht später? Weil das Original Dead Space hab ich ja schon sehr ausgiebig komplett gespielt. Für Rocket Beans alle Teile. Den dritten sogar auf meinem Kanal mit Anton zusammen. Mit Tony Maroney 32 zusammen. Damit meine ich nur, es kann schon gut... Kann schon gut sein, dass ich das wenn dann mal anspiele. Aber eigentlich brauch ich's nicht mehr. Weil ich hab's halt wirklich schon alles mehrfach gespielt. Hm. Erstmal gucken. Danke ihm Voltec. Und der Drummer und Black Cusen. Weiß gar nicht, ob ich euch alle schon genannt hab. Es ist nur noch... Es ist verwischt von meinem... Von meinem Auge. Ist da Nebel? Ah, ist geil, oder? Es sieht auch geil aus. Er gibt keinen Sinn, aber hier ist der Nebel. Ja, ich will dir doch helfen. Ne, das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Oh Gott. Im ersten Raum war ein Schlüssel. Hier, oder was? Ja okay, ne. Es muss ja rot sein. Also kann's nur... Hier sein, oder hier im Gang. Ey, danke. Silo Twitch, du hast jetzt sogar noch mal ein Abo verschenkt. Das musst du doch nicht. Aber kannst du. Aber musst du nicht. Da lang. Achso, ne. Falsche Tür. Wie fandest du den Resident Evil Raccoon City Film? Ich hab das schon mehrfach gesagt. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich... Weiß aber, dass er nicht so gut angekommen ist. Und es ärgert mich ein bisschen. Aber ich hab... Ähm... Was Resident Evil angeht, hab ich wirklich keine... Ich hab's aufgegeben. Es ist... Ich hab keine Hoffnung mehr. Das muss man erstmal schaffen, keinen Zombie-Film hinzukriegen. Aber ja. Die kriegen's halt nicht hin. Okay. Irgendwo hier hab ich was übersehen. Ein Item. Oder ne Tür. Ah, hier vorne links. Ja. Ah, siehste? Ist auch alles weg. Hm. Vielleicht ein Gang, um rauszukommen. Aber ich glaube, ich kann mich so vage erinnern... An unser erstes Let's Play von dem Spiel. Irgendwie kommen wir da... Über den Umweg da draußen hin. Aber man sieht's natürlich immer... Ist immer verlockend. Ja, die Resi-Filme waren immer kacker. Aber ich muss sagen... Oh! Ich muss sagen, der erste Resi-Film... Ich mein, der hatte zumindest... Der war auch nicht... Hatte nichts mit den Spielen zu tun. Aber... Der hat zumindest versucht... Das irgendwie hinzukriegen. Kennt ihr eigentlich die Geschichte... Mit hier Anderson und... Äh... Jo... Jovo Mitch? Movovich? Movovich, ne? Die Schauspielerin und der Regisseur. Er... War ja damals... War scharf auf sie. Auf Miller. Jovovich. Und hat sie deswegen gecastet... Das ist eigentlich absurd. In Resident Evil. Und dann hat er sie wirklich bekommen. Hat sie einfach geheiratet. Also, so einfach kann es sein. Ihr müsst einfach nur... 100 Millionen Film machen. Dann kriegt ihr eure Traumfrau. So einfach kann es sein. Okay, hier ist der Koffer. Ähm... Und hier komme ich auch nicht weiter. Scheiße. Naja, dann gehe ich nochmal zum Eingang der Notaufnahme. Aber ich werde natürlich das Dead Space Remake... Wenn es kommt, werde ich es spielen. Ich werde generell alle... Remakes von guten Horrortiteln... Werde ich natürlich spielen. Einfach nur, weil ich selbst wissen will, wie die sind. Ähm... Okay, jetzt muss hier irgendwo noch... Irgendwo... Ne. Da drüben muss noch irgendwas liegen. Ja? Okay. Ja klar, James Cameron würde definitiv... James Cameron macht nur geile Filme. Und ja, auch Avatar ist, wenn man ehrlich ist, ein verdammt guter Film. Auch wenn man ihn vielleicht nicht mag. Und das kann ich auch verstehen. Aber... Das ist ein guter Film. Also ich weiß noch, wie Nils und ich den damals geguckt haben, nachdem wir schon im Kino waren. Und ihn einfach nur als Blu-Ray uns nochmal angeguckt haben bei ihm. Äh... Auf der Leinwand. Und wir am Ende wirklich beide überrascht waren, dass der Film ja trotzdem geil ist. Auch in 3D. Also der ist einfach... Klar, das ist alles ein bisschen Trash und so. Aber das ist halt James Cameron. Und das ist einfach solider Action-Flick. Finde ich. Und wie gesagt, wir waren damals selbst überrascht. Wir hatten beide erwartet, dass wir den hassen werden, wenn wir zum zweiten Mal gucken. Ohne 3D. Aber nö. Sag mal, das macht mich wahnsinnig, dass ich hier nicht weiß, wie es weitergeht. Dann hat er sicher die Szene zum Schluss, als sie nackt war, höchstpersönlich geschrieben. Ja klar, Dennis. Hat er. Und danach beim Dreh von dieser Szene war kaum jemand da. Und er hat die Kamera gemacht. Ich bin mir so sicher, dass das genauso gelaufen ist. Mann! Okay, das verstehe ich. Das Ding hier gehört... Die Kiste gehört quasi hier noch zum Raum. Deswegen... Ey, ich habe wirklich ein Blackout. Irgendwo hier habe ich eine ganz simple Sache vergessen. Durch die Tür dann rechts. Ach, das hier, oder was? Ne, das ist aber links. Na gut, versuchen wir das mal. Ach du Scheiße. Aber warum ist das denn... Hä? Ihr seht es selbst. Das war ein bisschen komisch, weil es wird einem ja gar nicht angezeigt. Nur eine Lücke wird angezeigt. Ah, kann man nicht schlecht finden, wenn der einfach mal liegen bleibt. Shit. Oh. In einem Film würde er jetzt einmal so reingrapschen. Am, am, am. So, und dann würde er zu seinem Kumpel blicken, der dann sagt, na? Oder er würde sagen, wie eklig. Und dann würde er sagen, hm, wer weiß schon, wann man nochmal Kuchen kriegt. Oder, ich brauche die Kalorien. Mein Gott, ich könnte auch gute Filme schreiben. Ah nein, Moment. Ich könnte Filme schreiben. Keine guten. Keine guten. Aber ich könnte einen guten Resident Evil Film schreiben. Ernsthaft. Da bin ich fest von überzeugt. Ganz wichtig ist, dass der Hauptcharakter 24 von diesen dämlichen Figuren tötet. Von denen da. Von diesen komischen Kopfdingern. Und er hat auch in manchem, also in der einen Szene hat er eine Pistole und dann kommt aber so eine Cut ziehen und dann hat er wieder einen Granatwerfer. Einfach durchziehen. Habe ich denn echt keine andere Waffe mehr? Granate? Alles schon ver... Ah, okay. Ne, gutes Messer brauche ich aber auch... Ne, dann mache ich mir das Ding mal nach rechts. Ja, das ist besser. Jetzt sind wir im besagten oberen Stockwerk von dem aus wir in den Garten kommen. Alter. Da habe ich gerade richtig Angst gehabt. Dachte ich mir diese riesen Hand. Pfleger Tagebuch, 27. September. Danke an Fortress of Nerditude für seine fünf Abos. Wir haben mehr als 20 Planeten, äh, Planeten, Alter, mein Hirn, Patienten mit der rätselhaften Krankheit aufgenommen. Patienten im Isolationsflügel zeigen schwere Nekrose der Extremitäten, Fieber, mussitierendes Delirium und Anzeichen von Hyperphagie. Möglicherweise Infektion. Muss ich jetzt eigentlich Medizin studieren, um in Resident Evil alles zu verstehen? Möglicherweise eine Infektion. Haben alle Antiseptiker ausprobiert. Immer noch keine Blutergebnisse vom Forschungsflügel zurückbekommen. Nochmal nachfragen. Dr. Young wurde gebissen, als er einen der Patienten behandelte. Wir haben die Wunde desinfiziert, aber sein Fieber lässt nicht nach. Nichts zeigt Wirkung. Mittlerweile ist in der Ambulanz reinste Anarchie ausgebrochen. Die Patienten delirieren. 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 Und werden zunehmend gewalttätiger. Wir haben auch die Mitarbeiter herbestellt, die Dienst frei hatten. Jetzt heißt es, alle Mann an Bord. Wir müssen dieses Chaos eindämmen. Ist leider genau das falsche gewesen, ne? Noch mehr Leute reinholen. Aber das wissen die ja nicht. In ihrem Delirierium. Du hast absolut recht, Kefx. Dies sollte uns aber nicht vergessen lassen, dass Al Bundy 1966 vier Touchdowns in einem Spiel gemacht hat. Und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft vorhelfen hat. Das dürfen wir nicht vergessen. Das vergessen wir aber auch nicht. Wer soll das denn vergessen? Ich nicht. Weg damit. Brauchen wir nicht. Ich muss den ganzen Kram auf jeden Fall noch mitnehmen. Ich darf den nicht einfach liegen lassen. Ich muss am Ende alles einmal mitnehmen. Was liegt hier noch? Ah, ich glaub da hinter mir war was. Ja, da geht's weiter. Oder? Moment. Ja. Nee. Äh. Geht weiter, aber eigentlich will ich da lang. Ach ja, aber da ist ja alles zu. Shit. Das sind auf jeden Fall Hunter. Und zwar keine Gamma. Na, wenn die Hunter einen umbringen. Dann meinen sie es auch so. Da wird kein Zombie mehr draus. Pfleger Tagebuch, 29. September. Wir haben es versucht. Ich schwöre bei Gott wir haben es versucht. Aber es gibt nichts mehr was wir machen können. Das Chaos ist komplett außer Kontrolle. Die Opfer kommen jetzt in Scharen. Und sie sterben. Und sie verbreiten die Infektion schneller als wir sie erreichen können. Wir haben alle Versuche aufgegeben. Diejenigen von uns, die nicht infiziert sind, haben uns hier verbarrikadiert. Wir können die Hilfeschreie draußen hören. Das Kreischen. Aber niemand von uns will da rausgehen. Denn das wäre unser Ende. Ich kann nicht glauben, dass wir unsere Patienten aufgegeben haben. Das ist die schlimmste Sünde eines Krankenpflegers. Ich kann nicht aufhören zu zittern. Aber ich will leben. Ich will leben. Wir haben einen Helikopter über uns fliegen gehört. Und sind uns sofort weinend in die Arme gefallen. Wir dachten ein Rettungsteam sei unterwegs. Aber dann entfernte sich das Geräusch wieder. Und das einzige, was uns geblieben ist, ist das Gestöhne der Toten. Und die stillen Schreie in unserem Herzen. Wir verliehen hier alle langsam den Verstand. Mein Gott, da hat er seine lyrische Ader entdeckt. Kurz bevor ihm die Zombies andere Adern aufgerissen haben. Dr. Young. Ariana. Miranda. Dakota. Es tut mir so leid, dass ich euch nicht retten konnte. Etwas kommt. Hilf. Noch so. Während sich der Hunter schon an deinem Inneren labt. Hilf. Was meinte er? Hilf. Hilf. Ich weiß es nicht. Es ist gibberisch. Eine Memo von der Verwaltung. ID-Karten dürfen das Krankenhaus Gelände unter keinen Amtsstellen verlassen. Nach unseren Sicherheitsvorschriften müssen alle Mitarbeiter ihre ID-Karte von ihrem persönlichen Schließfach verstauen, bevor sie nach Hause fahren. Vielen Dank. Die Verwaltung. Der Schlüssel der Umkleide ist verloren gegangen. Die letzte Person, die ihn hatte, hat ihn womöglich im Innenhof verloren. Bis er wiedergefunden wird, wird im Büro der Verwaltung ein Ersatzschlüssel aufbewahrt. Bitte melden Sie sich bei der Verwaltung, um ihnen am Ende ihre Schicht auszuleihen. Die Verwaltung. Die Verwaltung druckt gerne Faxe. Die druckt gerne Befehle aus. Sag mal. Wie kann man sich all diesen Scheiß hier durchlesen, den erleben und danach immer noch bei Umbrella arbeiten? Also vor allen Dingen er auch hier. Gut. Ich denke, er wird sich langfristig einen neuen Job suchen. Aber wenn er smart ist, wartet er, bis er den nächsten Job hat. Der smarte Affe lässt den einen Ast erst los, wenn er den anderen in der Hand hat. So. Hier liegt doch noch was. Ach ja. Ich erinnere mich. Das Ding. Oh, das wird immer besser. Also verschlossene Türen gehen mir ja richtig auf die Nüsse. Ja, hier waren wir schon. Also hier passt das Hospital halt auch super dazu. Zu diesem chaotischen Straßensetting, diese Straßenzüge, die alle verwahrlost sind. Und dann kommst du hier rein und du siehst, wie sie es noch versucht haben. Und man kann es sich richtig vorstellen, wie sie, ja, wie sie halt überrannt werden. Weil sie natürlich sich um die Leute kümmern und natürlich nicht davon ausgehen, dass es Zombies sind. Und das hat man ja gesehen, selbst die eine oder der eine Pfleger hat am Ende sich noch schlecht gefühlt, weil er diese Zombies quasi im Stich gelassen hat. Das ist schon irgendwie, äh, passt super, finde ich. Passt sehr, sehr gut. Besser als in Silent Hill, finde ich. Obwohl, nein, Silent Hill, nein, das ist falsch. Silent Hill passt auch super. Also, einfach die Tatsache, dass man da in der, ja, auch auf der Schwesternstation ist, so wie hier. Das passt schon gut. Ist vielleicht eine Tür, die man besser so lassen sollte. Oh, nö, schon wieder ein Save. Hier vielleicht. Dakota. Ich weiß, ich weiß, was mit der vermissten Kassette, ne, ich weiß, ich glaub, ich weiß, was mit der vermissten Kassette von Dr. B passiert ist. Sein Forschungsassistent hat sie mitgenommen. Einer meiner Patienten sah, er wird etwas von einem Spind in der Schwesternstation mitgehen. Und damit, sogar Schreibfehler. Und damit zum Behandlungszimmer laufen. Ich werde während der Nachtschicht versuchen, reinzuschleichen und mich umzusehen. Bleib du einfach cool und mach weiter deinen Job. Mir ist egal, wie wichtig Dr. B für die medizinische Gemeinschaft ist, diese Art von Belästigung ist nicht okay. Ich verspreche, ich lasse sie die Beweise nicht zerstören. Er ist ein Schwein und ein Arschloch. Und er wird seinen Tag vor Gericht bekommen. Bleib tapfer. Bleib stark. Ein Freund. Ich hab das Gefühl, es gibt in 3 deutlich mehr Texte als in 2. Alter! Apropos 2. Weil man in 2 sich ans Original gehalten hat. Und da gibt es nicht so viele Texte. Aber in 3 hat man sich gedacht, ey komm, wir hauen mal einfach alles raus, was wir haben. Shit. Ihr lernt aber auch gar nichts. Also ich glaube, dass jemand wie ich hier für die ganzen Blutspritzer verantwortlich ist, wenn ich ehrlich bin. So, ist denn jetzt die Tür hier offen? Ja, hat geklappt. Habe ich keine Muni mehr? Gar nichts mehr. Wisst ihr, was auch noch gut wäre? Besonders während der WM im Fußballstudio. Äh, im Fußballstadion. Eine Schlandgranate. Ich kann nicht aufhören. Ich bin so sorry. Schlaaant. Schlaaant. In meinem Kopf ist das lustig. Tut mir leid. Ich weiß, ihr seid Besseres gewohnt. Aber wir sind hier ja nicht bei Nils. Also könnt ihr ruhig mal eure Ansprüche ein bisschen runterschrauben. Niemand hat gesagt, dass es gut wird. Wir haben gesagt, es muss gut werden. Das bedeutet aber nichts. Jetzt stehe ich da. Vor dem Tresor. Vor dem Tresor. Ja, das weiß ich wirklich nicht. Das ist richtig groß. Ich habe das gar nicht so groß in Erinnerung. Ähm, auch beim, also auch im Remake habe ich so nicht in Erinnerung. Remaster. Sorry. Ist es eigentlich ein... Ne, es ist doch ein... Also, das Spiel ist ja nicht dasselbe. Also, ist es dann jetzt ein Remaster oder ein Remake? Ich bin ohne Scheiß immer verwirrt, was diese ganzen Bezifferungen angeht. Bezeichnungen. Äh, okay. Hier rechts ist zu, ne? Okay, da können wir nicht hin. Ja, da muss ich jetzt wohl den Schlüssel holen, indem ich hier runterhüpfe. Ist ein Remake, okay. Ja, aber ich sage die ganze Zeit Remaster. Nein! Ich Idiot! Das war ein riesen Fehler, oder? Kann ich ja wieder zurück? Ne, es ist so dumm. Ich weiß noch, dass das ein Fehler war, weil es mir schon mal passiert ist. Man geht da halt so ganz schnell. Kommt man da quasi schon über die Seite und dann kommt es nicht mehr zurück. Hand juckt. Hand jucken. Gefährliches Hand jucken. Wie sicher mehr als die Eindrusschen? Ne? Doh! Wie sicher noch nicht? Wie sicher? Wie sicher nicht? Wie sicher ist das? Wie ist denn meine Lieblinde? Wie sicher nicht? Wie gehen wir? Wir sind ja wieder! Wie sicher nicht? Wie ist denn das? okay ich muss halt wirklich noch mal diesen weg seht ihr und deswegen lohnt es sich halt echt den kram hier zu machen und auch gern die extra meile zu gehen aber da würde ich auch gern noch hin aber das kommt ein andermal Das stimmt, ey. Insane in the Mon-Brain. Insane in Mons-Brain. Zur Umkleide. Im Schwesternzimmer, ne? Okay. Weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich hin sollte. Ah, Moment. Das ist nicht hier. Belegschaftsraum, das ist es wahrscheinlich. Ach ja, der hat schon auf die falsche Seite geguckt. Na, ob die jetzt nicht nochmal aufstehen? Ich traue dem Ganzen nicht. Die stehen eh wieder auf. Wird es ein KHD mit dir und Schröck zur neuen Call of Duty Kampagne geben? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich glaube aber nicht. Ich weiß auch nicht genau. Ich würde jetzt einfach sagen, ne. Weil ich glaube, der Schröck mag eigentlich nur Multiplayer. Der ist jetzt gar kein Singleplayer-Fan, so wie ich hier einer bin. Uh oh. Sag mal, wie viele von diesen Hüten kann man hier verteilen? Das ist doch wirklich lächerlich. In jedem dritten Raum ist genau derselbe Hut. Was habt ihr mit dem Hut? Habt ihr da irgendwie eine Wette gemacht? Wir wetten, dass ich den Hut 583 mal einbauen kann? Obwohl, es wäre eigentlich eine ziemlich coole Wette, wenn ich ehrlich bin. Wäre ganz cool. Kann man machen. Mich stört's nicht. Macht ihr. You do you. So, wie komme ich jetzt weiter? Was habe ich hier gefunden? Ähm, die Karte. Genau. Okay, geil. Jetzt wird's interessant. Denn jetzt kann ich endlich diese ganzen Türen öffnen. Ja. Was ist hier los? Oh shit. Aber schöner Callback zu Resident Evil 2. Ja, ballern. Ballern. Das ist kein richtiger Hunter. Der sieht anders aus. Schlimmer. Ha! Habt ihr's gesehen? Ich hab den voll einen in den Schädel gewämst. Dem Kollegen. Dass der Schulterbämst so geil ist, hab ich gar nicht gedacht. Ja, Junge. Faust. Das ist ja geil, Alter. Das ist ja nice. So muss das sein. Alter Carlos, du bist der allergeilste. Ich würde dir den doch lutschen. Du bist so nice, Alter. Das ist so ein nicer du, ey. Wirklich. Jetzt mal ernsthaft. Gib der dem Hunter einfach mal so die Hand in den Frestkolben. Das kannst du hier nicht ausdenken. Das kannst du hier aber nicht ausdenken, oder? Sag mir doch mal ehrlich. Alter, was ein Typ. So, ähm. Ja, das speichere ich mal ab. Das ist Lasko. So. Obwohl, ne. Ne, ne, ne. Den nächsten Hunter mach ich schon mit den Granaten. Wobei, äh, ich glaub ich hab... Ich glaube mich vage zu erinnern, dass da am Ende sowas existiert wie ein... Äh, wie so ein Finale, wo man viel ballern muss. Und, äh, da könnte ich die Granaten, glaub ich, gut gebrauchen. Da muss ich mich mal, ähm, zurückhalten. Ich bin immer noch gsucht. Ja, geradeaus und dann rechts und immer geradeaus um die Ecke rum. Oh, ich bin froh, dass dieser Hunter durch ist. Ähm, hier und dann rechts. Die Musik lässt mich ängstig warten. Okay, dann gehen wir erstmal hier rein. Weil hier ist auf jeden Fall so ein Ding. Da! Ich bin mit derselbe dumme Hut. Ach ihr. Ihr crazy Entwickler. Jaaa, na gut, hier könnte ich immerhin mit dem Ding. Jaja, glaub ich mach das mit der Blendgranate. Ich find das super, dass die auch diesen kleinen Schwanz noch haben. Es sind einfach andere Hunter aber ähnlich. Hunter, Hunter B. Hunter S. Thompson. Hey! Ich hab, ich hab den Dash nach hinten gemacht. Ah. Mann, wenn ich nicht bald den Dietrich kriege. Da war ich, bitte. Immer warum? Hier. Oder? 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 muss man hier denn sein. Hier. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Wie. Ich hab bitte hier. Oh, ja. Oh, hier sind die Dudes Jetzt ist es schwierig, weil ich bin schon angefressen Und das ist nie gut Bei den Huntern, weil die so einen Finisher haben Der vielleicht schon das Ende bedeutet Wenn man da nicht vorsichtig ist In die Wäschekammer gehen wir gleich Deswegen, ich speichere wirklich vorher nochmal ab Oh, geht hier gar nicht, scheiße Das ist wirklich, die darf man nicht unterschätzen Die Dudes Gute Nacht, Silence Junior Machst du deinem Namen alle Ehre Aber eigentlich Eigentlich reicht ein grünes 33 Spielstände Na gut, okay, fünfeinhalb Stunden Aber es ist schon echt lächerlich Wie häufig ich hier speichere Einfach, weil es erlaubt ist Okay, wir wollen Ach ja, Treppe, ne? Ich bin ja unten Moment Was habe ich denn jetzt gerade? Moment, wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn da der eine Raum? Ach, da unten, Wäschekammer Okay Ich konnte nicht mal die dumme Granate werfen Ich habe doch gerade das Ding geworfen Wofür habe ich das Ding gemacht? Oh, nachladen Ja, wenn man sich halt dann so vollfresst So vollfresst Dass der Raum Dass man nicht mehr durch die Tür passt Faust Seht ihr? Deswegen Nein Wie dieses Spiel einen beleidigt Da stirbst du einmal In zweimal In fünfeinhalb Stunden Dreimal maximal Und da kommen die mit so einer Scheiße an Willst du nicht doch lieber auf Baby stellen? Wir können ja auch gerne die Stützräder anbauen Fuck you Fuck you Spiel Habe ich, äh, Granate Das war ganz komisch mit den Granaten Aber ich weiß, das kann man auch noch anders machen Bam, Junge In die Fresse Hau Da So Was habe ich denn noch hier, was mir helfen würde Ja gut, die Handgranaten, ne Okay, dann nehme ich halt die Ja, dann nehme ich die Handgranaten Ja, ja Wenn du unbedingt willst Mach ich es halt Wooh Hm, wer ist denn da an der Tür? Granate Et voilà Preis-Leistung würde ich sagen Ist das das Beste, was man hier erreichen kann Da können wir jetzt gerne mal Können ja gerne mal alle loben Können ja gerne mal alle zeigen Wie toll das war Ja, ja, ja Keep it coming Merkt euch diesen Moment Der Moment, wo Simon zum ersten Mal was richtig gemacht hat Okay, äh Das kombinieren Reicht nicht ganz Das kombinieren Und schon haben wir wieder Platz Und jetzt kann ich auch durch die eine Tür Ach, das habe ich ja immer noch nicht Ich muss gerade nochmal gucken Ich weiß gerade nicht, wo ich als nächstes hin muss Was habe ich denn hier gerade geholt? Ach ja, die Kassette Okay Ich frage mich gerade Wenn man nur reinrennt Und die Karte holt Äh, die, die, die Kassette Und wieder rausrennt Ob die dann an dieser Stelle einem durch das Fenster durch Angreifen Das würde gut passen Durchs Fenster durch Und du denkst Ich habe es geschafft Ohne Ärger Zack, sind sie mitten im Gang Das fände ich eigentlich ganz cool Ich weiß aber nicht, ob es stimmt Aber so würde ich es machen Okay, den Safe Alter, der Safe macht mich fertig Der ist so ein Cockteaser Dann würde ich sagen Gehen wir Hier war das Genau hier Tür, ne Tür mit Feuer geschlossen Hier ist das Audio Ist da? Tür mit Stimmerkennung Okay Also gehen wir runter Ja Gehen wir erstmal runter Ah Alter Habe ich noch Granate Alter, wie geil Geil Gut, 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 gut Alle sind sie im Arsch Das hätte einen ja richtig geärgert Du denkst so Ah, da gehe ich mal rein Und da ist dann nur diese Dame liegt Munition Ne, da, ne Tollste Tür Ach, das ist die OP-Saal Alles typische Sachen Die in einem OP-Saal reingehören Granaten Munition Skalpelle Guck dir das mal an Da haben die einfach jemanden Wir sind hier auf Twitch Weiter Hm Hm Ich wollte doch nur wissen Warum die Dokumente Überhaupt in ihrem Büro waren Was glaubst du mit wem du redest Ich bin Nathaniel Barth Verdammt Der beste Biologe Den du je treffen wirst Du Bettpfannen wechselnde Versagerin Oh Gott, du Arschloch Natürlich habe ich Connected Du Arschloch Natürlich berät sich das Militär Mit mir zu Projekten Jenseits deiner Vorstellungskraft Verschwende also nicht meine Zeit Mit deinen Fragen Es tut mir leid, Doktor Du hast die Unterlagen Nicht gelesen, oder? Nein, hab sie geschreddert Wie sie sagten Gut Gut Wenn das alles ist Kannst du zurück Patientenersche abwischen Dafür wirst du doch bezahlt Und putz meine Schuhe Ach komm Niemand Ja, aber wirklich Da ist er ja wirklich Die extra Meile gegangen Um das massivste Arschloch In der gesamten Gesundheitsindustrie zu sein Wow Da bin ich fast beeindruckt Aufgrund der Arschigkeit Das ist Das ist Das Verbrauch Das ist richtig Arbeit Ah, das ist er jetzt, ne? Aber der ist eh tot Sehe ich doch schon Okay Gut so Scheiße, und der Impfstoff? Ich suche Dann such besser Da muss doch ein PC sein, oder? PC heißt Personal Computer Einladung zum Bankett Sehr geehrter Doktor Bart Es ist mir eine Ehre Sie herzlich zu einem Bankett Am 10. September Im Zentralhotel einzuladen Bei dem wir unsere Ansichten Zur neuen medizinischen Sonderwirtschaftszone MSWC Von Raccoon City Austauschen können Teilnehmer sind Bürgermeister Michael Warren Polizeichef Brian Irons Und andere berühmte Mitglieder unserer Gemeinschaft Das sind alles Arschlöcher Wie wäre er, wenn sie teilnehmen können? Nate Ich werde das Gesetz Für deine neue Arznei Mitte August vorlegen Bring das Geld Wir haben für die übliche Afterparty Eine Suite gebucht Du stehst auf Brünetten, oder? Ich lasse es Allens wissen Ein Haufen Schmierlappen Was denken die, wo die sind? Bei einer Versicherung, oder was? So was kannst du doch nicht machen Ergo lässt es Okay E-Mail von Nathaniel Barrett Greg Ich weiß, du schaust dir die Nachrichten an Dieses Virus wird unser ganzes Land verschlingen Die Toten werden wie eine Flutwelle über Capitol Hill waschen Du bist nicht sicher Allerdings warst du mir immer ein guter Freund Also möchte ich dir einen Ausbieter anbieten Ich habe hier in meinem Besitz Eine Eins-Dosis Das Impfstoffes gegen das Virus Der Heilige Gral Und sie ist nicht nur für meine Familie Nicht für irgendwelche Liebhaberinnen von mir Nein, Greg Sie ist für Dich Ich weiß besser als jeder sonst Dass du die Zukunft der USA bist Aber wenn du den Impfstoff haben willst, Greg Musst du mich verdammt nochmal hier rausholen Sofort Und ohne dass Umbrella Wind davon bekommt Frag für mich beim Pentagon nach Ich weiß, du hast die Verbindung Schau, ob jemand ein Rettungsteam ohne Beteiligung des UBCS auftreiben kann Ich halte dir den Rücken frei Und du mir meinen Das ist doch gar nichts Im Vergleich zu den Partys Auf denen wir zusammen waren Beeil dich Mir läuft die Zeit davon Hammer Hier ist VRC-Chef Nathaniel Bart 29. September 23 Uhr Mir ist sehr bewusst Dass mir die Zeit davon rennt Ich hoffe und bete Indem ich dies hier aufnehme Und die Wahrheit ans Licht bringe Dass ich ein kleines Stück Aber diese Mistkerle im Vorstand Wollen es alles zerstören Sie wollen nicht, dass die Welt davon erfährt Also versuchen sie alle Beweise Für die Existenz des Virus zu vernichten Ich bin kein Narr Ich weiß, dass sie nicht wollen, dass Jill wusste von all dem Und vertraute mir trotzdem Deinem H Sie vertraute deinem H Ich habe mich kurz in Carlos Haaren verloren Schreibt Mike Air 420 Völlig zu Recht Das ist entschuldbar Es ist nicht deine Schuld Es ist einfach Natur H Aber auch Naturgeilheit Auf H Ist der Impfstoff hier? Hallo? Impfstoff? Hallo? Das kann er nur sein Liederfarbener Inhalt Klar Oh Ärgerlich Muss ich jetzt wirklich Kraut essen? Ja Wir wissen doch alle, dass jetzt noch was passiert Gut Bin unterwegs zu dir Sei vorsichtig Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme Shit Das ist natürlich ärgerlich, dass er dann weiter Spazjunge Schön die Handkante Sag mal, was hältst du denn aus? Was für ein Empfang, ne? Okay Wir haben halt immer noch nichts für Wir haben halt immer noch nichts für Klairs Nee, Jill Wir haben immer noch nicht den Dietrich Das will ich eigentlich sagen Aber ist ja nicht schlimm Wir gehen erstmal nach unten Geben hier erstmal den Kram Ist so enttäuschend Das war's in der Nähe Von Ich rufe Ich rufe Aber Ich rufe Ich rufe Du hörst schon wie das hier. Komm schon, ich hoffe das Zeug wirkt. Mein Herz, Leute, ich war gerade runter wieder in die 70er-Bereich. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist ja nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du Uncle Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Warum nicht hier beide? Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Hast du einfach Angst, dass sie sich vielleicht in ihn verliebt? Weil er auch geholfen hat? Guck dir doch mal die Haare an. Das ist doch kein Vergleich. Das wird nichts. Du bist safe. Okay. Eindecken. Eindecken. Sonst verrecken. Nehme ich alles mit? Nehme ich alles mit? Moment. Ich glaube, das Ding kann ich eigentlich da lassen. Gerade mal gucken. Was kann man noch? Kann ich das nicht hier? Ah, okay. Ja. Ich glaube, ich bin hier ganz gut bedient. Mit der Muni, die ich habe. Mit den Heilkräutern. Zur Not heil ich die Gegner zu Tode. Speichern. So, jetzt kommt ein spektakulärer, ähm, ein spektakuläres Endgame. Zumindest was diesen Part hier angeht. Was dieses, ähm, Hospital angeht. Danach glaube ich aber immer noch. Ich glaube, dass man danach aber immer noch weiter im Hospital rumläuft. Weil warum sonst wäre dieser Dietrich, diese Räume mit dem Dietrich noch, ne? Ich versuche die Fensterrolleten zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir zu lange vom Leib. Okay, jetzt fängt der Spaß an. Muss ich das manuell noch machen? Shit. Richtig. Fuck. Ich weiß es nicht. Ach komm, ich habe doch ein Granetsche. Aber eigentlich brauche ich die halt für die Hunter. Egal. Hunter Biden. Ja, das war's. Ihr habt es verdient. What? Nee? лин, Does Elena Kid. ев Dübäris. Nein? Ich kann das nicht. DJ Vollbäris. ince ist ein ja nichts. Na, was haben sie heute gemacht? Och, den ganzen Tag hinter der Rezeption gestanden. Jetzt vielleicht? Reicht das nicht? So, irgendwas soll ich damit machen. Ah, okay. Da war aber auch nicht smart. Alter, wie daneben ich gerade geschossen habe. Das war wirklich ziemlich daneben. So, muss ich denn das noch mit dem C4 irgendwas machen? Shit, da kommen die Hunter. Fuck you! Jetzt habe ich leider keine mehr. Shit, jetzt habe ich keine Granaten mehr. Vielleicht liegen hier noch irgendwo welche. Auch nicht schlecht, ne? 40 Schuss. Alter, es ist geschlossen. Shit, da habe ich jetzt natürlich zu wenig Kram. Ich war doch gerade dabei, Junge. Warte mal, bis du dran bist. Sie müssen warten, bis sie dran sind. Alter, hier ist geschossene Gesellschaft. Das kann doch gar nicht euer Ernst sein. All diese Sachen können doch gar nicht wirklich auf einmal gerade kommen. Shit, aber ihr spinnt ja wirklich alle. Hier soll noch eine Granate sein, habe ich von euch gehört. Ja. Ich muss ja sagen, normalerweise machen Beschützer-Missionen ja nicht so'n Bock. Aber hier macht das schon ziemlich Bock. Finde ich voll gut. Hier ist sogar noch eine Gürteltasche. Hast du eine Gürteltasche, hast du immer was zu naschen. So, äh, ich glaube, jetzt brauchen wir wirklich mal langsam mehr. Watt? Ich meinte mehr Waffen? Munition? Okay. Ja, und jetzt? Muss ich dann noch warten, oder? Oh, danke. Danke, Shadow Warrior, für dein verschenktes Abo. Hätte man doch gleich von Anfang an machen können, finde ich. Und was ist mit den Fenstern? Na gut, okay. Alter, aber das ist krass. Ja, ich spiele auf normal, tatsächlich. Ich spiele auf morgen. Let's go. Oh, nicht da, nicht aufs Haar. Oh, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, nicht da. City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn sie in der Stadt bleiben. Es ist der Oktober. Was kann das sein? Ich muss übrigens mal sagen, gerade weil ihr es auch sagt, bei 3 ist die Synchro zu 80% richtig gut. Die Deutsche, oder? Also bisher habe ich selten das Gefühl, dass ich irgendwie denke, ah, da ist jetzt irgendwie, ich habe mich dran gewöhnt, oder das ist jetzt einfach scheiße, sondern nee, es ist tatsächlich, ähm, echt einfach gut. Oder? Also es fällt zumindest nicht negativ auf, muss ich echt mal sagen. Okay. So, jetzt kann man hier endlich mal ein bisschen aufräumen. Wieso habe ich denn jetzt... Okay. Nee, diesmal habe ich alles benutzt mit, mit... Aber ich hätte... Mann, ich hätte so gerne noch ein paar Items da gelassen, aber ich weiß, das funktioniert so nicht. Du kannst nichts da lassen für sie, aber man! Oh, ich habe noch fünf Schrotflintenschüsse. Habe ich nicht mehr? Nix mehr? Zwei noch? Kein mehr? Mech? Okay, das, das. Wenn ich das... Ähm, ja, komm, machen wir das. Okay. 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 Ich habe halt so viele Granate... Also so viel... Ähm... Schrotflinte benutzt bei dem einen Endboss, wo man die Granate hätte benutzen müssen, dass ich jetzt natürlich ein extremes Problem habe, was das angeht. Aber es sollte trotzdem alles klappen. Moment. Ja. Puh. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Scheiß, hab ich... Nur er. Das war Carlos. Sag doch einfach Ja. Echt, ey? Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Da wollte er ihr den Virus-Mans-Plane, Alter. Ich kenne den Shit. Ich bin lange schon vor dir dabei gewesen. Nee. Komm, das braucht doch jetzt keiner. Sechs Schuss Munition. Die kannst du dir wirklich, Carlos, in die Haare schmieren. Wahrscheinlich stecken da schon... Steckt da schon Munition, wenn ich mal ehrlich bin. Okay. Ist hier noch was? Äh, ja. Hier liegt immer noch was. Geil. Also hätte ich die Sachen, die hier liegen, hätte ich quasi für sie da lassen können. Aber dann wäre der Kampf einfach auch sehr schwer geworden, würde ich sagen. Hm, aber ist gar nichts mehr jetzt. Gar nichts mehr. Also wirklich gar nichts. Hier noch. Das ist ja krass. Ja, wirklich gar nichts. Ich hätte den ganzen Shit wahrscheinlich für Jill einfach da lassen können. Ähm. Das ist lustig. Sie haben diese Lichtnummer. Jetzt verstehe ich das. Dieses Licht aus haben sie gemacht, damit man hier in den Raum geht und die Munition und den ganzen Kram sieht. Aber wo ist denn hier noch was? Verstehe ich aber nicht. Okay. Ja, dann ist es wohl hier der Gang. Da. Ich kann es hier nicht ausdenken. So, was ist denn hier nochmal? Tür mit voreingeschloss. Kann ich da im Moment? Ja. Wollte ich gerade sagen. Da habe ich doch was. Da gibt es doch was von Ratio Valentine. Komm, mach auf. Okay, da geht es runter. Das machen wir aber später. Oder ja. Wir gehen jetzt erstmal einmal durch das Hotel. Hotel. Ja, eigentlich ist es ja auch ein Hotel. Durch das Hospital und holen uns Hut. Holen uns die versteckten Items. Wie das hier zum Beispiel. Okay. Okay. Ihr habt absolut recht. Bitte den Granatwerfer benutzen. Das würde ich machen, aber bei den Huntern brauche ich das nicht. Glaube ich. Naja, wobei. Und ich brauche für den Endboss, brauche ich auf jeden Fall einen Granatwerfer. Und nicht, äh, publige Schrotflinten. Aber ihr habt recht, ich sollte nicht wieder denselben Fehler machen. Aber es sieht so aus, als ob ich ihn mache. Ach, hier. Ja, ihn darf man wirklich nicht bedauern. Der hat es doch wirklich verdient. Der hat es doch wirklich verdient. Ich bin fucking Jill Valentine. Du hast nicht mal einen Namen. Oh. Ach, wofür könnte ich wohl die Granaten gebrauchen? Keine Sorge, ich hole die Granaten, sobald ich runtergehe in den Keller. Dann nehme ich den Granatenwerfer mit. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Nee, da wollte ich aber nicht hin. Ach, da. Ich bin, da. Ich bin, da. Ich bin, da. Da haut er ab, weil er gesehen hat, dass es Jill ist und nicht Carlos. Carlos mit dem Seitenhaar. Es ist fucking Jill mit der Schrotti. Mann, ich konnte nicht ballern, weil ich falsch stand. Oh, nicht gut. Okay, Belegschaftsraum, Wäschekammer. Oder umgekehrt, erstmal Wäschekammer, dann der Raum. Was war nochmal in dem Behandlungszimmer, dass da... Sind da neue Hunter jetzt vielleicht? Nee, ne? Aber da war ja scheinbar irgendwas. Ist der ja noch. Denke ich jetzt nochmal ins Krakenzimmer. Ja. Hm. Hm. Das fühlt sich ganz gut an, jetzt alles abzuhaken, weil sie es wirklich so ein bisschen nicht hingezogen hat, überhaupt nicht. Ich fand es total gut, um ehrlich zu sein. Mir hat das jetzt besser, mehr Spaß gemacht als beim Originalspielen damals des Remakes. Aber man fühlt sich halt so wohl, wenn man den Kram irgendwie abhaken kann. Ist einfach toll, wenn die Räume nicht mehr rot sind und alle Türen offen. Das fühlt sich einfach gut an. Mhm. Hm. Na komm, eigentlich könnte man das jetzt auch mal machen. Ach, nee. Nee, nee, dafür habe ich die falschen Sachen. Nee. Nee. Den nehmen wir so noch mit. Die verschießen wir schon, keine Sorge. Fand Teil 3 besser als Teil 2. Das ist auf jeden Fall eine mutige Aussage. Nicht, weil ich sage, du hast damit irgendwie, äh, liegst falsch, sondern, weil das halt gegen den Mainstream ist. Das ist auf jeden Fall eine mutige Aussage. Du bist so ein Provokateur. Ein Agent-Provokateur. Ja. Du willst die Welt brennen sehen. Ich wusste doch, dass die noch mal kommen. Was ich aber nicht verstehe, wenn du von einem Hunter gekillt wirst, ist man doch eigentlich gar nicht infiziert, oder? Naja, wahrscheinlich schon. Was der unter den Klauen hat. Schmutz seit Anbeginn. Noch alten Laborschmutz aus seinem ersten Entstehungsprozess. Das war so, äh, okay, ich leck mich wieder hin. Ich würde gerne, habe ich das mal erzählt? Komm, wir machen das mal kurz. Ich habe das, äh, glaube ich, nie erzählt. Und zwar, doch, ich habe das schon 100 Mal erzählt, fällt mir ein. Ähm, und zwar gab es früher eine Demo von Resident Evil 1. Für den PC. Und diese Demo war halt einfach eine CD, ne? Ganz klar, da war der ganze Kram drauf. Und, äh, die war aber so, äh, nicht verunverschlüsselt, dass man da einfach alle Dateien hatte. Also für die Demo. Also auch sowas wie Wave-Files. Für Ballern, Nachladen, Stöhnen von den Zombies. Ey, wir haben die kompletten, wir haben sämtliche Sounds verändert. Und ich habe immer noch, wenn ich die Geschichte erzähle, sage ich, ich muss mal nachgucken, ob ich die CD noch habe. Ich habe sie leider nicht mehr. Aber da war einfach, also, Ballern war Furzen. Und wenn er sich, wenn jemand hingefallen ist, meinte er, oh, ich bin so müde, ich gehe jetzt mal schlafen. Und so ging es die ganze Zeit, weil es war alles komplett Banane. Aber es war so geil. Naja, das waren meine Mods. Na, naja. Dich können wir jetzt auch mal taumeln lassen. Okay, wir gehen nochmal ins provisorische Krankenzimmer. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde jetzt am liebsten nochmal speichern. Weil ich irgendwie Angst habe, dass auf dem Weg noch was kommt. Und ich habe das Gefühl, ich habe alle. Moment. Ne, da lang. Ne, doch. Man muss ja um die Ecke. Ach, komm. Aber ich frage mich schon, wie man da hinkommt. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Auf der Karte wäre das hier. Im zweiten Stock wäre das dann diese Ecke. Wo man ja irgendwie nicht hinkommt, ne. Das hat irgendeinen Grund. Ich habe es noch nicht ganz ergründet. Ich meine hier vielleicht rüber? Ne, auch nicht, ne. Da auch nicht. Das macht mich irre. Items, die man nicht aufgesammelt hat. Ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Ach, das sind die Treppen nach oben. Ich will ja ganz woanders hin. Denk an die Magnum. Die Magnum ist da. Okay. Dann muss ich da wohl hoch. Die Magnum werden wir ganz sicher nicht liegen lassen. Das ist mit, mit. Auf jeden Fall unter Bestrafung gestellt. Also ich muss irgendwie. Hier in die Ecke. Ja, aber komme ich ja nicht, ne. Komme ich denn über eins der Räume? Auch nicht. Belegschaftsraum nicht. Hm. Ich glaube, ich passe da durch. Ach, aber der dicke Carlos hat er nicht durchgepasst, oder was? Mit seinem Pinguin-Arsch. Da ist die Magnum und sogar mit Mandeln. Kopfschmerzen garantiert. Und zwar mit Bleimandel. Okay, damit komme ich rüber. Hey, danke, Nilsis. Die Baumhoffs sind da. Und diese Baumhoffs. Dann, wenn man denkt, jetzt geht nichts mehr. Dann kommt von irgendwo noch der Raid von Nils her. Vielen Dank, wir spielen Resident Evil 3 Nemesis, äh, beziehungsweise nein, nicht Nemesis. Nemesis ist das Original. Wir spielen das Remake. Und wir haben auch ein Pulsmesser. Denn mit mir sind wir am Puls der Zeit. Und ich hoffe einfach mal, dass jetzt kein Boss mehr kommt, kein Gegner. Ich glaube, ich habe einfach alle in diesem Krankenhaus. Nein, nein, es war klar. Hast du nichts davon mitgekriegt? Dabei, der hat sogar Überwachungskameras da. Der hat Überwachungskameras. Okay, äh, ja, behalten wir, behalten wir. Aber ich habe euch ja versprochen, ähm, dass wir den Granatwerfer mitnehmen. Jetzt ist die große Frage, ist natürlich, welche Munition. Ich werde nur eine mitnehmen, also einen Typus. Wo habe ich denn am meisten? Minengranaten ist cool, aber das ist eher so ein Endboss-Ding. Explosiv ist natürlich der Klassiker. Brandgranaten ist cool, aber da habe ich schon ganz genaue Verwendungen für. Da weiß ich schon, wofür die sind. Da. Und der Dietrich ist auch interessant. Aber jetzt brauchen wir den Dietrich nicht mehr. Das ist eigentlich ein ziemliches Zeichen, dass wir nah am Ende sind, dass man den Dietrich überhaupt nicht mehr braucht. Irgendwo ist jetzt ein Dietrich, der sagt, hey, was ist denn jetzt los? Wie, was, was, hä? Aber ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, ne, die Lightning Hawk geben wir natürlich zurück. Die benutzen wir nicht. Die heben wir so lange auf, bis wir sie nicht mehr brauchen. As it is tradition. Ne. LB, genau, das wollte ich machen. Stup, stup, stup. Ich hätte hier gerne so ein fumpiges Geräusch, weil das ist ja eher so ein Fump, 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 Fump. Ist leider nicht so. Hier. Naja. Äh, vier Dinger müssen eigentlich reichen. Komm, dann nehme ich doch noch Munition mit, weil es sind sicherlich auch wieder irgendwelche Standarddödel, denen man, äh, sicherlich nicht mit einer Granate irgendwie kommen muss. Haben wir noch Granate? Äh, apropos. Ne. Ich muss gerade überlegen, Simon oder Gosi-Johan Beide gut Das ist lustig, weil der Real Sven Ich hab mal Ich hatte mal eine Freundin, die hatte Über Umwege wohl Kontakt mal zu dem Bruder von Simon Gosi-Johan Und die hat mir eine DVD gegeben Die Simon Gosi-Johan Und sein Bruder damals zusammen gemacht haben Alter Falter Ey, das war Das war wirklich der härtesteste Shit, den ich je gesehen hab Die waren zur Hälfte der Zeit nackt Und es waren einfach völlig Weirde Sachen, bevor sie halt Bevor Simon Gosi-Johan seinen Kram gemacht hat Der auch super ist, aber Der hat schon immer diesen Scheiß gemacht Und das fand ich sehr lustig, die anzugucken Kann ich an der Stelle nur gerne mal empfehlen Oh ja, Heilung Heilung mit Weilung Ich hol mir noch einmal Heilung mit Aber einmal muss echt reichen Ja, ich kann's leider nicht leaken Ich hab die DVD nicht mehr Aber das waren einfach ganz viele Bizarre Sketche und Komische Manchmal auch nicht ganz verständliche Gags Aber halt Du hast eigentlich gesehen Okay, der Typ ist super kreativ Sein Bruder ist genauso wahnsinnig wie er Und aus dem wird noch mal was So, jetzt sind wir hier im Keller Und hier soll noch Natürlich, wo sonst Da lagert man das In alten Kisten Direkt neben Zeitungen und so Ist irgendwo noch ein Stoff Ein Gegengift Und unser Kumpel Carlos Ihr werdet ihn gleich sehen Und ihr werdet ihn lieben Der Befindet sich hier gerade irgendwie auf dem Weg dahin Und sucht das Das muss der Weg nach unten sein Ich sag jetzt manchmal Sachen Die hab ich schon erzählt Aber ich sag die gerne noch mal Für die Leute, die neu nachgekommen sind Von Nils Ich, ähm Muss immer in die Auf die Map gehen Damit ich weiß, ob alle Gegenstände eingesammelt sind Das ist ein bisschen einfacher als Hier jetzt nur Ist jetzt das Labor oder was? Ist einfacher als jetzt nur hier Alles abzusuchen manuell Ist immer einfacher Gucken, wo ist was Nehmen, nehmen Grapsch, grapsch, grapsch Und dann schnell weiter Guten Abend In Porox Schön, dass ihr Wirklich schön, dass ihr um halb zwei Hier nochmal hergekommen seid Ich wollte eigentlich auch Nicht das Spiel heute am Stück durchspielen Aber ich könnte mir fast vorstellen Das wird es noch schaffen Wo hat keiner vom Krankenhaus Das alles je bemerkt? Alle bezahlt wurden Cash, cash Cash, cash, cash Mir ist aufgefallen Dass Resident Evil 3 Gar keine Rätsel hat Das ist interessant Das fällt mir jetzt auf Keine Rätsel, oder? Also Ja, klar Hier mit dem Stimmenerkenner und so Aber das sind ja wirklich Klassiker Danke OI Zero Okay, dann hier lang Oh, ne Tasche Das ist das Allertollste Jetzt habe ich volle Taschen Also Eigentlich habe ich die Taschen voller Luft Aber ich kann jetzt mehr tragen Okay, das lesen wir uns gleich durch Was ist hier? Geht nicht Okay Das ist so der Überlebensinstinkt Erstmal alle Türen checken Wo was ist, wo es weiter geht Bevor man sich irgendwie mit dem Kram irgendwie beschäftigt Und irgendwelche Fahrstuhlnotizen liest An alle Mitarbeiter Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt Bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen Ihn überlädt Und die Sicherung durchbringen lässt Wenn Sie auf dieses Problem stoßen Und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können Bleiben Sie bitte ruhig Sammeln Sie die Sicherung Von dem im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren Und starten Sie damit den Hauptgenerator So schnell wie möglich neu Das sind doch keine Rätsel Benutze Item B und A und C und D Okay, was haben wir noch? Ich glaube wir haben alles Was ein Riesenraum, Leute Oh Mann, das sieht schon wieder so aus Und da steht der Nikolai Der ist ein Arschloch Und Russe Hat jetzt keinen Zusammenhang Aber er ist auf jeden Fall ein russisches Arschloch Und den werde ich mir noch zur Brust nehmen Aber vorher sammle ich diesen Sprengstoff ein Das ist mal eine gute Idee Entschuldigung, ich muss kurz abschreiben Eine Frage, lieber Simon und Zuschauer Könnt ihr meinen Freund Money Go raiden? Naja, also wenn er noch nachher dabei ist Können wir das gerne machen Money Go Natürlich erst, wenn der Stream endet Ich weiß nicht, wie lange Money Go live ist Ob der nicht vielleicht Nicht ganz so lange streamt wie ich Aber ich werde es nachher mal probieren Das ist eigentlich genau das, was ich geil finde An Twitch und An dieser Möglichkeit zu raiden Dass man wirklich So diese Idee von Booty damals Bei Rocket Beans Viewers of Love Da gab es ja noch keine Raids Muss man dazu sagen Ist Ja, ist auf diese Art sehr, sehr einfach umzusetzen Und es macht so einen Spaß Leuten irgendwie So viele Leute dann zu schicken Ich muss weiter gucken Hier bin ich runter Da ist nichts mehr Also muss ich jetzt wirklich hier hoch Ich gebe zu, ich respektiere deine Zähigkeit Aber leider enden unsere Spielchen hier Du glaubst, es ist vorbei? Was? Wo? Alter Der hat nicht mal Augen Ich habe doch sogar den Ausweich-Move gemacht Was willst du denn noch? Was soll ich denn noch machen? Das waren drei tolle Schüsse Der wackelt einfach zu krass in den Kopf Das habe ich noch nie Nie bin ich so häufig daneben geballert Na willst du mich verarschen, mein Freund Alter Jetzt wird es aber langsam persönlich Sag mal, der hält doch Das ist doch lächerlich, oder? Das ist doch ein Witz Dass der so viel aushält Der ist vielleicht unsterblich Kann das sein? Ist der wie Lisa Trevor? Mann Ich sag's euch Der hat, der hat unendlich Energie Ja scheiße, Alter Was ich hier dagegen baller? Also ich glaube, der ist irgendwie unverbundbar, oder? Das ist doch nicht normal Nee, nee, nee Der ist unverbundbar, der Typ Stehe ich? Stehe ich? Ja geil Alter Das kann ich ja kaum glauben Da falle ich von selbigem ab Wenn ich das so mitkriege Vielleicht muss ich nicht auf den Kopf schießen bei dem Der regeneriert Okay, das ist doof Dann spielen wir Laden wir nochmal Wieder auch genau da, wo ich hin muss Komm, komm Ich hab Haut für dich Und sogar Haar Und wenn du ganz nett bist Kriegst du sogar Klamotten? Fake out Haha Ganz schön dumm So und jetzt mit dem selben Lift nochmal nach unten Um ihn zu zerquetschen Was ist das so mit dem? Okay. Ich hab da noch nicht mehr, ich hab das nicht mehr. gesehen. Warum ist das Video von heute privat gestellt worden, fragt John McBain. Ja, ich habe da eigentlich kein Problem mit dem Video, aber das war gar nicht so geplant. Das war zwischen zwei Let's Play Schnipseln, war das einfach eine Erklärung, warum ich schlechte Laune hatte. Und dann hat Edward, weil er das natürlich gar nicht wusste, hat Edward Laser das halt released. Und dann haben ein paar Leute halt rausgefunden, wo dieser Postladen ist. Und dann war das alles, ich möchte einfach mit sowas nicht in Verbindung gebracht werden, dass ich da irgendwie Leute hinhetze oder so. Und der Typ ist ja offensichtlich ein bisschen irre. Also möchte ich da offengesagt auch keine Möglichkeit geben, dass das irgendwie schlimmer eskaliert, als es eh schon eskaliert ist. Aber ich habe es auch gesagt, ich habe mich wie gesagt bei dem Paketliefer-Service schon beschwert. Und via E-Mail auch drum gebeten, dass da mal jemand mit ihm redet und das scheint auch zu passieren. Und das ist eigentlich das Beste, was man machen sollte. Man sollte nicht andere Leute dahin hetzen und so. Also das war auch nicht so gedacht. Wie gesagt, ich habe ja nicht erzählt, wer das ist, aber Leute haben halt rausgefunden, welcher Paketshop das ist und dann, ja. Das ist natürlich irgendwie ungeil. Das will man ja nicht. Also ich zumindest will das nicht. Streamst du jeden aber, äh, jeden Abend? Ich kann es schon nie mal richtig lesen. Jeden Abend im Oktober. Ich habe es vor. Ich will vorher erst noch mal gucken, ob hier nicht oben noch was ist. Ah, nichts, was ich will. Oh, war da noch was? Oh Mann, jetzt muss ich das Ding noch mal hochschieben vorher. Oh, das sind... Was? Naja, gut, immerhin. Aber so ein Koffer und dann einfach so ein kleiner Fitzel drin? Jetzt kann die mehr, ne? Hä? Wofür ist denn dann der Munitionshalter? Wenn er nicht die Munition hält? Hä? Sag mal, hier war ich doch schon, ne? Hier war ich doch schon. Ich gehe trotzdem noch mal lang. Ich will auf jeden Fall alle Items haben. Da bin ich ein bisschen gierig. Okay, so. Wenn ich jetzt mit dem Ding hochfahre, geht das überhaupt? Ne, geht gar nicht. Ich kann das nur so machen. Ach, das war eh der Falsche. Dann fahren wir doch so hoch. Ganz nach oben. Ja, komm, wir zerbrechen das Glasdach. Die erste Frau im ersten Stock. Okay. Läuft. Das ging auf jeden Fall leichter als bei Hillary Clinton. Na, das machen wir gleich. Hast du schon mal Resident Evil Outbreak gespielt? Kommt das diesen Monat? Weil ich habe das auf keiner Release-Liste gefunden. Aber es kann schon gut sein. Kann ich mir vorstellen. Aber ich weiß halt gerade nicht genau, wann das sein soll. Oh nein. Das war so klar. Oh, das war aber nicht klar. Mann, das ist doch so dumm. Diese Animation hat mich gerade komplett rausgebracht. Ich kann es noch nicht ändern. Ah ja, jetzt spinnt ihr aber wirklich. What the fucking fuck? Ah ja. Das ist ja wirklich absurd. Also bisher ist das, glaube ich, der Part, der mir am wenigsten gefällt. Weil man nichts speichern kann. Und weil er einen so völlig überfordert mit Krimskram, den er auf dich draufwirft. Ich meine, es ist Endgame. Und man hat gute Waffen. Aber es ist trotzdem super annoying. Das ist eine gute Frage. Lohnt es sich überhaupt hinzugehen? Na, ich muss wahrscheinlich dahin. Weil da eine Sicherung ist. Und wenn eine Sache sicher ist, dann dass die hier nichts machen, ohne dass man dahin gehen muss. Und ich brauche drei Sicherungen, glaube ich. Und zwei hatte ich eben schon. Ich glaube... Ah, ich weiß es einfach nicht. Ja, da ist auf jeden Fall noch was. Genau, ich habe ja neu angefangen. Jetzt muss man alles noch mal mitnehmen. Ja, ich kann doch gar nichts. Ich komme ja wirklich nicht dagegen an, ne? Ach komm, nö, ey. Oh, jetzt muss ich dir erstmal wieder raffen, was hier eigentlich gerade passiert ist. Das ist umgefallen. Also laufe ich hier lang. Das passiert nicht aus Versehen, sondern das macht dieser Nikolai. Also es ist jetzt nicht so... Unglaubwürdig. Ja, Mann. Eben noch Wissenschaftler plötzlich sprengen. Danke, Mr. D. Ja, ich müsste vielleicht auch... Ich meine, ich habe einen Fehler gemacht, ne? Aber ich wusste ja nicht... Mann, jetzt habe ich auch die falsche Munition für dieses eine Scheißvieh. Das ist nämlich besonders allergisch gegen Brennnesseln. Aber ich habe diese Brand Munition leider jetzt nicht mitgenommen, weil ich halt dachte, hier wird alles kommen, aber nicht das Ding. Ja, ich weiß nicht, Vielleicht mache ich gleich lieber den, den Granatwerfer, damit man den auch mal benutzt. Ich habe so viele Granaten und irgendwie kaum, wenn sie kaum benutzt, das geht nicht. Wo ist denn die? Ich habe nur eine. Ich dachte, ich hätte schon zwei mittlerweile von den Sicherungen. Und was macht man, wenn man wie hier jetzt voll ist mit Material? Ich meine, irgendwie muss das doch möglich sein. Eine Kiste oder so wäre doch irgendwie sinnvoll an der Stelle. Normalerweise macht sowas ja Resident Evil nicht, dass die einen in eine ausweglose Situation bringen. Also, deswegen wundere ich mich gerade. Nein! Okay, da kommt der Dicke raus. Der dicke Flanschmann. Ja, mach. Und habs! Und habs! Ich frage mich gerade, ob ich hier einfach hoch kann. Das ist ja genial. Ja, viel Spaß jetzt. Was? Nee, nee, nee! Wir bleiben schön hier. Oh, das ist ja gemein. Guck mal, die haben die Gegner weggespawned, wenn ich hier oben bin. Was für eine Frechheit. Nee, da ist ja noch einer. Okay. Das ist schon lustig. Ist er tot? Ist er tot? Alter, ich schieße dir den Lappen weg. Den Fußlappen. Das ist schon irgendwie lustig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr viel Energie abzieht bei ihm. Wie er seinen Fuß versucht zu schützen. Ha ha ha. Ja. Death by Cheesing. Ne, warten wir noch Ich weiß nicht, warum ich so So sicher, also so Ne, so unsicher spiele, was Was die Energie angeht, aber Es geht halt noch, ein bisschen kriege ich schon noch ab Von dem großen halt nicht Oh, war das eine geile Granat Das hat sich gelohnt Sehr lohnenswert Sogar so lohnenswert, dass jetzt hier nichts mehr Kommt, Magnumschüsse, oder? Ja Wenn ich jetzt nur Okay, dann müssen wir es halt so machen Ich brauche halt wirklich, wenn ich eins nicht brauche Ist es noch mehr Pistolenmunition Aber besser als es hier liegen lassen Ist es allemal Oh, mir hat der eigene Schatten gerade so eine Angst gemacht Man sieht es jetzt nicht, weil es zu schnell ging Aber ich bin so, einen Moment hat mein Herz wirklich ausgesetzt Als ich diesen Schatten gesehen habe Okay, wir haben zwei von denen Ja, sehr gut Jetzt müssen wir irgendwie den dritten finden Da habe ich irgendwas übersehen So wie du das spielst Hast du das fünfmal gespielt? Ne, ich habe es einmal gespielt Bisher nur Mit den Mit Fabian und Gregor zusammen Okay, ich kann hiermit nicht runterfahren Weil ich das nur von hier machen kann Okay Ja Jetzt müssen wir irgendwie diesen Verbliebene Diese verbliebene Geschichte noch finden Wo könnte die sein? Hier vielleicht? Hier runter? Ne Hier Na ja klar, hier ist es Ja, eindeutig Oh nein, da ist so einer Das sind die Regenerativen Deswegen gebe ich dem jetzt mal richtig was mit der Schrotflinte Der ist tot Geil Weil ich den einfach überladen habe Mit Action Ich bin so happy jetzt Das lief sehr gut bisher Hier noch irgendwas wirklich sinnvolles Ich habe auf jeden Fall genug Granatenkram Ah, geil Ich habe so viel guten Scheiß Ich habe sogar noch hier eine andere Pistole Komm, nochmal so Statt Munition Ne, das ist bescheuert Warum soll ich statt Munition eine zweite Waffe mitnehmen? Ne, Simon Bist du blöd oder wat? Okay, komm Speichern Und schnell Die letzte Schose holen 21 Tage noch Dann kommt der DLC für Resi Ja Darauf freuen wir uns alle Da geht es jetzt weiter Nehme ich an Wahrscheinlich finde ich hier jetzt Ja, da ist sie Ja, als ob hier nicht nochmal was kommt Heißen die so Paleheads Die Regenerativen Das passt ganz gut eigentlich Oh shit Oh shit Da kam er ganz bedrohlich Oh meine Clown Ich habe sie dir mit ihrem eigenen Blut Blut lackiert Hier ist doch irgendwo noch was Hier ist doch irgendwo noch was Ah, okay Das ist so schlimm Man hört das ja Irgendwo hier ist er Ja, da kann man ruhig nochmal kurz speichern Man weiß ja nicht was jetzt kommt Auf jeden Fall kommt hier langsam das Ende Mit Hunterschritten Auf und zu gewalzt Mitarbeiternotiz In N2 aufgenommen 54 Männliche 32 Weibliche Entsorgt 60 Männliche 89 Weibliche In N2 aufgenommen 55,19 Männliche 51 Weibliche Entsorgt 76 Weibliche Das klingt hier wie Weiß ich nicht Wie die Bumsliste von Andrew Tate Entsorgt Sechs männliche Exemplare 9 Weibliche Entsorgung Nehmen täglich zu Präventiv Alle über 30 Jahre Entsorgt Das klingt eher als nach Leonardo DiCaprio 30, ne Nächtlicher Transfer Durch Schwester beobachtet Aufnahme in Untergrundeinrichtung Zeitweise ausgesetzt Verdammt Wo ist Jetzt zurückkommen Ist doch Schwieriger als gedacht Wie komme ich denn hier zurück Lauf ich einfach falsch Muss ich vielleicht Den anderen Weg nehmen Ja Ich glaube ich muss hier Den anderen Weg nehmen Simon spielst du im Dezember Callisto Protokoll Aber sowas von Moment Ne Wie dumm Warum bin ich hier hingegangen Das ist ja Quatsch Da oben kann ich aber auch nicht langen Und da ist der Typ noch Ach das ist der eine der noch rumläuft Ne Ne das ist falsch Hier geht es ja nicht weiter Da muss ich doch den Aber ich hätte gedacht Naja egal Tür im Safe Room Guck ich nochmal Ich nehme an Das ist die Tür Ach nee Ihr habt so recht Ja Leute Oh man Klar Falsche Drei Türen Jetzt haben wir sie So wo ist der Typ Wo ist der Typ Oh nee ey Shit Mann ich hab doch Wenn du Oh nö Nicht den Kopf weg Suppschen Ihhh was für ein Ekeloch Alter schämst du dich nicht Weh Wirklich Weh Aber wo war denn jetzt Wo waren denn die Sicherungen Ach da So ne Arbeit ey Ach du Ach nee Ich dachte gerade Man braucht nur drei Aber nee Es gibt vier Gibt's in drei A und B Storys wie in zwei Nein Es gibt nur diese eine Gibt ja auch nur einen Charakter Der Der Hauptcharakter ist Aber es ist generell eine gute Frage Und das ist halt vielleicht auch Teil des Der Kritik Dass man sagen könnte Ja da war aber früher War mehr Lametta Ja Aber ich kann damit echt gut leben Ich find das cool Dass das ein 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 Story Projekt ist Sozusagen Ohne Äh viel Ähm Schischi drumrum Nur damit alle irgendwie sagen Oh ich kann's aber hundertmal spielen Das ist zwar geil Ich find das ja auch toll Aber es ist für mich nicht nötig Okay Was haben wir noch Das Ding rüber Hab eigentlich noch gut Munition Muss ich sagen Nee Munition hier Nee Wobei langsam könnte man die Lightning Hawk mal benutzen Aber die hebe ich mir Einmal hebe ich sie mir noch auf Und hier nehme ich vielleicht die Brandgranaten Nee da habe ich nur drei Ah Nehmen wir mal noch mehr davon mit Das ist schon sehr viel Das muss reichen So was liegt hier noch rum Nix Geil Ich mag's wenn ein Raum leer ist Okay Speicher nochmal Kombiniere deine Granaten Und crafte dir noch ein paar Granaten Ich muss zugeben Das ist wahrscheinlich ein Tipp Aber ist ein guter Tipp Weil ich mag's nicht Den Kram am Ende Nicht mehr benutzen zu können Sozusagen Weil du ihn halt schon Also weil das Spiel zu Ende ist So Hatten wir ja erst gestern Ich hab so viel von dem Kram Ich kann's kaum glauben So jetzt wird gecraftet Kombinieren mit Das Aha Okay Sehr gut Das gibt Spreng Sehr gut Was haben wir noch Not bad Würde ich sagen So Wenn wir jetzt noch Hochwertiges Schießpulver Ist schon mal gut Haben wir noch eins Ne Leider nicht Ja die Minengranaten Sollte man eigentlich auch mal mitnehmen Komm also Also wirklich 18 Granaten Die müssen noch reichen Da ist ja wahrscheinlich Hier Carlos ist ja auch dabei Und der ist auf jeden Fall Eine Granate Alter Das ist schon gut genug Mann hab ich viel Zeug Ich bin eindeutig Hier durchgerusht Okay Was kann man noch machen Die Schrotflip Brauche ich überhaupt Jetzt die Pistole Ne So sieht So sieht das aus So kann man damit leben Aber 12 Schuss Für die Schrotflinte Ist ein bisschen wenig Ne Naja Muss reichen Ne genau Ich kann mich nicht Vom Dietrich trennen Ich will ihn zumindest In der Kiste wissen Und jetzt Nikolai verfolgen Und fertiger Bericht R10 Infektion und Verwandlung In zwei Stunden Keine Überlebenden Ich nehme an Das ist Nikolai Ich weiß es gar nicht Erfolgreiches Treffen Mit MV Kolonne Werde ersten Versuch Bei Dämmerung starten Pack zum Gefechtsstand Umgeleitet Ergebnis Ne Also Damit ich das verstehe Der hat quasi Die Zombie Und die ganzen Virenmonster Zu den Überlebenden geleitet Und auch zu den Polizisten Und dem ganzen Kram Die sich versuchen zu verteidigen Um halt Kampfdaten zu sammeln Was für ein Arschloch Nächtliches Gefecht In geschlossenen Bereich Mit großer Anzahl Kämpfer Video beigehängt Oh das kommt noch Ende des Gefechts Sieben Überlebende Unbekannte Biowaffe Wurde an Punkt D18 eingesetzt Verfolge sie Wie befohlen Sie scheint Auf der Jagd zu sein Beobachte zwei Stars Ein Mann Infiziert Und eine Frau Die Biowaffe Verfolgt die Frau Das ist Brad Die Frau JV Hat Kontakt Zur MV Kolonne aufgenommen Verhalten und Aussehen Der Biowaffe Entsprechen der Von Projekt N Untersuche weiter Habe beobachtet Wie die Biowaffe Konventionelle Waffen nutzt Sie scheint stark fixiert Auf die Terminierung von JV Und kennt den Aufbau der Stadt Metamorphose in der Biowaffe Durch Kampf gegen JV Ausgelöst Video angehängt JV wurde infiziert Und ist bewusstlos Was für Daten Was bringen die Daten Das hat mir nach Acht Resident Evil Spielen Immer noch keiner erklärt Ihr forscht doch schon seit 20 Jahren an dem Shit Da gibt's was Was für Daten Ja Ein Schuss auf den Kopf Ist immer noch sehr Sehr erfolgreich Tyrell Hab sie erreicht Sie geben uns ne Chance Danke Silo Twitch Sie stoppen den Angriff Wenn Und das ist ein verdammt Großes Wenn Wir ihnen den Impfstoff Liefern Bevor sie starten Wie viel Zeit bleibt uns Stunden Vielleicht Na 30 Minuten ungefähr Machen wir noch Ich mag es auch mit Kameraden rumzulaufen In Resident Evil Also auch KI-Kameraden Mehr als Koop Natürlich Macht mehr Bock Es ist irgendwie Irgendwie so schön Man ist zur selben Meiste Zeit allein Und gehetzt Und hier ist man natürlich Irgendwie ein bisschen sicherer Ich hoffe nur Er ist einer von den Guten Ich weiß es offen gesagt nicht Hast du nicht Scheiße ich hätte mal ein bisschen Energie mehr mitnehmen sollen Merke ich gerade Jeder der hier gebissen wird Sagt ich schaff das schon Schnitt Zombie Tomb Raider Ach ne Falsches Spiel Mit der kleinen Funzel Jetzt Geh weiter Wir sind fast da Nein Scheiße Danke an alle Notknöpfe Okay Ihr seht das nicht Aber bei mir ist gerade Das Bild einfach weg Ich kann jetzt nur Es ist ganz weird Irgendwas mit der Herzzahl Oder so Ich weiß auch nicht genau Ich muss das gerade mal Neu umstellen Ich habe gerade wirklich Gar kein Bild mehr Okay Das hat auch nicht geholfen Mal kurz umstellen Moment Sekunde Ja 60 Kannst du damit leben Spiel Das gibt es nicht Irgendwas ist ganz komisch Als wäre hier irgendein Effekt Der meinen ganzen Monitor Kaputt macht Ich sehe quasi nur So ganz oberes Bild Aber ich gucke jetzt einfach Ich spiele einfach Auf das andere Spiel jetzt über OBS Da weiß ich jetzt gerade nicht Mann ist das nervig Warum ist das denn jetzt Ich meine das ganze Spiel läuft Und jetzt entscheidest du dich In den letzten 30 Minuten Entscheidest du dich Stress zu machen Monitor Ja 3 muss aber Wir streichen Okay ich mach mal Eine Sache Ich Ich geh mal raus Und guck mal Ob sich der Monitor Irgendwie wieder Wieder einfindet Wenn er quasi einmal Bei Windows war Ja jetzt geht's wieder Da muss in diesem Da muss irgendeine Art von Filter Irgendwas was ich eingestellt hab Was dem Ding nicht so gefällt Das ist ja cool Das hatte ich noch nie Also so eine Art von Fehler Hatte ich wirklich noch nie Mann ich wünschte ich könnte euch das zeigen Es ist komplett schwarz Jetzt wieder Es flackert oben ein bisschen Okay ich muss Entschuldigung Es tut mir leid Ich muss das nochmal schnell einstellen Ähm was kann ich denn hier noch ändern Das hilft auch nicht Ne Doch Das hat geholfen Ha Wenn ihr das sehen könntet Ich mach auf Ultra Qualität Und dann geht langsam Der schwarze Bildschirm Bis nach oben Und dann stelle ich Zurück Und dann geht der schwarze Bildschirm Wieder nach unten Also es liegt an dieser FidelityFX Super Resolution 1.0 Warum weiß ich nicht Ja Es lag tatsächlich an dieser Option Das ist ja sehr interessant Das ist ja super interessant Oh ne Es fängt wieder an Das ist so irre Ich kann es euch leider nicht Obwohl komm ich zeige es euch schnell 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 Zack Und weg ist es Also so einen Fehler habe ich noch nie gesehen Hammer Ganz komisches Ding Verstehe ich jetzt auch nicht Ähm Scheiße was mach ich denn jetzt Das haben wir auch mit dem Balken Ah ok Ihr hattet das Ok Also das ist ja super irre Ich muss nochmal Tut mir leid Ich kann das ja nicht so nicht spielen Ich muss ja nochmal gucken Was kann ich denn hier einstellen Ist es vielleicht Dass der Grafikspeicher überladen ist Irgendwas hier Anti-Aliasing vielleicht Habt ihr sowas schon mal gesehen Ich glaube dass es Es könnte an den Mods liegen Die ich mir irgendwann mal aktiviert habe Dafür Machen wir alles auf Mittel Ne das bringt alles gar nichts Vielleicht halt nur Wenn ich mal eine Sache umschalten würde Eben hat es geklappt Bei diesen Effekten Vielleicht ist Raytracing Kann ich das irgendwie ausmachen Warum geht das jetzt nicht aus Noch nie gehabt so einen Fehler Geht es ganz langsam Geht das Bild weg bei mir Ähm Vielleicht mal die Texturen runter machen Ja ich werde alles mal versuchen Das ist schon aus Bild wiederhole Schon auf 60 Äh Okay ich habe das Gefühl Ja es ist Vsync In diesem Fall gewesen Aber ich dachte ja eben auch Ich hätte es Ne Es war fucking Vsync Das ist ja irre Na gut okay Ich werde es jetzt nicht hinterfragen Nest 2 haben wir schon Ja haben wir Da haben wir gerade gespeichert Das ist verrückt Komm was will ich denn mit dem Na komm das grüne kann ich gleich nehmen Ah Jetzt sollte ich langsam Vielleicht auch mal die Magnum mitnehmen Da Ja Baby Endlich wirst du rausgeholt Das ist wie in Roger Rabbit Wenn die Patronen So endlich Wenn die Bock haben So Oh was du willst ballern Oh geil komm nimm mich Nein nimm mich Ich bin der krasseste So ist es mit der Waffe hier Okay jetzt haben wir alle Frage ist nur Ja doch genau Ah ich muss sie aufheben Nein komm ich nehme die Granate erstmal Hast du einen 120 Herzmonate Und 60 eingestellt Plus Vsync Das ist sicherlich Irgend so eine Sync Geschichte Irgendwas hier zippelt auch noch Aber es ist durchaus Spielbar Ja ich kann das jetzt auch nicht erklären Ich werde mal MSI fragen Was ich da genau machen kann Weil das ist scheinbar einfach Ein Einstellungsproblem von mir Ich habe mich halt nicht genug Mit dem Shit Beschäftigt Befasst Ja jetzt habt ihr Tearing Ich kann es nicht ändern Wenn ich jetzt Mal gucken wie es ist Wenn ich jetzt Vsync anmache Aber es geht vielleicht einfach nicht anders Tut mir auch leid Vielleicht ist es das Upscaling Aber das kann ich daran Ich meine Wenn es jetzt wieder weg geht Dann kann es ja nur damit zu tun haben Oh jetzt ist alles unscharf Tut mir wirklich leid Leute Gegen Ende nochmal so ein Scheiß Aber wir haben es gleich Ne es ist wirklich Es hat damit zu tun Irgendwas damit zu tun Ja sobald Vsync aus ist Komm wir nehmen es jetzt so wie es ist Schön verwaschen nochmal gegen Ende E-Essay Ich dachte easy Essay zur Impfstoff-Synthese Über die Rolle von Antigenen und Adjuvantien in der Impfstoff-Synthese Von Dr. Nathaniel Barth Leitender Forscher Spencer Memorial Hospital Für die effizientesten Synthese eines Impfstoffes sind sowohl ein Antigen und ein Adjuvans erforderlich Das Adjuvans produziert eine Immunreaktion Während das Adjuvans Ne das Antigen Während das Adjuvans die Richtung Die Wirkung Solcher Ich bin wirklich müde Solcher Reaktionen verstärkt Was zu einer erhöhten Antikörperproduktion führt Indem man Proben dieser beiden Stoffe kombiniert Kann man eine potente Impfstoffbasis herstellen Indem man diese Impfstoffbasis mit unserer eigenen Verarbeitungsanlage aufbereitet Kann eine größere Menge Impfstoff erstaunlich leicht hergestellt werden Darüber hinaus führt die Verwendung meiner neuesten Antigen- und Adjuvansproben Zu beispiellosen Raten der Antikörperproduktion So wird eine mehr als tausendfach höhere Antikörperproduktion als durch traditionelle Stoffe erreicht Dadurch ist die Arznei nicht nur ein effektiver Impfstoff Sondern kann womöglich auch dazu eingesetzt werden Bestehende Infektionen zu beseitigen Also es tut mir leid Aber ich muss die Was auch immer da für ein Filter ist Ich muss den weg machen Das ist ja unscharf wie die Hölle So vielleicht Ah ja Immerhin besser Okay Entschuldigung letztes Mal Ich weiß jetzt woran es liegt Beziehungsweise ich weiß jetzt was hier geht und was nicht geht Das geht Ja Oh besser Das Tearing müsst ihr jetzt einfach Aushalten Es wird euch nicht zerreißen Immer noch was Okay Legen sie zum Start der Impfstoff Synthese die Rohstoffe in die Kammer Okay ich habe eine sehr gute Idee gerade von euch bekommen Ich habe aber noch keinen Impfstoff Okay Ich muss ihn selbst herstellen Okay Muss rausfinden wie Ich glaube jetzt haben wir es Wenn ich nämlich Es tut mir leid Aber das ist ein guter Guter Tipp aus dem Chat Lieber Soon Wenn ich jetzt nämlich Hier wo war das Moment irgendwas Das Nee auf irgendwas Bildrate war Auf Variabel Und dann Vsync an Oh jetzt habt ihr kein Bild mehr Das ist aber auch lustig Jetzt habe ich kein Bild mehr Das ist so geil Wie ich halt einfach jetzt kein Bild Wie ich das Eine Sache mache und sofort kein Bild mehr Ähm Aus Okay es liegt an dem Vsync Aber in Kombination mit irgendwas anderem Ich weiß es jetzt nicht Lass uns einfach spielen Da könnt ihr später dann sagen Ich war dabei Als der Simon Resinable mit Vsync kaputt gemacht hat Sicherheitsschlüssel erfolgreich erstellt Was haben wir denn hier? Sicherheitsschlüssel Einfach Nach der Antigenprobe suchen Nach der Adjuvanzprobe suchen Okay Okay ein letzter Tipp Du musst die Bildwiederungsfrequenz auch anpassen Auf 120 Hertz Wie gesagt hatten wir eben alles Das ist genau die Einstellung Die ich eben hatte Und da ist es ja dann irgendwann kaputt gegangen So jetzt steht es auf 120 Hertz Das ist gut Bildrate Auch auf 120 Das ist auch gut ne So wenn ich jetzt Vsync anmache Ich habe ein Bild Ihr habt ein Bild Kein schwarzen Bildschirm Ne Das fängt uns scheiß wieder an Ne wir hören jetzt auf damit Wir machen das jetzt nicht mehr Ich danke euch für eure Tipps Aber letztendlich ist es einfach ein Fehler Den ich hier In Ruhe mal mir angucken muss Vsync ist einfach ein Problem Mit meinem Monitor Oder mit der Einstellung Oder mit dem Treiber Vielleicht habe ich alte Treiber So Bitte lass uns jetzt schnell Das Spiel beenden Also nicht schnell Weil wir keinen Bock haben Sondern einfach Weil damit das jetzt nicht so stört Aber das bisschen Tearing kommt Einfach Ausrufsat einem Ausrufsat einer Ausrufsat einer Teilweise Anfängerung Das Männer Sondern Erfohlen Bis zum Abschluss Der Evakuierung Ständig Ein Sicherheitsschlüssel In sich Beführen Was habe ich extra gemacht, damit die Kiste kaputt geht? Aber die ist gar nicht so wichtig. Isaac Graves Tagebuch. Die Bezahlung war üppig. Diese Zusatzleistung, gut. Und am wichtigsten, sie versprachen mir, dass ich einen Beitrag zu modernster medizinischer Forschung leisten würde. Für einen Universitätslehrenden aus nirgendwo Amerika war das eine unglaubliche Chance. Wie ein Gewinn im Lotto. Also nahm ich an. Ich überzeugte meine Familie und wir sind hier nach Raccoon City gezogen. Nun, im Nachhinein weiß man es immer besser, ne? Dieses Labor ist eine Hölle von Monstern, die grausame und barbarische Experimente mit dem einzigen Zweck durchführen, menschliches Leben in der abscheulichsten Weise wie möglich zu nehmen. Es ist krank. Die Welt muss davon erfahren. Aber jedes Mal, wenn ich mir genug Mut ansammle, um Alarm zu schlagen, muss ich an Penny und Casey denken. Dann kriege ich sofort kalte Füße. Umbrella hat diese Stadt in der Tasche. Es gab da diesen Typ, den sie dabei ertappten, wie er Firmengeheimnisse nach draußen schmuggelte. Sie haben ihn regelrecht an die Betas verfüttert. Verfüttert? Ich habe alles mit angesehen. Ich habe meine Frau und Tochter damit reingezogen. Ich muss nur meinen Job machen. Nur machen, was sie mir sagen. Ihretwillen. Aber dies soll ein Beleg dafür sein, dass ich ein Gewissen habe und dass ich meine Lektion gelernt habe. Und das ist ein Verbot der ganzen Umwand. Wir haben noch einen Ausgang, dass die eine teilweise abschiegelung ist. Mitarbeiter sind erfolgen sind. Ha. Gut gemacht, Game. Gut gemacht. Schade. Ist das die hier? Ich wusste es. Deswegen habe ich das Messer eigentlich. Ich habe es dabei. Aber dann um die halt anzuschlitzen. Da muss ich wohl erst mal wieder runter. Danke, Dr. Arschmittler. Dr. Arsch... Dr. Arschmittler. Da im Lager waren wir schon. Ich gehe trotzdem noch mal rein und noch einmal speichern. Und vielleicht die Pistolen-Munition abgeben, die wirklich keiner mehr braucht. Den USB-Stick, der wird geil. Den werde ich noch gebrauchen, glaube ich. Ach ja, da ist ja wirklich ein Schlitz. Ah, das sind die wieder. Ja, mit zwei werde ich noch fertig, glaube ich. Das ist geil. Oder hier, die Mechanik des Tötens hier. Dieses Auf-Zusammen... Äh, wie heißt es, äh... Wenn man was in Folie so einschweißt. Von den Leichen oder von den Monstern. Das ist irgendwie... Äh, das ist so schlimm. Dass die das einfach... Dass die überhaupt die Mechanik dafür haben, dass die, die... Dass die das so organisieren, ne? Das finde ich so irre. Oh, eine Sache haben wir jetzt. Ne, es ist erstmal nur die... Die brauche ich definitiv. Nur eine Hälfte. Genau wie bei ihr. Oh, geile Mucke. Bitte um Waffengenehmigung. Sehr geehrter Dr. Emerson. Ich möchte Sie hiermit offiziell darum bitten, die Waffen, die normalerweise dem Biowaffensynthese-Team vorbehalten sind, auch den Mitarbeitern zugänglich zu machen, die mit der Aufnahme und Verabschiedung von Testpersonen beauftragt wurden. Diese Testpersonen sind zwar nicht so gefährlich wie unsere Biowaffenprodukte, aber ich glaube, dass diese Waffengenehmigung ratsam ist, wie unten erläutert. In letzter Zeit haben einige Testpersonen eine neue Mutation entwickelt, die sie mit sehr hohen Regenerationsfähigkeiten ausstattet. Unser Team nennt diese Exemplare Paleheads. Ihr Vorkommen ist regelmäßig, aber der spezifische Grund dafür muss noch gefunden werden. Durch die erstaunliche Regenerierungsrate dieser Paleheads ist es schwierig, sie mit herkömmlichen Waffen zu töten. Im Falle eines Systemausfalls der Anlage wäre unser Waffenarsenal für die Verteidigung nicht ausreichend. Aus diesem Grund bitte ich darum, alle Mitarbeiter in den Abteilungen für Versand und Abfertigung mit Waffen mit hoher Feuerkraft aufzustatten, die in der Lage sind, Paleheads zu töten. Dadurch wird sichergestellt, dass wir im Notfall die Gefahr schnell eliminieren und sicher evakuieren können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gabriel Reed Immer denkt immer nur an ihre guten Mitarbeiter, die Gabriel. Dann wollen wir doch mal gucken, ob diese Feuerkraft ausreicht. Ja. Erfolgreicher Test. Simon K1 bestanden. Kampfdaten, ja. Kopfschüsse funktionieren. Mit dem Ding will ich echt nicht daneben ballern. Komm, wir mal so. Oh oh. Oh nee. Oh shit. Oh shit. Na eigentlich kann man einen davon auch mal lassen. Da muss man sich ja nicht drauf einlassen. Hier ist noch was. Oh, okay. Schade, dass ich wirklich mit der Schrotflinte jetzt schon wieder keine Munition mehr habe. Ah. Da wusste jemand, worauf ich stehe. Hm. Unfassbar, was der aushält, ne? Das ist wirklich eine Frechheit. Nicht nochmal. Okay, der ist glaube ich wirklich tot. Eine weitere Nachricht. Bin ich hier der irgendwie euer Archiv oder was? Wenn auch nur einer von euch eine SMS schicken könnte, dann wäre das alles nicht so schlimm. Es ist passiert. Unser Burst Case ist eingetreten. Das T-Virus ist irgendwie entkommen. Somehow Palpatine returned. Dr. Barth hat mir befohlen, riesige Männen des Impfstoffs herzustellen. Ich habe eine Kultur des T-Virus Antigens vorbereitet. Jetzt muss ich sie nur noch mit einem Adjuvans kombinieren, um die Wirkung zu verstärken. So sollte ich in der Lage sein, genügend Impfstoff zu produzieren, um alle überlebenden Bürger zu retten. Die Adjuvansproben werden im Inkubationslabor gelagert. Testpersonen streifen bereits durch die Korridore. Aber ich muss einen Weg finden, an diese Proben zu gelangen, während die Kultur reift. Für den Fall, dass ich nicht zurückkomme, schließe bitte den Synthese-Vorgang ab. Versuche, einen Weg zu finden, diesen Ausbruch zu stoppen. Das ist das Mindeste, das wir tun können, nachdem wir diese schrecklichen Ereignisse in Bewegung gesetzt haben. Ja, jetzt entdecken sie plötzlich alle ihr, 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 ihr Gewissen, ne? Habe ich echt keine besseren Waffen jetzt? Habe ich nur diese harten Sachen? Shit. Weil ich würde eigentlich lieber die Pistole benutzen. Naja, aber wenn das so, sich so, äh, vor mir zeigt, kann ich irgendwas, was kann ich kombinieren? Nix kann ich kombinieren. Okay, komm. Das ist ja ärgerlich. Komm dann, dich braucht keine Sau. So ist es jetzt. Am Ende hat er nochmal, genau, Simon Kretschmer. Er verkauft die Items in Demon's Souls und er schmeißt die Munition in Resident Evil weg. Och. Wie geil ist das? Herrlich. Kannst du keinem erzählen, ey. Das ist einfach zu gut. Das muss die Stromversorgung sein. Ne. Alter, was ist mit deiner Jacke los? Seht ihr das auch? Wie lustig ist das? Als wäre, würde ein imaginärer, äh, Mensch an der Jacke ziehen. Leistung nicht ausreicht. Ja. Bitte aktivieren Sie das, die Jacke. Sag mal, ist hier nicht irgendwo, da ist doch direktes Lager. Komm. Das ist jetzt echt, das ist mir zu blöd. Ich kann jetzt nicht die ganze Zeit den Scheiß verkaufen und wegwerfen und alles. Ah. Wie gut, dass ich die alle gekillt habe. Das ist so befriedigend. Die würden uns jetzt immer wieder Energie und Munition absaugen. Ah, er hat die, gut, er hat die direkt wieder zusammengebaut, die Granaten und alles. So, wir haben's, Leute. Wir haben's fast. Jetzt ist wirklich Endgame. Alle, die schlafen müssen, ihr könnt ruhig easy pennen. Ich werde es euch nicht übel nehmen. Und wir sehen uns ja dann auf YouTube wieder, wo ihr das ganze Video natürlich wahrscheinlich übermorgen sehen könnt. Heute oder so müsste jetzt auch der erste Teil kommen komplett, dann kommt direkt danach der zweite, dann... Ah, nee, warte mal, den ersten haben wir ja den zweiten, den dritten. Also, wir machen... Jetzt kommen die alle hintereinander. So. Also, in spätestens zwei Tagen. Sag mal, was hab ich denn hier jetzt gemacht? Warum hab ich denn das gemacht? Ich vollidiot. Ich... Ich wirklich... Man merkt, wie spät es ist. Halb drei. Ich wollte doch hierfür was anderes mitnehmen, Mann. Simon. Simon. Was ist mit dir los? Du warst mal so cool. Du bist der Mann, Sergeant Knochenbrecher. Du hast Nachtschicht bis sieben Uhr. Was machst du denn, Sergeant? Das würde mich mal interessieren. Ich nehme an, du bist nicht beim Militär. Ähm, was genau machst du denn? Kann mich nicht entscheiden. Kann mich nicht entscheiden. Okay, so. Security, okay. Dann ist okay. Ich hoffe, du bewachst nichts Wichtiges. Das wäre so der klassische Die-Hard-Trope. Dass du, während die Terroristen an dir vorbei den Scheiß anbringen und schon so die kleinen Drähte in das C4 stecken, sieht man dich, wie du so der Idiot mit seiner Munition, die er gerade weggeworfen hat. So stelle ich mir das vor. Du hast keine Aufsteherlaubnis. Habt ihr gesehen? Das hat sogar voll geklappt, ne? Der ist einfach immer liegen geblieben. Besser als hängen geblieben. Man ist hier alles, ne? Ingenieur, Polizist, Gewissenschaftler. Das macht mir ein bisschen Angst. Das sind so viele. Das sind Tyrants. Ernsthaft? Man muss sich schon fragen, wer produziert sowas? Wie willst du denn damit Krieg führen? Wie willst du das machen? Was willst du mit denen machen? Wie die einfach denken, sie könnten die wie... Na gut, bei Mr. X hat's gut funktioniert, muss ich sagen. Der macht schon, was alle wollen, aber was machst du, wenn der seinen Job erfüllt hat? Das ist aber wirklich eher so Wochenend-Tirant. Das ist ein bisschen wie der Sonic. Wie dieser furchtbare, hässliche, gemalte Sonic. So ein bisschen ist das der Tyrant. Achso, weg! Nein! Habt ihr gesehen, wie geil ich weggerutscht bin? Habt ihr nicht gesehen, weil's zu schnell war. Na komm, jetzt könnt ihr den Scheiß aber auch mal wieder aufmachen. Da, der. Nein? Das ist lustig, man sieht, weil die Entfernung, weil wegen der Entfernung, ähm, haben die nicht mehr die volle Animationsstufe. Und da zuckelt's dann ein bisschen. Das ist ja lustig. Hab ich auch noch nicht gesehen. Ach komm, das war viel zu kurz jetzt. Ah, ich glaub, von hinten geht das ja viel besser. Glaub ich. Ja. Ja. Oh, danke. Poolblaues Wasser. Ich bin von Beruf Wiesenschaftler. Ja, das ist natürlich nice, ne? Das werden wir alle gerne... Kann man machen. Säure. Ah, dieser Mauszeiger. Alle haben sich gegen mich verschworen. Aber endlich kann ich die ganzen Waffen auch mal sinnvoll einsetzen. Das ist schon... Das macht schon Spaß. Jetzt bitte nicht hinten die Versuchswesen erschießen. Okay. Oi, oi, oi. Die wollen wirklich, dass ich hier unbedingt die Granaten benutze, ne? Habt ihr schon Bock drauf? Das sieht ja ganz schön cool aus. Wie so kleine Tyrants. So Taschen-Tyrants. Ey, ich hab doch eben noch gecheckt. So, gib mir die verdammte Kultur. Eine Akkervanzprobe. Kostaniert mit einem Antigen. Verstärkt Sie die Immunsystemreaktion. Ausdruck meiner Besorgnis. Sehr geehrter Dr. Frankel. Frankelstein. Bitte erlauben Sie mir, Ihnen meine herzlichsten Gratulationen für die Fertigstellung von Nemesis auszusprechen. Ein fürwahr beeindruckender Erfolg im Bereich der Biowaffenforschung. Einen parasitären Organismus in das Gehirn eines Tyrant einzuführen, um ihn extern zu kontrollieren. Ich kann nicht umhin, von solch einer brillanten Idee beeindruckt zu sein. Jedoch muss ich von einem medizinischen Standpunkt aus meine Missbilligung zu diesem Abweichen von den etablierten Umbrella-Richtlinien aussprechen. Indem Sie sich der Verwendung von Parasiten zugewandt haben, schaffen Sie einen gefährlichen Präzedenzfall. Viren können im Zaum gehalten werden. Ich bin der festen Ansicht, dass es für jedes Virus auf der Erde einen effektiven Impfstoff entwickelt werden kann. Üppige Förderung und genügend Proben vorausgesetzt, natürlich können Sie jedoch dasselbe über Parasiten sagen. Da denken wir jetzt an die Las Plagas, die ja in Resident Evil 4 dann relevant werden. Ärzte haben vergeblich versucht, einen Impfstoff für Malaria zu entwickeln. Parasiten wie das Plasmodium sind genetisch weitaus komplexer als das T-Virus und zu glauben, man könnte sie steuern, ist äußerste Torheit. Womöglich sind Konsumenten in ihrem Land gewillt, PKWs ohne Bremsen zu kaufen. Aber hier in Amerika wissen Sie es besser. Oh, das ist Nathaniel. Ich dachte, das wäre die Frau, die ich gerade erschossen habe. Aber mir fällt ein, dass Sie ja einen Abschluss in Wirtschaftslehre besitzen, also haben Sie sicherlich schon einen brillanten Marketingplan erstellt, um die Schwarzmaler für sich zu gewinnen. Ich freue mich auf Ihre Rede im Forum in Berlin nächsten Monat. In der Zwischenzeit werde ich medizinische Lösungen zu diesem anmaßenden Problem auskundschaften, das Sie uns aufgedrängt haben. Also nennen Sie ihn Nemesis. Okay, wir haben beide Inkredenzien, beide Zutaten für den... Ich habe keine Ahnung, was wir da zusammen mixen. Irgendwas hat ein Antivirus, ein Virus-Virus, Über-Virus. I don't know. Und es ist mir auch egal. Hauptsache ist, dass die nicht aufgehen. Und sie gehen auf. Scheiße. Scheiße. Das war jetzt knapp. Also, nicht knapp, weil ich super genial bin, aber es war schon eine brenzlige Situation. So, alle, die jetzt noch schlafen, äh, alle, die noch schlafen müssen, habt eine gute Nacht. Seid euch gewiss, ihr könnt es auf YouTube nachgucken. Und es wird sich lohnen. Es wird ganz legendär werden. Hm, na, nur noch zwei. Jetzt kann aber keiner meckern, dass ich den Shit nicht wirklich benutzt habe. Okay, einmal hochwertig. Haben wir noch einmal hochwertig? Ja. Simon, du wahnsinniges Genie. Simons Magnum Opus. Genau. Das trifft es ganz gut. Ist eher der Magnum Opus. So, jetzt aber. Ach, nee, Moment. Äh, was mache ich denn jetzt damit? Das ist auch rein? Unautorisiertes Material erkannt. Und wieder verstehe ich es falsch, oder es fehlt ein Schritt. Äh, ich weiß es nicht mehr. Ach, muss ich das da mixen? Vielleicht? Nee. Also, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ähm, ich habe beide Proben und ich muss die ja noch kombinieren. Äh, lass mal kurz nachgucken in den Akten. Äh, nö, 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 nö. Proben kombiniert, Impfstoffbasis. Hä, soll ich die jetzt einfach mit der Hand ineinander schütten, oder was? Ihr seid ja irre. Jetzt nehme ich diese beiden Sachen und mache so, äh, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Okay, schraube ich wieder zu. Hälfte ist auf den Fingern. Ach, egal. Ist ja nur alles Mögliche. Umbrella. Wirklich. Sicherheit wird Umbrella. Kleingeschrieben. Sicherheit ist bei Umbrella im Kleingedruckten. Oh. Ich weiß es nicht mehr. Nee. Great success. Ja. Synthese abgeschlossen. Bitte entfernen Sie die Kartusche. Das mache ich nur zu gerne. Da haben wir ihn. Lila, leuchtend, das muss wichtig sein. Oh, komm. Nee. Nee. Hä? Hier ist ja gar nichts. Wieso soll ich denn hier fliehen? Echt? Darunter? Danke, lieber Kameramann, dass du Jill ein klein wenig Privatsphäre gönnst. Ey, halt einfach immer, ne? Ja? 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 Ey, wie viele Explosionen diese Frau überlebt hat. Tinnitus ist dann nur das kleinste ihrer Probleme. Ich möchte nicht wissen, wie viel mikroskopisch kleine Metallsplitter sie in ihrem Körper hat. Alter ey, ich kann einen Granatwerferladen aufmachen. Guck dir das an. Wie viel Shit ich hab. Komm, ab jetzt machen wir auch... Nee, nee. Ab jetzt machen wir nur noch... Nur noch Granaten. Hab sogar noch mehr, okay. Nehmen wir auch mit. Was bringen zwei Grüne? Ach, schade. Davon hab ich leider schon zu viele. Ich hätt gern Säure nochmal gehabt. Ich hätt auch nachgucken können. Aber dafür bin ich viel zu bequem. Na, 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 na. Noch mehr Brand. Okay, das ist schon mal ganz gut. Säure. Hab ich nochmal zwei, okay. Na, ich brauch noch mehr Hilfe. Okay, das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Ich hab die Magnum, ich hab den Granatwerfer. Andere Sachen hab ich ja gar nicht, die wirklich was bringen. Ja, okay, das noch. Jetzt haben wir genug. Würde ich sagen. Ah. Pistolenmunition. Nee. Schießpulver. Hochwertiges Schießpulver. Ja, an sich geil. Aber ich hab keine... Ich hab kein weiteres hochwertiges mehr. Was so richtig geil gewesen wäre, wenn man jetzt noch... Das Messer kann ich ändern, ne? Ja, komm. Ich liebe noch ein bisschen Muni. Ich bringe erstmal gerade das noch mit. Nein, ich wollte das. Jetzt bin ich hier die Kisten-Lady. Wenn ich jetzt noch Magnum-Schüsse gehabt hätte, wäre das geil gewesen. Aber ansonsten... Ich meine, das hier sechs ist auch okay. Sechs Schüsse sind okay. Den lasse ich liegen. Einmal nochmal, letztes Mal speichern. Weil man kann nie genug gespeichert haben. Okay, wo ist der Ausgang? Da. Entsorgungszentrum, starke Lösemittel, was, wo, was, alles hier. Befolgen Sie die Sicherheit, stellen Sie keinen Mitarbeiter. Werden Sie die vollgestimmte Menge an Lösungen mit der Testpersonen gewalttätig. Was in Gottes Namen ist das hier? Alter. Es ist, es ist zu viel. Ich bedanke mich. Aber ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Was haben wir denn hier? Nikolai, stopp! Die Stadt braucht den Impfstoff! Mehr als ich? Wie es scheint, sind meine Weisheiten immer noch nicht zu dir vorgedrückt. Ja, ja, Menschenleben sind unbezahlbar. Aber ich bin in diesem Geschäft, um bezahlt zu werden. Machen wir einen Deal. Du gehst runter, bekämpfst den Nemesis und ich filme alles und verkaufe die Kampfdaten. Gib mir eine gute Show und vielleicht verzichte ich auf den Impfstoff. Deal? Gut. Er hat nicht mal die Antwort abgewartet. Ja gut, Nemesis killen, kein Problem. Machen wir schnell, ne? Machen wir schnell. Mit was soll ich ihn killen? Aber ich glaube, ich muss irgendwas anderes machen, ne? Ich muss irgendwie diese Säure-Dinger da irgendwie abballern oder so. Ja, ne? Irgendwas muss ich da machen. Nee, nee, das klappt noch nicht. Das ist später wahrscheinlich der Fall. Das sind alle Männer hier komplette Feiglinge? Ah, jetzt kommt der Kram. Pass auf, du hast Gesellschaft! Wo ist er denn? Wat? Er versteckt sich hinter Tag 5. Jetzt muss ich hier mit der Magnum. Was ist hier los? Jeder darf mal. Ich kann's kaum glauben, aber ich hätte die Pistole mitnehmen sollen. Hab ich da irgendwo? Ja. Dann mach ich das schnell. Das kann man echt, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Das ist, weil die Entwickler genau wissen, dass niemand, niemand so eine Geschichte machen würde. Niemand würde hier die Pistole noch mitnehmen. Das ist so verrückt eigentlich. Okay, kann man irgendwas noch... Ach komm, einmal noch die Minen und Muni. Oh. Aber wie geil, oder? Richtig geil. Jetzt nur geiler Shit, den man hier machen kann. Endlich kann ich mal die ganze Muni verballern. Ich würde so gerne wissen, wer der Original Mensch war, der später dann dieser Nemesis wurde. Wahrscheinlich war das einfach total der Lappen, irgend so ein... Ohne jetzt jemanden beleidigungsvoll, irgendein BWLer oder... Ich weiß es nicht. Halt einfach ganz sicher, war das kein Soldat oder so. Das war einfach irgendein Typ Bankangestellter. Kaufmann. Ich drück's weg. Gute Idee. Der kann machen, was er will. Bei dir hat er immer gewonnen. Pass auf! Da kommt noch mehr! Nummer eins! Ja! 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 Die Mafia! Geil! Da kommen noch B, pass auf! Mann! Trulla! Baller jetzt! Baller! Jetzt wird nur noch geballert! Das ist doch scheiße! Wirklich! Ich mein, dann macht ihn halt unbesiegbar! Das ist doch Quatsch so! Das ist doch einfach dumm! Er ist voll groß und er ist 10 cm von dir entfernt! Und du kannst nichts machen! Ausweichen funktioniert auch nicht! Viel Spaß! 60 Euro bitte! Wir sind noch mehr gekommen! Nummer 2! Wicht nah! Wicht nah! Wicht denn hier? Endlich! Jill! Ich schick dir den Kran! Kletter ran hoch! Oh nein! Komm schon! Komm schon! Jill! Mit dieser läppischen scheiß Pistole! Jaaaa! Kran! Kran! Fabian! Fabian Kran! Hallo! Ja! Säure hat am besten funktioniert! Das stimmt! Jorgis! Ich werde den Scheißkerl einschmelzen! Das ist eine sehr gute Idee! Jaaa! Das fühlt sich gut an! Okay! Ich treff dich weiter vorn! Peng! Haha! Schussabliegen! Das ist sein Humor! Das ist Carlos Humor! Mit den Haaren darf er das! Ach! Der ist ja immer noch! Ich muss den Impfstoff zurückbekommen! Ich hab doch gar keine Muni mehr jetzt hier! Ernsthaft! Na gut! Wenn er es unbedingt wollt! Machen wir es halt! Ich mach jetzt mir mal Muni! Ja! Schade! Ich hab keine... Magnos! Munition mehr aber das ist auch gut weil ich finde das zeigt ja eher dass wir sie auch wirklich benutzt haben Wobei man nicht weiß ob man nicht vielleicht noch mal Magnum Munition kriegt. Ach was soll der Geiz Was ist da noch? Waffenspilifikation Kalimba, Erdbeerwaffen, Feuerkraft Ok ich glaube ich weiß was passiert mehrere Stromquellen naja das haben wir schon gemerkt wie das hier funktioniert Oh ja Erledigt Gib mir den Impfstoff du gieriger Mistkerl Nein 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 du bist Geld wert Ich mag es Das wird eine lange Partnerschaft Runter mit der Waffe Kann jetzt mal bitte einer den Russen erledigen Ja Hast du hier sowas Erstaunliches gesehen? Die Daten darüber wären Millionen wert Aber Du weißt wie es ist Die Stadt wird hochgejagt Leben sind unbezahlbar Viel Glück Nikolai Jill Schnapp dir Nikolai Er hat den Impfstoff Was ist mit dir? Uns läuft die Zeit davon Ich pack das schon Klar tust du das Hör zu Nur dass du es weißt Es ist das letzte Mal Das hoffe ich aber auch Das hoffe ich aber auch Also wir müssen die Batterien glaube ich irgendwie anmachen Äh und ich muss dann diese krasse Waffe einmal benutzen Ausgabefahre zu öffnen Das gefällt mir schon besser Ah wie geil Alter Was ist das für eine Waffe ey Das kannst du dir doch nicht Ach komm ey Na gut Ich werde nicht meckern Schlapp Schlapp Sag hallo Am kleinen Freund Ich werde nicht mehr vorbeider Ich werde nicht mehr vorbeider Besse Schröpfen Beide Ja Hast du nicht den selben Text gelesen wie ich? Ah, ich glaube, ich muss hier diese, ja, die Eiterbeulen aufschießen. Das tut dir weh, was? Willst du noch mehr? Shit. Kann ich das oder? Ich muss mal gerade testen. Nein, zeitlich haut es wahrscheinlich nie hin, ne? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Das ist doch beim zweiten Mal immer noch dumm. Oh, ist das herrlich. Was könnte man hier denn an der richtigen Munition nehmen? Ja, ich habe schon, ich habe schon sehr viel Brand. Dann sollte ich das auch machen. Mann, man trifft ja gar nicht. Das ist doch wirklich nur noch schlimm. Eigentlich kann ich dafür doch sogar wahrscheinlich die Pistole nehmen, oder? Ja. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Jetzt muss manuell reingeschoben werden. Jetzt muss manuell reingeschoben werden. Das ist mit das unpraktischste und dümmste, was ich je gesehen habe. Noch eine Stromquelle aktivieren. Ja, mach es doch selbst. Nur zu. Ich bring dich gleich wieder zum Boden. Das ist wirklich maximal spektakulär. Also 14, 14 von 10. Alles auf Spekulatius. Spekulatius. Oh, einen zweiten Schuss. Ich nehme an, wir brauchen mindestens einen dritten. Ich habe Bäume. Was? Ja? Oh! Wie geil! Komm schon! Das nächste Mal! Verpiss dich einfach! Ah, let it rain! Oh! Den bin ich los. jetzt haben auch gleichzeitig Ausgang das ist so unfassbar spektakulär okay ich hab keine Ahnung, muss ich da durch? Alter ich lauf in dir rum, ich hoffe dir gefällt es Ah, der Nemesis, er wird immer ekliger also diesmal haben sie ihn echt unfassbar ekelhaft hingekriegt ich kann ihn noch einholen oh nein nein, Halos Halos er kann den jetzt endlich mal in der Tür ich dachte sie ist Millionen wert, was denn jetzt, entscheide ich mal er hat diesen Stoff zerstört, der Millionen wert ist und wird sie was ist denn da der Gedanke, du bist kein guter Wirtschaftler nein, ich könnte da eine Frisur treffen ich kann nicht, ich treff dich mach schon du musst einfach es geht nicht anders es gibt literally hundert andere Wege ich sag doch ich lass dich nicht allein zurück dass wir einfach zu graus haben ach, kann den jetzt mal bitte jemand umbringen hm was ist mit ihm wieso das alles es gibt für alles einen Preis selbst die Welt brennen zu lassen für wen arbeitest du ich sag's dir, wenn du mich herausbringst ich bezahle was immer du willst ich weiß, dass du kein Geld hast du bist ein Narr du bist ein Narr Nährin wenn ich sterbe erfährst du die Wahrheit nie ein paar Ermittlungen machen wir nichts das ist wirklich krass, ne? warum lässt sie ihn hier? kill ihn doch einfach einmal kurz mit dem Helikopter mit dem Rotor einmal nach links geschwenkt chill alles okay? Da ist sie. Hättet ihr weniger mit dem Typen geredet? Ah, okay. Trotzdem eng. Ich fühlte mich leer und kalt, als die Hektik zu der Explosion uns erreichte. Die wahre Ursache dieser ganzen Tod. Oh, Carlos. Es war Gier. Menschlicher Gier. Ah, sie hat den Fetzen ja sogar mitgenommen. Da fasste ich einen Entschluss. Das ist gar nicht dumm. Die Asche von Raccoon City soll auch die Asche von Umbrella sein. Ja. Ich erledige sie. Ein für allemal. Wir sind mittlerweile bei Teil 8. Ich will ja nichts sagen, aber das war bei Teil 3. Du hast also doppelt so lang plus noch extra lang gebraucht. Okay, jetzt haben wir es geschafft. Wow. An einem Stück durchgerockt. Es war einfach geil, Leute. Ja, wahrscheinlich sind die verstrahlt, aber ist nicht schlimm. Carlos ist geschützt durch sein Haar und sie durch den Plot-Armor. Es ist nicht so kritikwürdig, wie ich gedacht habe. Ich habe nämlich wirklich gedacht am Anfang, naja, wir haben es ja auch schon einmal gespielt. Da habe ich eher den Eindruck gehabt, ja, irgendwie wenig von dem, was ich erhofft hatte, weil ich ja Teil 3 so auch feiere und den auch cool fand. Aber wenn man es dann spielt, merkt man, ja, dafür ist es aber ein ganz eigenes Spiel. Und das muss man dem Spiel ja auch gönnen, dass es das eigentlich schon ganz gut macht, dass es diese Geschichte nimmt und sie nochmal neu erzählt und sogar gut erzählt. Und es ist natürlich was völlig anderes. Es ist ein reines Ballerfest und zeigt im Grunde schon, wo Resident Evil 4 und 5 und 6 hingehen. Man sieht wirklich graduell, wie es immer mehr von Horror zu Ballerei wird. Finde ich aber nicht unbedingt schlimm, weil, also, ich bin jetzt nicht der Fan von 5 und 6, aber ich finde es hier noch völlig im Rahmen. Es ist halt was anderes. Es ist einfach ein Spektakel, könnte man sagen. Es ist einfach ein Hollywood-Film, ein Michael Bay-Film. Aber auch nicht ohne Herz. Also, ich finde gerade Deutsche Synchro sehr gut. Jill Valentine ist einfach so ein geiler Charakter. Ich mag diese Figur total gerne. Lieber eigentlich als Chris und Co. Also, die ganzen Männer sind alle so... Oh nein, er wird eben noch dicker. Die injizieren sich doch alle den G-Virus in die Muskeln, damit die irgendwie im Fitnessstudio noch krasser abdancen können. Aber Valentine ist einfach jemand, dem würde ich folgen, in die Hölle. Also wirklich geiler Shit. Meiner Ansicht nach, es ist was anderes als der dritte, das Original. Es ist auch nicht so gut wie der zweite, aber es hat definitiv seine Momente und ist auch als Ganzes, ich hab's jetzt am Stück gespielt, komplett unterhaltsam. Ich hab nicht einmal gedacht, naja, okay, könnte man jetzt eigentlich auch mal aufhören, Pause machen. Nee, es war einfach, es zieht einen so durch, so wie diese Tentakel, diese Pimmel-Tentakel vom Tyrant, vom Nemesis, die einen immer wieder so zurückziehen. So ungefähr ist das Spiel. Und so schmutzig fühlt man sich auch, wenn man da durch ist. Ein paar Meinungen von euch vielleicht einfach mal kurz, die ich vorlesen möchte. Es wurde immer besser, nur Nemesis wurde langsam komisch, ja, das stimmt. Aber ich finde auch diese graduelle Verwandlung, finde ich schon schön, aber gegen Ende ist es halt einfach völlig wahnsinnig. Aber auch da, mit dieser absurden Waffe. Also, wie geil ist das eigentlich? Ich meine, es ist mega dumm, aber irgendwie ist es auch schon wieder geil. Es ist ein B-Movie. Ich würde sagen, der dritte ist am ehesten B-Movie. Der zweite versucht noch, ein guter Horrorfilm zu sein. Der erste ist halt so, ne, der erste Versuch, bla bla bla. Aber der dritte, der, der, der macht's einfach. Der zieht's einfach durch. Der sagt, komm, wir gehen jetzt, wir haben jetzt diese drei Meter Knarre. Wir stecken sie dem Monster ins Maul. Das ist einfach geil. Das ist einfach was anderes als die Raketenwerfer. Ich bin auch froh, dass sie diesmal, haben sie ja beim dritten auch nicht gehabt, aber, dass man jetzt nicht wieder nur einen Raketenwerfer hat oder so. Ähm, war halt sehr auffällig, wie oft die Frau von irgendwo runterfällt oder geworfen wird, aufsteht und dann nochmal. Ja, das wird ein bisschen albern. Das ist tatsächlich wahr, aber das ist das klassische Endboss-Problem, dass die halt nie zugreifen, sondern immer noch einen rumschütteln, immer noch mal werfen. Ähm, das ist halt irgendwie, weißt du, das ist so bei Filmen. Ich weiß auch nicht. Ähm, was habt ihr noch? So, mega danke für den nicen Gaming-Abend. Freue mich auf Teil 4. Das Dreier-Remake hat das super schwer nach dem Erfolg des Zweiten. Das stimmt. Super Stream heute. Geile Pulsuit-Action. Ja, genau hier. Mein Puls ist, glaube ich, nur einmal über, oder, also, maximal über 90. Also, es geht hier bei 120. Bei 120 ist man vergiftet. Das ist so weit kam, mit so einem Glück nie. Ähm, hättest du gedacht, dass Nemesis zur Alien Queen mutieren wird? Ich wusste es natürlich schon, aber, ähm, beim ersten Mal hab ich das nicht erwartet. Es gab aber auch schon bei dem Original Resident Evil 3, gab es ja auch schon so eine Art Mutation und auch eine, eine Waffe, mit der man geballert hat. Nur, das war was völlig anderes. Das hier war was ganz eigenes und das mag ich. Ich find's spaßig. Ich glaub, das kann man so, äh, sagen. So, was haben wir denn noch? Ähm, was hat sehr oft, ach so, jetzt hatten wir schon das Junko ziemlich gut. Das Spiel wurde eigentlich immer besser. Ja, stimmt. Finde ich auch. Äh, 5 und 6 sind eher die Spin-Offs. Das stimmt. Also, die hätte man vielleicht auch mit einem anderen Grand versehen können. Einfach damit diese Koop-Marke, damit die einfach funktionieren. Also, damit man die auch wiedererkennt. Ich mach mal grad leiser. Damit man diese Koop-Marke, ähm, damit verbindet und nicht die Leute sich aufregen. Das ist aber kein, ähm, Resident Evil mehr. Das stimmt ja auch. Wobei, wenn man das jetzt so mit dem neuen Dreier vergleicht, wird's immer mehr eben zu Resident Evil 6. Äh, hier waren die Zeichen quasi schon sichtbar. Aber das ist ja auch alles chronologisch nicht richtig. Das ist ja später rausgekommen. Der dritte. Der Jill-Carlos-Faktor hat es nochmal richtig angehoben. Stimme ich euch zu. Carlos ist auch ein toller Charakter. Irgendwie haben sie es hier geschafft, die Charaktere gut zu machen. Äh, die in anderen Resident Evils nicht so spektakulär sind. Äh, und einen eher nerven. So eine Ada. Ach. Aber das hier, das war fast schon so richtig, ähm, das war schon so, man konnte diese Beziehung tatsächlich sich, äh, nachvollziehen. Klar, Carlos ist halt der Netteste aller Netten, aber gleichzeitig ein Holzkopf, weil er halt nicht mitgekriegt hat, dass seine Firma irgendwie da drin steckt. Bitte, ey. Bitte. Jetzt mal ernsthaft. Aber ansonsten, schöne, schönes Pärchen, die beiden. Also hat mir sehr gut gefallen. Kennst du noch Extermination für die PS2? Ja, das hab ich damals für die, für Giga gespielt. Also ist auch schon 20 Jahre her, aber ich kenn's noch. Ich fand's aber auch damals nur okay. Nicht so richtig Hammer. Ähm, so, was haben wir noch? Einen Hundertste hatte ich. Ich hatte sogar einen Hunderter. Das war wahrscheinlich, als ich von Haus an Haus erzählt hab. Ähm, mit wem bist du Resident 5 zocken, wenn du Coop zockst? Wenn, dann, mit, wahrscheinlich Keys, nehm ich mal an. Vielleicht aber auch, ähm, mit, ähm, hier Anton. Mal gucken. Ich glaub, Keys, äh, hat Bock, aber ich weiß nicht, ob der Bock hat, ähm, so einen alten Käse nochmal zu zocken, aber für Coop ist er eigentlich zu haben. Wir spielen ja auch, ähm, Ah, wie heißt das nochmal? Obscure 2. Den ersten haben wir ja auch schon Coop zusammengespielt, auch am Stück. Und Obscure 2 werden wir auch versuchen, am Stück durchzuspielen. Jetzt muss ich grad mal gucken, wann wir das eigentlich haben, diese Obscure-Geschichte. Da muss ich echt nochmal gucken, ey, dass ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Ähm, Moment, 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 Moment. Da. Freitag. Fre- äh, morgen? Morgen? Ist morgen Freitag? Das ist ja krass. Morgen um 15 Uhr. Also genau in 12 Stunden geht's los, meine Freunde. Ich werd heute Abend noch schnell, ähm, Dings installieren. Obscure 2. Und dann spielen wir, ähm, als erstes mal Obscure 2. Und dann vielleicht eben auch über Sintel 5. Da werden wir morgen mit ihm reden. Ach, war schon nicht schlecht. Die Originalteile finden wir meistens besser, weil halt Erinnerungen von früher dran hängen. Stimmt. Bin gespannt, wie wir es mit Resi 4 machen. Mein Lieblingsteil, weiß nicht. Bin auch gespannt, was sie da noch machen. Ich glaub nicht, dass, ich glaub, das wird einfach ein Remaster und nicht ein Remake. Ich weiß es aber nicht. Äh, Gregor wär super, aber ich weiß nicht, ob Gregor Bock hat. Ich könnte ihn mal fragen. Ja, heute ist Freitag. Also heute in 12 Stunden geht es. Äh, lalalolo, lalalulus. Und, ähm, Scorn werden wir auch zocken. Alle Horrorspiele werden wir zocken. Findest du, dass der schlechte Ruf vom Remake 3 gerechtfertigt ist? Nö. Ich find, das war schon okay. Hat Spaß gemacht. Oh. Da hat er jetzt den Virus einfach so aus deinem Schreibtisch liegen. Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst, wer das war und was das war. Äh, so. Acht Stunden Echtzeit. Sechseinhalb oder sieben Stunden äh, im Spiel. Zwölf Tode, 52 Speicher. Ja gut, Tode ist natürlich eigentlich okay dafür. Speichern hätte man auch weniger. Aber ihr habt's ja gesehen, ich wollte dann teilweise einfach keine Sekunde nochmal haben. Auch gut, Carlos Story-Kampagne hätte Resident Evil 3 rund gemacht. Das stimmt schon irgendwie. Da, da, da kann man sagen, das wäre dann nochmal besser gewesen. Jaja, das ist wahr. Okay. Jetzt sind wir aber wirklich am Ende und ich muss auch jetzt wirklich mal aufhören. Es ist super spät und ich muss ja morgen schon wieder da sein. Ähm, ich wünsche euch jetzt einfach nur noch einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr geht jetzt gut schlafen. Nach dieser aufgeladenen Action will man eigentlich nur noch irgendwie sich zusammenkauern in Embryonalstellung und wegschlummern. Das wünsche ich euch jetzt. Allen anderen, die jetzt noch arbeiten, wünsche ich natürlich eine schöne Arbeit noch. Ähm, macht mich stolz. Hier, der eine, der Security macht. Denk dran, sowas kann passieren, wenn du deinen Job nicht machst. Äh, äh, macht's gut. Ich schicke euch noch, habt ihr noch, äh, hier, was ist denn mit Manigo? Das war doch, vorhin wollte doch jemand, dass ich die Leute noch mal zu Manigo schicke. Ich wette, der ist nicht mehr da. Ich wette, Manigo, hatte ich gedacht, nee, komm, der hat mich schon längst vergessen. So, Manigo ist nicht mehr da. Aber das wundert mich jetzt auch nicht, weil ich, wie gesagt, auch schon lange hier gestreamt habe. Ja, tut mir leid, ähm, Mango ist aber da. Nee, komm, ist okay. Ähm, haben wir noch irgendwen? Habt ihr irgendeinen, der noch da ist? Ich würde euch zumindest gerne noch weiterschicken und euch nicht einfach hier, äh, so alleine lassen. Dann schicke ich euch zu Bonjar. Die sind immer da, ne? Die sind der Mäntel. Grüßt mir mal den Mäntel. Der ist immer wach und immer am Stream. Unfassbar. Ebenso unfassbar war auch, wie viele Leute heute hier zugeguckt haben. Das war echt schön. Ähm, jetzt sind immer noch 600 Leute, zumindest für den Raid, bereit. Das ist ganz schön krass. Ähm, euch schicke ich rüber. Und damit sind wir jetzt hier am Ende. Jetzt seid nur noch ihr da, die Wodler. Ich, ähm, ja. Ich hab nicht mehr viel zu sagen. Ich, äh, es war noch richtig schöne Nummer. Danke fürs Gucken, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ähm, ja, der, ähm, Schocktober geht natürlich weiter. Und es wird noch, ich will nicht sagen, spektakulärer Schwert. Aber ich werde alles Mögliche ausprobieren. Von bestimmten VR-Spielen bis zu, äh, Multiplayer, bis zu Retro, morgen oder heute. Ähm, also das kommt alles auf YouTube. Alles natürlich immer ein Tag, zwei Tage später. Wir müssen das ja auch erst schneiden und zusammenbauen und hochladen und testen. Und dann brauchen wir noch ein Teaser-Bild und so. Und das macht Eduard Laser alles super. Ähm, deswegen will ich ihm da auch nicht reinreden. Äh, wundert euch nicht, wenn es länger dauert. Es ist so. Es ist, wie es ist. Ähm, so. Oh, ich lege jetzt auf. Macht's gut. Hab euch lieb. Und, ähm, ja. Nascht nicht einfach so fremde Viren, wenn ihr die irgendwo rumliegt. Und immer dran denken, wenn es lila ist und glüht, so wie Neon. Mua. Das ist eindeutig immer ein Gegengift. Ist super wichtig. Einfach direkt injizieren. Gar nicht lange nachfragen. Einfach direkt aus der Halogenröhre raus und in den, in den Blutkreislauf rein. Und dann klappt's auch mit Pulsoid. Äh, was ihr euch fragt, was ist das hier da? Das ist das Pulsoid-Ding. So, ich höre jetzt auf. Ich wünsche euch noch, ja, jetzt hört mal auf 3,85. Jetzt nur, weil du einmal kurz genannt wurdest, machst du dich hier wichtig. Ja. Bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüss.